ARD Text im Auftrag von Funk Willkommen bei Benian Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Ad Infinitum. Und wir starten ein neues Spiel. Du hast es einmal getan und du musst es wieder tun. Was denn? Umschauen, alles klar. Oh krass. Ich habe harte Bunker Flashbacks. Also Anisha the Bunker. Obwohl die Grafik echt mega aussieht. Wir sind als Zeichner. Kleine Taube. Die sind anscheinend Funker. Oh ne, bitte nicht morsen jetzt. Morgen. Okay, also er schaut sich von allein um. Morgengrauen. Seit Monaten hast du die langweilige Aussicht auf die Tabelle verflucht. Jetzt wünschtest du, du müsstest deinen Unterstand nie verlassen. Müssen wir raus, oder was? Tagebuch, dein Tagebuch. Du wirst es nie aus der Hand geben. Alles klar, okay. Drehen, vergrößern. Text ausblenden. Nehmen. Wir nehmen's. Bewegung. Wie heißt die? Okay. So, was haben wir denn da? Der Feldzug im Westen. Sie sollten, dass... Was? Sie wollten, dass ihr den Graben der Franzosen stürmt. Du... Du betest, dass du dich irrst. Aber es fühlt sich an wie ein Todesurteil. Ja, na, da kannst du aber sicher sein, Alter. Oh! Was? Wann das? Gibt's die ganze... Oh Gott! Was war das? Kann ich springen etwa? Ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe mit ihm gesprochen. Aber... Ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat. Mit wem? Mit wem haben wir gesprochen? Können wir hier noch Morgengrauen mitnehmen? Die Buchstaben verschwimmen vor deinen Augen. Mit Mühe kannst du sie dennoch entziffern. An alle Stationen im Kampfgraben. Oder Morgengrauen. Okay. Okay. Wenn du um Hilfe fungst, stand zu kämpfen, wird man dich als Deserteur verhaften. Okay. Gut. So, können wir noch was... Ach, hei Mini. Ach, hei Mini. So, du wolltest deine Karte nach Hause schreiben. Aber die fehlten die Worte. Nun ist es zu spät. Oh, was? KV, die blaue Taube. Am 30. Juli. 15. September. Oh! Berliner Leinwände. Eine Ausstellung lokaler Künstlercafé im Scheunviertel. Ach, wie cool, Alter. Eure Kunstausstellung hat nie stattgefunden. Du bist das letzte Mitglied der blauen Taube. Oh nein. Alle unsere Freunde sind tot. Hier wird das repariert. Hier wird etwas repariert. Leider verstehst du kaum etwas von diesen technischen Dingen. Denn wir sind Künstler. Zu den Waffen. Der Leutnant hat den Sturm befroren. Mit der gesamten Kompanie. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut, Freunde. Erster Weltkrieg, das war ja nur wirklich... ...ein ganz dritter Schützenkampf. Schützenkrieg. Schützengraben. Krieg. Meine Güte. Aufgericht. Okay, ein Hewär. Also die Grafik sieht schon wirklich krass aus, muss ich sagen. Gewehr. Modell 98. Geladen und entsichert. Nehmen wir. Okay, drücken um das Hewehr auszurüsten. Oh krass. Ist das jetzt hier so ein Medal of Honor oder was? Soll ich mal schießen? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin Funker. Ich muss meine Leute rausholen. Wo denn? Wo? Wo, Freunde? Wo? Zu Krater? Wie sperrt? Wo denn? Wo sind denn alle? Zur Front. Okay, enge Bereiche. Benutzt W. Alle klar sind wir durch. Oh, nee, Alter. Wir sind harte Frontschweine hier. Berliner Straße. Kenne ich anders. Aber egal. Oh, scheiße, Alter. Allerdings gerade unverzüglich vorne in den Kampfrahmen. Ah! Was? Wo denn? Wo ist der? Hier kann ich nicht lang. Oh! Scheiße, Alter. Kann ich hier durch? Nee, er hat eigentlich stürzt. Scheiße. Alter. Oh, der ist von uns. Achso. Oh, Alter. Meine Armkameraden. Oh, warte mal. Hocken mit Kontrollen. Steuern. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Alter, ey. Leiter. Hoch da. Los. Soldat. Stürbt. Oh, Mann, Alter. Oh Gott. Alter, ey. Leiter. Hoch da. Los. Soldat. Stürbt. Oh, Mann, Alter. Französisch. Ah, Feuer. Warte, 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 warte. Wo sind sie? Achtung, doch. Eingeschüttzt. Scheiße, Mann. Oh Gott. Ich will nicht verrecken. Oh, ho, ho, ho. Mein Armkameraden. Alter. Alter. Mann auf. 667. Grüß dich. Ah. Alter, wo ist denn hier irgendeine Sau, Alter? Ich renne hier wie Fallschild rum. Ah. Wo? Wie? Ah. Ah, wo? Verdammt. Boah, das ist aber wirklich krass, wenn du hier unter Wasser kommst, ey. Boah, meine Beine. Ach, komm, Alter. Komm. Echt? Meinst du, das ist jetzt der richtige Sound, Bianca? Meinst du, das ist der richtige Sound? Scheiße. Ich hab jemanden gehört. Fuck. Ich denke, das ist nur ein Tutorial, ne? Das ist ein ziemlich intensiver Tutorial. So, das sieht nach meinen Kameraden aus, glaube ich. Die still schießen. Wir haben, äh. Schall einfach drauf. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Oh. Oh, nee. Haben wir verkackt gerade? Oh, Scheiße. Oh, nee. Wir wurden hier Skywalkert. Oh, komm. Oh, komm. Bin jetzt einfach nur die Stormhacks jetzt verkackt? Ist das, ist das einfach eine ganz miese Todesfrequenz? Sequenz? Ist das eine Ratschose? Ist das ein... Der ist nie... Aaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! That is the... ...alter! Oh Gott, Alter, oh Gott! Oh Gott! Was wird denn das? Kapitel 1 Verzweiflung. Man of Six Ecstatic, grüß dich erst mal hier. Willkommen bei uns. Stummel Peter, ja. Holy Moly. Das Drama ist real. Dieser Wahnsinn muss aufhören. Hörst du? Achso, warte mal. Papa spricht sogar im Hintergrund. Vater? Ach, ich mag's nicht, dann Mami und Papi streiten. Oh Mann, Alter. Ja, echt? Wir sind jetzt, haben wir, haben wir zwei Hände? Würde mich jetzt mal kurz sofort interessieren. So, wisst ihr. Kommt an die Foto. Okay, alle sehen verschwommen aus. Das ist schon mal, das ist schon mal Kenyute, zeige ich mal, oh, spielen. Und es ist ja dunkel bis unter Dach. Paul, ich schicke dir das Morse-Alphabet. Du kennst es ja aus der Schule. Es ist eine ganz eigene Sprache, die ich mittlerweile fließend spreche. Zum Glück ist mein Telegrafenunterstand sicher gelegen. Er hat mir schon zweimal das Leben gerettet. Ich bin bald im Urlaub in der Heimat. Sehe ich dich diesmal? Oder wieder nur die Mutter? Bitte gib gut auf sie acht. Dein Bruder. Das ist echt interessant. Das ist auch so ein Phänomen der Zeit, dass man immer noch so einen Artikel davor. Sehen wir den Vater? Grüßt mir den Vater, grüßt mir die Mutter. So, echt antiquiert, ne? Verdammt dunkel ist das hier. Gesehen das? Zum Anzünden brauchst du Feuer. Okay, Schublade ist zu. So, ich versuche mich mal erstmal so viel wie möglich umzusehen. Irgendwie, um hoffentlich nicht so viel zu verpassen. Der Zinssordat hat seine Männer am Griff. Cool, cool. Okay, alles klar. So, was haben wir hier? Ein Dolch. Gib deinem Bruder den Dolch zurück. Es tut mir leid, Paul. Ich... Und jetzt raus mit dir, du Dieb. Du bist nicht mein Sohn. Passt gerade überhaupt nicht, aber er kam gerade irgendwie... Er kam gerade das goldene Kind im Kopf irgendwie. Was? Ich, ich, ich für den Dolch haben! Ah ja, kennt bestimmt keiner. Egal. Auf der Suche nach dem goldenen Kind. Mit Eddie Murphy. Also, wir, wir leben anscheinend in einem sehr prunkvollen Häuschen, hier muss man mal sagen. Klar, Tapete, nicht die beste, aber... Die Zimmer deines Bruders... Das Zimmer deines Bruders ist versperrt, doch du hast etwas gesehen. Aber er kann es nicht sein, oder? Paule! Bessut! Paule! So, sind wir jetzt... Sind wir jetzt verletzt? Zurück? Von der Front? Warte mal hier, ein Zahnrad. Ein schweres Zahnrad, das riecht nach Öl. Nehmen wir. Brief, Aufzug. Ah, der wird nicht vorgelesen. Okay. Berlin, der 4. Oktober... Warte mal, ich mach mal hier Effekt ein, damit man noch hört, dass man liest. Berlin, den 4. Oktober 1918. Betrifft Installation einer Aufzugsanlage. Herr Generaldirektor von Schmidt. Die Arbeiten werden bis Ende der Woche abgeschlossen sein und intern verrechnet. Grobert, stellvertretender Direktor Farbenfabrik Karl von Schmidt & Co. Berlin. Schön. Sag mal, ist das von deutschen Hersteller entwickeln? gemacht? Von deutschen Herstellern. Ist dieses Spiel made in Germany? Could it be? Aufzug rufen. Nichts geschieht. Ein Fahrstuhl zum Dachboden. Er muss kürzlich installiert worden sein. Du fragst dich, was dort oben sein mag. Hm, was haben Mutter und Vater dort oben getan? So können wir die Lampe nehmen oder irgendwas? Nein, können wir nicht. Okay, dann schauen wir mal weiter. Wie sieht es denn eigentlich mit Schubladen öffnen aus? Das können wir nicht. Knarz. Also das Spiel ist bei mir echt mega dunkel, muss ich sagen. Ich will es jetzt aber auch nicht gamma-mäßig heller stellen, weil ich weiß jetzt nicht, ist es bei euch genauso dunkel? Wie schallt es denn da aus? Oma! Grüß dich! Hi! Können wir hier die Leiter mitnehmen? Nein, können wir nicht. Wir gehen mal wieder zurück. Sitzen in Berlin. Ah, cool. Oh. Ich fühle mich jeden Tag schlechter. Bitte Mutter der Barmherzigkeit, hilf mir. Ich will keine Spritzen mehr. Sein Vater, seine Ordensritter, sein Gift. Er sagt, ich bin verrückt. Er sagt, der Kuckuck sei mein Sohn. Aber ich weiß, was ich weiß. Sie haben mir alles genommen. Meine Kinder, meine Sprache, sogar meinen Namen. Er hat meine Bibel ins Feuer geworfen und deine Statuen zerschlagen. Aber dich können sie mir nicht wegnehmen, Mutter der Barmherzigkeit, Mutter der Schmerzen. Sehr geil vertont. Sehr, sehr geil vertont, muss ich sagen. Ist alles zu? Also wir haben ein Zack hier einen Schritt drauf. Das finde ich ganz cool, tatsächlich. Eine Lampe wäre schön. Irgendetwas. Irgendetwas, womit wir was sehen könnten, wenn zum Beispiel mal eine Lampe ausfällt hier. Mutter, Vater, wo seid ihr? Bitte streitet doch nicht. Gebt mir lieber ein Sündholz. Oder eine Maglite, die es damals nicht gab. Aber auch so interessante Türrahmen irgendwie. Fühlt man sich ja so ein bisschen wie ein Bruchtal. Und alles ist hier zu. Warum ist alles zu? Okay, rennen wir schnell zurück. Kann ich vielleicht Bedienstete rufen, weil wir Adlige sind? Schnöselige Herrenhausbesitzer? Nein, können wir nicht. So, wahrscheinlich habe ich hier irgendwo ein Feuerzeug. Ja, wir nehmen einfach mal diese Dinger hier, Zündhölzer. Ein Streich, ein Funke genügt. Alles klar. Beim Aufstehen schon gleich instant erstmal das Allerwichtigste zu vergessen. So, dann machen wir hier erstmal die Lampe an. Wie viel Zündhölzer habe ich? Habe ich unendlich? So, das war der Brief an Paule. Okay, können wir die Kamina machen? Nein, können wir nicht. Können wir auf den Balkon? Auch nicht. Schränke öffnen. Ja, geht. Okay, schauen wir nochmal. Oh, ein Iwer. Wir haben ein Iwer. Ein Iwer. Ein Spielzeuggewehr. Das abgenutzte Spielzeuggewehr hat schon viele Kriege überstanden. Schön. Und seit es... Was haben wir da? Johannes. Atmet. Also wir sind anscheinend bei Johannes und wir atmen. Wir sind des Atmens fähig. Schön. Also ich kann noch nicht mal erkennen, was das ist. Aber irgendwie bereitet das Johannes wohl Probleme. Okay, alles klar. Also man kann es jetzt nicht noch mehr triggern. Ja, es ist versperrt. Mit einem Schlüssel können wir es öffnen. Aber wo ist der Schlüssel? Warte mal, hier hinten ist... Ah, hier ist ja eine Treppe. Okay, jetzt noch runter. Dann würde ich sagen, wir gehen mal runter. Ne, hier waren wir schon auf der anderen Seite. Waren auch alle zu. Deshalb, lass uns nach unten gehen. Warte, ich soll jetzt am Abend erst noch runterkommen? Ich habe so Hunger auf was Leckeres. Was? Warum denn? Mutter? Ist das die Mutter? Ich gucke mal eins kurz, wo die Mutter hin ist. Okay. Okay. Also Stimmung ist schon mal sehr, sehr gut in dem Spiel. Ah, der gute Tafelwein. Was haben wir hier? Die Allgemeine Zeitung. Kann ich zoomen? Ich möchte zoomen. Nein, das geht nicht. So, wenn wir mal eine fetzige Schlagg hat. Ist Paula entweder oben oder unten? Oh. Du spürst, dass der Talisman böse in die Schranken weisen soll. Böse in die Schranken weisen soll. Warum wird dir übel, wenn du ihn ansiehst? Hilf mir, bitte, hilf mir. Pauli, Mann, jetzt hör doch auf. Ich hol dir was zu essen. Bin doch gleich da. Er ist karl. Ich muss nicht vom Kriege sprechen. Nicht von meinen verlorenen Söhnen. Ich darf nicht in ihren Zimmer. Die Zimmer meiner eigenen Söhne. Ich darf gar nicht mehr sein. Wenn ich nur auch schon tot wäre. Okay, Karl ist vielleicht unser Vater. So, ich mach mal aus. Weil ich möchte nicht, dass der Song sie schon abnutzt. Ich mag den so sehr. Irgendwie. Der ist so auf heavy rotation bei mir. Aber... Was war denn da? Da. Okay. So, Karte von Saint-Babin. Ähm, ähm, auf Französisch. Mein Schwesterchen. Wie geht es dir denn? Wir waren in Berlin, um dich zu besuchen. Aber das... Aber das Ausmädchen hat uns abgewiesen. Ein alter Mann hat auf Deutsch herumgeschrien. Aber ich konnte nicht verstehen, was er sagt. Waren wir denn am falschen Aus? Warum meldest du dich nicht mehr? Hast du die Spielur bekommen? Ich weiß noch, dass wir auf dem Platz vor der Kirche immer gesungen und die goldenen Vögelchen bewundert haben. Im Café bei Mama und Papa. Wenn es so schlimm ist, komm doch bitte nach Hause zu uns. Wie geht es denn den Kindern? Bitte melde dich. Saint-Babin, den 3. Mai 1908. Okay. Juli. So. Hoppala. Juli hatte letztens eine Kehlkopf-Operation und klingt seitdem leider wie ein Mann. Ja, was ist denn mit Paul? Ist Paul immer noch sauer, weil wir ihn, den Dolch geklaut haben? Orchestrion-Notenrolle. Or-orchestrion-Notenrolle? Ein Marsch zu Ehren unserer großen Generals Lothar von Schmitt. Cool. Nehmen wir. Nicht. An alles ist hier verschlossen. Krieg ich hier für alles noch einen Schlüssel? Mechanischer Vogel. Mega unheimlich, so ein Ding irgendwie. So, hier können wir auch nicht. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen raus aus diesem wunderschönen, verstellenden Raum. Und schauen uns weiter um. So, was haben wir hier? Ja. Meine liebe Mutter. Ich freue mich, dass ihr wenigstens die Kälte überstanden habt. Ja. Aber ich weiß ja, wie ihr weiter hungert in der Heimat. Es wäre doch das Beste, sich geschlagen zu geben. Aber davon will der Vater sicher nichts hören. Er glaubt bestimmt, dass der Krieg ihm Ruhm und Ehre einfährt wie dem Großvater. Ruhm und Ehre sind schon im ersten Kriegswinter gestorben. Mit welcher Lust wir in den Krieg gezogen sind. Wie dumm wir waren. Trotzdem werde ich dem Vater schreiben. Ich mache mir Sorgen um Paul. Johannes. 15. April 1917. Was ist denn mit Paul passiert, sag mal? Salz. Ein Päckchen Salz. Cool. Nehmen wir. Und als große Supernatural-Fan wissen wir auch, was wir damit machen sollen. Wir ziehen einen Kreis um uns. Brief von Frau Bruegel. Berlin. 20. Dezember 1918. Ursula hatte. Okay. Liebe Frau Schmidt. Da sie mir immer so lieb etwas extra zugesteckt haben, bringe ich ihnen ein paar Kartoffeln. Wir haben alle nicht viel, aber ich weiß, dass sie es doppelt schwer haben. Bitte passen sie auf sich auf. Vielleicht kann ich wieder für sie arbeiten kommen, wenn der Winter vorbei ist. In Freundschaft. Ursula Bruegel. Oh, das ist, ich weiß nicht, das ist, ich empfinde das als sehr unangenehm irgendwie. Das sind so, ähm, das macht halt irgendwie so, wie sagt man denn, so authentisch ein bisschen irgendwie. So die Namen sind jetzt nicht irgendwie, hä, Mr. Anderson, Mrs. Debbie Smith, Ursula Bruegel irgendwie. Das könnte jetzt auch meine Deutschlingerin sein, ne? Hier noch ein paar Kartoffeln. Naja, ich meine, das war ja so irgendwie. Die mussten sich alle irgendwie aushelfen, um wieder unten zu kommen. Aber das macht es halt so. Oh. Das zerbricht so ein bisschen die Grenze zum Fiktiven. Mutter hat sich oft stundenlang im Musikzimmer eingeschlossen, aber nicht heute. Du warst, du warst du nicht zulassen. Das musst du nicht zulassen. Ja, ich kann Scheiß gar nicht tun. Wenn nichts abgeschlossen ist, dann ist Mutti im Arbeit, im Musikzimmer. In der dunkelsten Stunde rettet mich nur noch die Musik. Gibt es überhaupt ein Herz, das sich nicht durch sie erweichen lässt? Nur wenn Karl wieder dieses schreckliche Orchestrion und die Musik seines Vaters spielt, dann wird mir übel. Dann stürzt alles auf mich ein. Dann will ich nur noch sterben. Aber ich weiß, wo er den Schlüssel aufbewahrt. Ja, wo? Liebe Mutter, wo? Sammeln von Hinweisen und Dokumenten. Wenn du Dokumente findest, die für ein Puzzle relevant sind, sammelst du sie automatisch ein. Du kannst sie jederzeit in deinem Inventar neu lesen, indem du Tab drückst. Also ich bin der Meinung, dass ich jetzt nicht besonders langsam lese. Aber mit welcher Geschwindigkeit denken die Leute in Spielen, dass wir Menschen lesen? Zündhölzer. Hölzer. Okay, also dadurch, dass ich jetzt ständig Zündhölzer einsammle, fragt mich doch schon so ein bisschen, wie viel haben wir davon? Können wir ein Zündholz quasi einmal benutzen, dann ist es weg? Oder ist das jetzt so nach dem Motto, oben hast du es veressen? Hier hast du nochmal eine Chance. Maybe. Okay, gut. Dann schauen wir mal weiter nach. Vielleicht finden wir irgendwo den Schlüssel. So, hier haben wir einen Eintrag bekommen. So, das machen wir hier mal schön an. Ach dann. Achso, wir haben jetzt einfach bloß einen Streich jetzt. Okay, das war jetzt irgendwie... Wirkt es, als hätten wir einfach nur einen Streicherz angemacht und nicht die Lampe. Aber egal, komm. Brief zum Orchestrion. Soll Ihnen, Herr General und Ihrer Familie, dass dieses Orchestrion und der Marsch, den wir Ihnen heute übersenden, das Schlachtengetümmel ins Hause bringen und sich stets an ihre zahlreichen Siege und die unserer deutschen Vorväter erinnern. Das Orchestrion ist das Maschinengewehr unter den Musikinstrumenten. Denn es löst alle Probleme mit einem Schlag. Ihre Brüder vom ritterlichen Ohrn des Roten Adlers. Boah, Alter, der ist selten so ein Scheiß, Alter. Das ist also... Leute. Na toll und kaputt, das Ding. Reparaturo-Orchestrion. Herr Generaldirektor, jemand scheint sich mit Ihrem Orchestrion einen Spaß erlaubt zu haben. Es wurde verschiedene Teile mutwillig ausgebaut. Die Walze habe ich gefunden und eingebaut. Von dem entwendeten Zahnrad fehlt allerdings jede Spur. Auch Ihre Notenrolle, von der Sie sprachen, fehlt. Den Schlüssel habe ich Ihnen wieder zurück in das Kästchen in der Eingangshalle gelegt. Wir setzen nun die Installation des Lifts fort. Hochachtungsvoll, Klaus Walter. Das Orchestrion. Aha, aha, okay. So, wir brauchen den Schlüssel. Wir brauchen den Schlüssel. Der ist in der Eingangshalle. Kann ich denn jetzt vielleicht ein Zündholz anmachen? Nein. Aber Mutter spielt sehr gut Klavier. Die Mutter spielt gut. So, wir gehen mal weiter. Rote Kerze, der süße Duft des roten Wachses strömt dir in die Nase. Nehmen. Okay, wir haben eine Kerze. Brauchen wir jetzt einfach nur den Wachs? Okay, wir sind in Resident Evil. Boah, Alter, was sind das hier bitte für ein Domizil? Läuft bei denen. Die möchte ich aber nicht putzen alleine. Ach, da sind wir. Ich und Paule. Mein Bild von deinem Bruder und dir. Dein Blick fällt auf den Nachruf daneben. Du hast gekämpft und sie haben dich einfach aufgegeben. Tief erschüttert, bringen wir die Nachricht, dass die Söhne unseres Generaldirektors und Enkel des großen Generals Lothar von Schmidt, Paul von Schmidt, geboren am 5.03.1899 und Johannes von Schmidt, geboren am 3.10.1893, den Heldentod gefunden haben. Wir bitten um stille Anteilnahme. Berlin, 12. Oktober 1917. Farbenfabriken Kaif und Schmidt und Co. Okay. Also, unser jüngerer Bruder und wir sind laut dieser Todesanzeige im Kampf hier fallen. Als zwei Söhne eines Farbfabrikanten, Karl. Und wir sind Fons. Menge zu lesen. Der Kaiser rief und alle, alle kamen. Gott mit uns. Mein herzlichstes Beileid zum Verlust ihrer beiden Söhne. In Freundschaft, Ubräugel. Berlin, den 28. Oktober 1917. Okay, Story wird uns wahrscheinlich sehr, sehr massiv über Zettel mitgeteilt. Aber hervorragend gemacht, muss ich sagen. So, wann war der Schlüssel? Ist ja eine Eingangshalle, haben sie gesagt. Schauen wir mal kurz, ob wir den hier vielleicht irgendwo finden. Können wir die Kerzen mitnehmen? Ja, komm, lass uns mal den Altar schänden. Mutti wird ausrasten. So viel steht schon mal fest. So, hier nicht. So, wir haben auch Tante Heintjes Klox an. Oh, so ein Muster. So, jetzt sind wir hinter der Halle. Kann mich jetzt schon total verlaufen. Wunderbar, ach, geht's im Keller. Hm, schön. So, ich würde gerne was sehen. Kann ich, kann ich nicht irgendwie eine rote Kerze benutzen? Manu, warum nicht? Ist auch interessant, dass er die Tür bloß einfach so kurz mal aufmacht. Aber nicht ganz oft macht. So, jetzt sind wir im Westflügel. Wunderbar, schön. Hier wurde ich eigentlich eigentlich hin. Ah! Was soll das heißen? Zündhölzer gefunden. Und eine rote Kerze. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, sich hier sämtliche Lichtquellen zu nehmen. So, Zeitung mit Verlustlisten. Du willst sie nicht lesen. Ja, das wäre böse, was lesen. Mutti! Hallö! Grüß dich! So, können wir dann zeigen jetzt die Tür eigentlich raus? Nee, können wir nicht. Ich würde tatsächlich gerne erstmal hier drüben mal klar Schiff machen, irgendwie, bevor wir jetzt irgendwo anders hin hasten. Was hier geschehen. Hey, nicht schubsen. Wenn du so eine lahme Schnecke bist, du hältst die Räuberleiter nie richtig. Ich hab euch gesagt, ihr sollt nicht immer durchs Fenster reinsteigen. Aber ihr habt ja nicht aufgemacht. Ja, ich hab extra geklopft. Und du bist nicht gekommen. Ach, ihr. Dann kommt jetzt rein. Und nicht so laut. Der Großvater schläft. Ich bin nochmal überlegen, ob das tatsächlich... Hey Dave, grüß dich! Ähm, die Synchronstimme von, äh, 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 ähm, Julia Roberts ist. Die Mutter. Kann das sein? So, waren wir hier schon? Mutter hat sich auf schon lange zum Musil mitgebracht, aber heute nicht. Nee. Ja, nee, wir waren schon hier. Genau. Okay, alles klar. Also, wir haben jetzt die Option zu sagen, irgendwie, ähm, wir schauen noch mal irgendwo hier vorne im Haupttreppenhaus, ob wir hier irgendwo einen Schlüssel finden. Vielleicht... Also, ich will jetzt noch nicht oben weiterschauen. Ich will nur hier in diesem Raum oben schauen. Ob hier der Schlüssel ist. Eine Schatulle. Yes! Der Orchestre und Schlüssel. Wunderbar! Ah, der Schlüssel für einen Musikautomaten des Großvaters. Nehmen wir. 25. Mai 1916. Dass unsere beiden Söhne nun den Dienst für den Kaiser und das Volk angetreten haben, will Magdalena nicht hinnehmen. Ein Unsinn. Ich wollte Vater nie glauben, doch vielleicht hat er recht. Vielleicht ist ihr nicht zu helfen. Sein Vater vor neun Jahren zu uns kam, ist sie völlig verändert. Ich habe ihr Quecksilber verabreicht. Nach kurzem Protest war sie endlich still. Ja, Quecksilber. Super tolle Idee, Alter. Spritze und Ampole. Quecksilber. Zehn Milliliter, Alter. Oh. Alter, verabreiche deinen Körper niemals, Quecksilber. Nie, niemals. So, okay. Dann würde ich mal kurz zum Orchestrion gehen. Und da mal ein bisschen was aufschließen. Also, ich muss sagen, wir sind der dynamische Johannes. Also, er kann schon mal länger rennen als die Soldaten in Modern Warfare von Call of Duty. Die können nicht so lange springen. Denn. So, was haben wir da? Was steht da? Senf? Start. Okay. Hier fehlt etwas. Alles klar. So, hier wird wahrscheinlich... Genau. Du hast die Notenrolle eingelegt. Okay. Und hier? Was fehlt hier? Wahrscheinlich Zahnriemen oder... Ach nee. Zahnrad. Was wir jetzt haben. Okay. Mutti. Ich hab nichts gemacht. Oh. Jetzt ist die schöne Knacki irgendwie rum. Der ist schon lauter Scheiß. Mutti jetzt. Hat sie die Tür aufgemacht? Ah, okay. Mutter? Morgen. Eine Puppe. Fast scheint es dir, als würde sie dich beobachten. Nein. Okay, kann mich da... Ein seltsames Pendel. Du fragst dich, wofür es gut sein mag. Hier fehlt etwas. Soll man hier eventuell die Kerzen hinstellen? Vier Stück haben wir davon schon. Aber naja, die werden auch nicht hingestellt. Nee. Die Kerzen sind es wohl nicht? Wunderbar. Fühlen sich höher an. Der Schauer läuft mir über den Rücken. Keine. Es ist okay. Wunderbar der... Bei den... Bei den Skills. Okay. Schauen wir uns mal weiter um. Unser Stammbaum schlägt Wurzeln. Das Geschenk aus St. Balbin. Ein Stück meiner Heimat. Zwischen den exotischen Pflanzen von Karls Vater. Hm. Schön. Ein Bauch... Äh, ein Bauch. Ein Baum bekommen. Das ist von Reich. Du traust dich kaum hinzuschauen. Die Bilder erinnern dich an Dinge, die du vergessen willst. Was ist denn hier schien? Und Mann, ich will eine Lampe. Als Karl Fort war, nutzten Herr Dupré und ich die Zeit für eine Begehung. Den Kuckuck wollte er nicht sehen. Er glaubt mir. Im Salon verspürte er eine eisige Kälte. Genau dort, wo der Tyrann gestorben war. Schon zu Lebzeiten hat er nur Unheil über uns gebracht. Herr Dupré sagt, das Haus ziehe viele zornige Seelen an. Mit Talismanen, Geisterglocken und Klopft. Zeichen, drei für die Dreifaltigkeit, soll ich versuchen, ihnen Einheit zu gebieten. Bis zur nächsten Sitzung. Die Engel werden mir beistehen. Ich will ihm glauben. Aber der schreckliche Kuckuck klopft auch und ruft und will fressen. Er bringt mich um den Verstand. Wir sind ja Kuckuck, ne? Also Kuckuck steht ja eigentlich, ist ja ein diebischer Vogel irgendwie. Oder er wird ja ein gewisses Maß an, wie sagt man, Liebeslust nachgesagt. Und wenn wir vorne die Dolch gestohlen haben, sind wir vielleicht der Kuckuck. Haben wir Hunger gehabt? Tja, was muss hier hin? Gläser vielleicht? Flaschen? Schade, Kerzen hätte schön gepasst tatsächlich. Wirkt hier so nach so einer Seance. So, ein Fotografe. Es ist kein Wachszylinder eingelegt. Okay. So, ein Foto da oben. Haben wir das Foto? Das haben wir schon angesehen, ne? Ne, das waren Elstern. Kuckuck doch aber auch. Ja, aber es stimmt, Elstern sind die, sind die... Es ist ja immer alles, was glänzt, wird gemobst. Kuckuck, kriegt die Eier im Fremdetnis. Ja, genau so, wo war's. Oh, das Telefon ringt. Wo ist das Telefon? Ich komme! Oh, ach, das war die Klingel. Ach, der Elfer, der Elfer da. Ja, das wird wir ja nicht vorgelesen, oder? Brief des Spiritisten. Sehr geehrte Magdalena von Schmidt. Aufgrund der Androhung ihres Mannes von körperlicher Gewalt gegen meine Person und der unbeglichenen Zahlung sehe ich mich leider außerstande, sie heute in Person bei ihrer persönlichen spirituellen Sitzung anzuleiten. Da ich aber weiß, wie sehr sie die Hilfe der Engelskräfte in diesen dunklen Stunden benötigen, schicke ich ihnen ein Wachszylinder. Mit meiner Anleitung und meinen Anrufungen. Ja, angeläu. Weiterhin übersende ich ihnen silberne Ketten, äh, silberne Kerzenhalter. Aha. Äh, das geweihte Pendulum, was empfindlich auf spirituelle Schwingungen reagiert. Insbesondere böser Natur. Habe ich ihnen ja beim letzten Mal überlassen. Ich habe mir erlaubt, die Kosten hierfür der letzten unbeglichenen Zahlungen zuzufügen. Im Geiste bei ihnen in Dupré. Okay, es sind also silberne Kerzenleuchter, die wir hinstellen müssen wahrscheinlich auf den Tisch. Und hier haben wir den Wachszylinder des Spiritisten. Eine Fotografenwalze, auf der eine Anrufung des Spiritisten Dupré aufgezeichnet wurde. So, und wir haben Kerzenhalter. Fünf Kerzenhalter aus Blei. Die Silberfarbe blättert bereits ab. Mmh, fake. So, und wir haben schon mal, äh, okay, wir schauen uns von alleine um. I wanna play ball. So, und schon bin ich hier bei dem Molo-Lolo-Gist hier. Das ist mein Ball. Merk dir das mal. Ich will doch nur kurz mal mit ihm spielen. Nimm doch deinen eigenen. Der ist aber gar nicht rot. Du kleiner Trotzkopf. Na gut. Aber du bringst ihn mir wieder. Versprochen? Versprochen. Und er kam nie wieder mit dem Ball. Nehmen wir den Ball. Die olle Pflaume. So, was wollte ich sagen? Achso, wer schon mal Tanz der Teufel gesehen hat, wehe es, mach nie irgendwie irgendeinen Soundfall an mit irgendeiner Beschwörung drauf. Kann nur in die Hose hin. So, okay. Dann legen wir nochmal hier die Fashion Hills auf. Und stellen mal ein paar Kerzenständer hin. Da sollen bestimmt noch die roten Kerzen drauf, würde ich sagen. So, Mutti, Trafik mal kurz. Dankeschön. Ne. Kommt ne Struff. Da mag mal was an, wa? Nun, da Sie die Kerzenhalter platziert haben, benötigen Sie fünf Kerzen und Streichhölzer. Bitte holen Sie diese jetzt. Kerzen und Streichhölzer. Sehr wohl, Mr. DuPray. Ich hab doch die Kerzen. Aber ich hab nicht fünf Stück, ne? Doch, ich hab fünf Stück. Vier, ich hab vier. Hm. Okay, gut. Uns fehlt noch eine rote Kerze. Ah, schön. So, schauen wir mal. Rote Kerze. Rote Kerze. Will ich die Tische nicht lesen? Nein. Küchendienstplan. Küchendienstplan. Und, oh, wohnen wir mal hier in Zeit. Und Hausreinigungsplan. Acht Uhr morgens bis sieben Uhr abends. 14.9. Bräugel. 15.9. Bräugel und Einkauf. 16.9. Adler Bräugel. Reinigung. 17.9. Adler. Letzter Tag. Und 19.9. Bräugel. Letzter Tag. Super cool. Okay, zu. Beim Anblick dieses Bildes wird dir übel. Wer malt so etwas? Ist das mit Schützengramm oder? Ja. So, okay. Dann lass uns doch mal schauen. Wo könnte eventuell noch eine Karte sein? Ah, eine Puppe da oben drin. Nichts. Okay, wir schauen vielleicht noch mal kurz oben nach. Ist das halt oben? Würde ich sagen, ja. Ja, brauchen wir mal einen Schlüssel? So, können wir hier was mitnehmen? Noch. Nee. Ach man, ärgerlich. Ach nee, ist eine Flasche. Schade. Hm. Ist das hier? Käpt'n Hummelsnuff? Autogramm dem zukünftigen Helden. Siehste, er könnte mit verbundenen Augen fliegen. Rittermeister Manfred, Führer von Richthofen. Ah. Öffne die Freiherr von Richthofen. Aha. Ein Geschenk des großen Generals. So, wo ist die rote Kerze versteckt, ihr Lieben? Ah, ist interessant, dass du vorher die anderen nicht aufstellen kannst, sobald du nicht alle hast. Nee. Habt ihr irgendwo noch eine Kerze gesehen? Die mir unübten Auge jetzt wieder entglitt. Verzerrte Stürmer spricht man sich selbst. Unheimlich. Sehr, sehr unheimlich. Die Musik ist eigentlich noch recht entspannt. Das finde ich sehr angenehm. Okay. Das wird sich wahrscheinlich sehr schnell ändern. So, vielleicht müssen wir auch drüben im anderen Flügel suchen. Oder war oben noch eine. Also, er kann zwar relativ gut rennen. Recht lange. Aber dann darfst du auch nicht kurz aufhören. Du darfst nicht stehen, denn. Dann ist es sofort vorbei. Okay. Okay, hier ist zu. Mal kurz drüben. Einfach nur mal auf Nummer sicher zu gehen. Hoch zu. Okay. Gut, dann bleibt mir jetzt nur noch die Möglichkeit hier drüben, am anderen Flügel weiter zu suchen. Der einfach mal scheiß groß ist, ey. So, die Verlustenliste der Zeitung. Und dass er dunkel ist wie ein Bärenarsch hilft, der Sonnyleiter. Hier ist zu. Hier ist nochmal der Raum hinter der Treppe. Notiz des Arzt. Notiz des Arztes. 1908. Ja, wie ist man ja damals, ne? Hey, hey, hey. Uh, ah. Was? Also bis jetzt ist, Gott sei Dank der Horror. So, jetzt bist du auch nass. Nicht spritzen. Mama, der hat mich mit Wasser nass gemacht. Setzt euch mal zu mir ans Ufer. Und dann die Füße ins Wasser. So. Schön warm. Oder? Warm und nass. Guckt mal die Sägelboote. Wie schnell die sind. Die fahren bestimmt nach Amerika. Von Wannsee aus? So groß sind die Seen nicht. Na, vielleicht ja doch. Vielleicht finden sie ja einen Weg. Über die Havel. Zur Elbe. Dann nach Hamburg. Dem Tor zur Welt. Und dann... 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 Ist alles möglich. Toll. Sehr schön. Oh. Ist das Karl? Er. Vater hat uns nichts gesagt, als er das Bild von sich zum ersten Mal gesehen hat. Er hat nur geschwiegen. Ja. Schöne Selbstporträt. Oh, da hinten ist er. Die steht so exponiert. Ich weiß nicht. Hallo. Was ist denn das für ein Haus, Alter? Na, sag mal. Und wir haben sie. So, ich eile, Frau Mama. Da bin ich. So, jetzt stellt er sie hin. So, jetzt stellt er sie hin. Nee. Warum stellt er sie nicht hin? Ich verstehe nicht. Wir haben fünf rote Kerzen. Ja, schön. Und nun? So, wir müssen wir hier nochmal kurz die Wachsmatritze anhauen. Sie haben die Kerzen und die Streichhölze. Ja. Sehr gut. Stellen Sie nun die Kerzen auf die Kerzenhalter. Na, das haben wir falsch gemacht. Das. Ja, was. Klar, wir haben sie uns die ganze Zeit ins Ohr gesteckt. Mann, ey. Okay. So. Äh, Mutti? Alles cool? Bleib einfach sitzen. Entspann dich. Ich kann sie jetzt auch noch nicht anzünden. Ich muss nämlich erst von Dr. Dupré hören, dass ich sie anzünden muss. Ja, hab ich so. Ja. Oh, ich würde ja... ...wenden Sie das Pendulum und zeichnen Sie dann die Linien mit Salz. Dann fahren wir fort. Okay. Du weißt nicht, in welcher Reihenfolge du es... Das geweihte Pendulum wird Ihnen nun zeigen, in welcher Reihenfolge die Linien des Drohnenfußes zwischen den Kerzen mit dem Salz zu ziehen sind. Verwenden Sie das Pendulum und zeichnen Sie dann die Linien mit Salz. Dann fahren wir fort. Das hat so ein bisschen was jetzt so von Witchcraft-mäßig, so auch mit der Musik zusammen, so. Ich finde es sehr, sehr cool. Weißt du, schön gemacht? Sag jetzt noch. So, Pettagramm steht. Dr. Dupré, warum seid gar nicht jemand Doktor? Herr Dupré. Ist das Zeichen vollständig? Ja. Entzünden Sie nun die Kerzen. Jawohl, Sir. So, ist es uns eigentlich auch mal ansatzweise nur mal in den Sinne gekommen, dass es vielleicht eine richtig dumme Idee ist, was wir hier gerade tun. Ja, wir ziehen hier gerade ein Ritual ab. Hier sitzt uns in der Gammel-Ekleb-Puppe, wo Paare oben rausgucken. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Blackfall, Mahlzeit. So, wir machen es an. Was sollen wir mal andere tun? Ja, la. Das ist einfach stören. Sehr gut. Finden Sie nun einen persönlichen Gegenstand, der dem Toten gehört hat. Versuchen Sie es mit dem roten Ball, den wir in der Vergangenheit so erfolgreich verwendet haben. Okay. Sie haben den Ball, den Ihrem Sohn gehört hat. Ja, habe ich. Gut. Nehmen Sie nun am Tische Platz. Yay. Wir sind bereit, mit der Seance zu beginnen. Platzieren Sie den persönlichen Gegenstand des Verstorbenen in der Mitte des Rudenfußes. Ich wiederhole. Nehmen Sie den Ball und legen Sie ihn vorsichtig in die Mitte des Zeichens. Ich habe ein schlechtes Gefühl darüber, dass es wirklich ist. An diesem Abend rufen wir die Angeloi an. Wisstet, dass der Okkultist Dupré, dessen Stimme ihr vernehmt, der die Chroniken von Akasha studiert hat, euer Gewahrt ist. Ja, ich höre euch. Oh, Angeloi und Geister des Willens. Ihr Diener des Herrn. Die Weisheit des alten Mondes ist mit euch. Schafft mit mir eine Astralbrücke. Losgelöst von den Fesseln von Ort und Zeit. Ich bin nun bei Ihnen, Magdalena. Es irren Schatten durch dieses Haus. Geister, Wesenheiten und Dämonen vergiften die Seelen derer, die sich ihrer nicht erwehren. Findet unter Ihnen die Seelen des Kindes. Findet sie und geleitet sie zur Mutter. Führt sie durch das Licht zu uns in den Kreis. Es ist hier. Das Kind ist die Gigerbe. Deine Mutter ist langtisch in deinem Zuhause. Gehst du ihr? Verstehst du uns? Geh zu ihr und gib ihr ein Zeichen. Oh, es geschieht. Schließen Sie die Augen. Gegen Sie der Seele raum. Ja. Schatten. Es ist wegen Ihren Schatten. Lassen Sie sich nicht von ihm verfügeln. Was? Glauben Sie an das Licht der Mutter der Barmherzigkeit? Sie ist bei uns. Spüren Sie ihre Liebe. Leute, mal ernst kurz. Ist das Bild bei euch auch so dermaßen duster? Dass ich niederdurch eine Sele in den Körper, den deine Mutter ihr gegeben hat. Wie sie dir schon einst angemahnt. Dein Heim ist hier. Ich sehe... Verrot. Sie dürfen auf keinen Fall rote Karten rüllen. Hören Sie, Frau von Schmidt? Niemals zu Bord. Wir haben hier rote Kerzen. Wer im Hass betet, wird rot werden. Doch nicht vom Licht. Ich habe es doch gesagt. Wir hätten es nicht tun sollen. Ich spüre einen im Titelboden. Es ist nicht Maria. Es ist ihr Lutifedersches Gegenstück. Warte. Ich bin auf Mord. Die Schattenstuerte. Ich muss mal eins kurz das Gamma hochstellen. Das ist mir zu dunkel. Ich sehe hier echt nichts. So, Gamow. Haben wir hier noch Gamow? Mal begehen, Kläger, oder? Kann das sein hier? Hör unten, Gamow. So, das ist mal 4,8. Äh, 8,4. So, und zurück, bitte. Werderspielen. Weil wenn du hier gar nichts siehst, dann ist das auf den Arsch. Was ist der Kreuz da vorne? Hab ein bisschen neu. So, das sind wir die... Nächste Telefon diesmal, ne? Okay. Schön. Also haben wir jetzt die Schmerzensmutter hier rausgelassen, ja? Das ist toll. Und schon wieder habe ich gleich Anisha the Bunker Flashbacks. So, wir folgen mal der... Der Schnorra Spur. Schön. Oh, nee, Alter. Oh, nee. Was ist denn... Sie ist nicht nur nah, sie ist hier. So, okay. Ich folge mal Schnoderinchen. Was für eine richtig dumme Idee, Alter. Was für eine richtig dumme Idee. Okay, die Tür ist offen. Kann ich lehnen? Nee, kann ich lehnen. Das ist wirklich eine Ausnahme aus dem schönen Bart, muss ich sagen. Oh, ey. Wir töten für so eine Wanne hier, Alter. Na. Der Ball ist in der Wanne. Warum bist du nicht zuerst in den Krieg gezogen? Warum er? Ich will nicht, dass er geht. Ich muss? Nein. Ich will, verstehst du? Für unsere Freiheit. Wenn nur Paul alt genug wäre, aus ihm wird ein richtiger Soldat. Ja, ist das, Dave. Das ist das. Ad infinitum ist das. Vor zwei Tagen rausgekommen. Oder, nee, eigentlich vor drei. So. Haben wir ein Spiegelbild? No. Aber sieht wirklich sehr, sehr schön aus hier. Muss man sagen, Rufi. Schönes Bart. Hier kommen wir mal die Grusel bei. Leute, ihr wisstet, ich wisstet, es ist eine Falle. Wenn ich nach die Ball greife, bin ich am Arsch. Ist so. Das hat mich denn noch gekriegt, Alter. Wie kann das nicht sein? Ich war drauf vorbereitet und dennoch. Ja, ich hab Schiss. Na los. Was ist das für eine Frage? Ich war klar, ich schiss. Ruinen. Oh. Oh, Gänsehaut. Ich wünsche mir meinen Drash zurück. Entspannt und angeln. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Hat der nicht, hat, 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 hat Anisha the Bunker nicht so geendet? So, wo ist mein Nivea? Halt mein Nivea bei. Ich wünsche mir mein Nivea. Ich hab kein Nivea. Aber wir haben unsere Hand noch. Ich finde es sehr schön. So, Tarotkarte Nummer 1. Oder was? Gedrucktes Bild. Die Schmerzensmutter. Ein paar Konserven. Was gibt es hier? Frischkonserver. Ich finde das echt cool, dass wirklich alles in Deutsch ist. Finde ich wirklich mal sehr, sehr angenieb. Vor allem halt auch natürlich in richtigem Deutsch, wa? Weil manchmal hast du halt so in Spielen irgendwas in Deutsch zu stehen, was halt irgendwie totaler Blödsinn ist. Kann ich hier auch? Ne, kann ich nicht. Und natürlich muss ich sagen, ist die Synchro sehr, sehr cool gemacht. Das waren keine Soldaten in der Kirche. Ich weiß es. Ich habe Schreie von Frauen gehört, als unsere Gasgranaten eingeschlagen sind. Die anderen behaupten, dass ich mir das eingebildet habe. Aber ich weiß genau, was ich gehört habe. Ich glaube, Rosala weiß es auch. Er hat die Granaten verschossen. Und war kreidebleich. Heute Nacht werde ich nachsehen. Ich muss Gewissheit haben. Johannes von Schmidt. Oh Mann. Ja, das ist das erste. Eigentlich nicht. Ich glaube, das erste, was im Krieg stört, ist die Wahrheit. Und das zweite die Unschuld. Oder irgendwie war das? Wie war das? Krieg's da eigentlich nicht mehr zusammen. Ah ha. So, ich habe jetzt auch kein Nivea. Das finde ich irgendwie doof. Ich wünsche mir mein Nivea wieder. Nicht, dass mir das wahrscheinlich irgendwann gegen diese Schmerzensmutter helfen würde. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich einen Hauch sicherer fühlen. Oder wenigstens Illusion von Sicherheit haben. Menü. Spitzhacke. Mit der Spitzhacke kannst du Morscherholzbretter und maroden Wänden zur Leibe rücken. Die dir im Wege stehen. Cool. Nehmen wir. Wir haben die Spitzhacke. So. Hallo? Wie benutze ich denn die Spitzhacke? Hä? Okay, alles klar. Es wird über ein Symbol angezeigt. Er hat Dampf drauf. Jetzt können wir uns einmal die Wand eingeschlagen. Kann man machen. Und das ist die Gliese. Nur was bei. Ich kann kein bisschen Französisch. Ich lasse es lieber. Auch Französisch. Kommt zur Türche. Wir teilen euch mit, was wir haben. Sucht zu Flucht bei der Mutter Gottes. Kommt zur Küche. Sehr schön. Okay. Gehen wir hier mal durch. Ja, siehst du auch richtig an der Hand, wie abgemagert er ist. Oh Gott. Ja, das ist halt so. Dieses Überbleibste eines kleinen, schönen, französischen Straßencafés. So, wir werden definitiv zur Kirche müssen, aber ich würde vorher gerne hier reinschauen. Oh nein, hat er hier diesen komischen Vogel hier? Mit was für einen Tant-Zivilisten ihre Zeit vertunen. Ein Unsinn. Mhm. Das macht natürlich nicht so viel Spaß, wie Menschen töten, ne? Wir haben kaum etwas zu essen. Auch die Adler und die liebe Frau Bräugel mussten ihn entlassen. Alles, weil Karl und seine Wahnsinnigen diesen elenden Krieg angezettelt haben. Auch Paul ist nun an der Front, aber er lässt nicht von sich hören. Er kommt nach seinem Vater. Aber mein Johannes schreibt mir, ich zähle die Tage, bis ich ihn zurück habe. Er will nicht zurück zu uns ins Haus. Wegen Karl. Vielleicht geht er fort mit mir. Vielleicht nach St. Paul Wien. Hm. Also, Bums hat er unten drauf. Können wir nicht meckern. Notiz des Pfarrers. Es liegt in Trümmer. Fast scheint es, als hätte sich eine schreckliche, unauffallsame Kreatur den Weg durch unser Dorf gebannt. Die Überlebenden werden in unserer Kirche Zuflucht suchen. Ich werde mein Bestes tun, um sie zu beschützen. Gott, steh uns bei. So, dann gehen wir nochmal kurz in die Kirche. Ach du Scheiße. Der Feind hat sich in der Kirche verschanzt. Okay, wir kommen jetzt in die Kirche. Kommen wir überhaupt in die Kirche? Sollen wir überhaupt in die Kirche kommen? Oh, wir sind da oben im Fenster. Scheiße. Du hast es doch gesehen, was wir hier drüben haben. Was? 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 Ja, wo muss ich denn füttern? Du trafst mich nicht einmal nach oben. Hör auf, so zu reden. Ich will es auch nicht. Ich will meines richtigen Sohns. Scheiße, irgendwas ist mit Paul passiert. Ich werde ihn zurückholen. Heute Nacht. Paul hat sich verwandelt. Nein, ich stehe. Nein, ich will... Ich habe gesagt, du hörst deine Sohnsüten. Okay. Können wir jetzt ran? Nein. Das sieht aber wirklich krass aus. So, ja. Gehen wir nochmal hier lang. Boah, ich will gar nicht... Ich frage gar nicht, erst hatte das. Was ist das denn? Sind das Dosen? Konservendosen? Was ist das denn? Sind das Dosen? Konservendosen? Was ist das denn für ein Heusch? Hmm... Oh, nee, Alter. Irgendjemand frisst irgendetwas. Glaube ich. Das hört sich richtig mies an. Was ist denn das? So, wenn ich jetzt hier durchgehe, klappert es gleich. Irgendwie eine andere Möglichkeit. Nee. Kann ich hier an der Mauer hochspringen? Nee. So, versuch mal durchzuschnieten. Und dann. Nein. Oh nein, ey. Oh nein, ey. Scheiße. Der Bezug mach ich muss durch irgendwie. Muss ja durch. Alles liegt in den Trümmern. Fast scheint es, als hätte ich eine schrecklich unaufhaltserklärung. So hoffen wir schon. So kann ich nicht mit der Spitzhacke auch irgendwie diese Viecher töten? Oder bin ich einfach komplett hilflos denen gegenüber? Nein, ach Gott. So, schön mal mit meinem dicken Schädel durchgekommen, wunderbar. Ist ja gewiss, wir könnten hier durch die Mauer. Aber ich bin ein bisschen neugierig. So, durchflacken einmal. Danke, breach and clear. Nimm doch, warum hat er das denn nicht genommen? Scheibenkleister. Komm ich da jetzt nicht mehr ran? Was war denn das? Sah wie ein Spaten aus oder irgendwas? Boah, da oben ist er. Ist das ein Gruel oder irgendwas? Ich gebe überhaupt nicht. Habt ihr erkannt, was das war? Stimmt, irgend so ein überwichtiges Collectible irgendwie. Was das Spiel für mich wesentlich einfacher gemacht hätte. Aber nein. Bleib ruhig. Die Kreatur Hunger ist sehr geräuschempfindlich. In manchen Situationen. Kann ich das noch irgendwo nachlesen bitte? Dokumente. Schleiche der Empfanden vorbei. Okay. Okay, also wir müssen jetzt sneaky mäßig vorgehen. So, wir haben zwei Wege. Okay, hier wollen wir wahrscheinlich nicht vorbeikommen. Dann wollen wir hier lang gehen. Okay. Da vorne können wir uns durchkloppen. Aber hören die das nicht, wenn wir uns irgendwo durchschlagen? Oh, die fressen die da ein Pferd oder was? Ah. Das hören die doch. Ja. Und muss weg. Was ist das? Du willst nicht wissen, was da runter ist. Oh, sie ist so klickermäßig unterwegs. Ah. Ah, Spint. Komm. Ich bin im Spint verstecken. Okay, also sie hören natürlich alles, was Geräusche angeht irgendwie, ne? Selbst wenn wir uns halt irgendwie storybasiert durch irgendeine Wand arbeiten. So, ich schau mal hier vorne, ob ich hier noch irgendwas finde. Ich glaube hier wird nichts mehr sein, ne? Ne. In die Kessel. Oh. Mein Gewehr. Mein treues Gewehr. Deutsch ist mein Gewehr. Ich sag mal wie das ist, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Visage hat sowas auch schon mal mit mir abbezogen. Plopp. Also sowas ist fies. So Sirene, haltet ihr drückt, um Sirene anzukurbeln. Lass los um Sirene zu starten, ist ja ruhig kein Fein anlocken. Ich hatte recht. Oh Gott, es waren Zivilisten in der Kirche. Ich habe unserem frisch gebackenen Leutnant melden wollen, was ich gesehen habe. Aber er wollte es nicht hören. Hat gelacht. Sagte, ich soll nicht heulen vor versammelter Mannschaft und dass die Heeresleitung weiß, was sie tut. Dabei habe ich ihn gewarnt. Ich erkenne ihn nicht wieder. Was haben sie aus ihm gemacht? Ich werde versuchen, mit dem Kompaniearzt zu reden. Vielleicht gibt es Überlebende. Bei Gasgranaten? Eher nicht, glaube ich. So, könnte die jetzt... Die Sirene läuft ja wahrscheinlich ein bisschen nach irgendwie. Könnte mich da vorne durchkloppen? Kloppe ich mich erst durch und benutze denn die Sirene? Sollte ich die Sirene überhaupt jetzt benutzen? Oder ist das einfach nur... Ich muss weg! Scheiße, ich muss weg! Zwei Wege. Okay, wir sind auf dem Friedhof. Boah, sieht nicht aus, ey. Wollen wir uns mal in den Rand schleichen? Wie geht's? Oh, okay! Okay! Schade, 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 schade. Wir sind gestorben. Leider. So, hoffentlich. Schauen wir mal, ob das Spiel faire Checkpoints hat. Ne? Wo sind wir jetzt hier? Okay. Ist das der Ding, äh... Ja, ist es. Interessant. Interessant. Ich hab's hier nochmal zu lesen. Nee, ne? Okay, haben wir die Möglichkeit, irgendwie Steine oder irgendwas zu werfen, um den abzulenken? Du, 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 du. Okay. Gut. Also, wir können nicht zu nah an diese Viecher ran. Wir müssen ein wenig Abstand halten. Warum sitzt er denn jetzt nicht mehr, der Kleine? Wo ist mein großer Weg? ja wenn ich hier durch hier komme ich auf jeden fall mit der bürmer an die glocke ist mir egal da kann ich nicht umgehen folgen die mir folgen die mir meine kleine marien schreien du hältst all das für unsinnige aber glauben ja okay sie folgen uns nicht durch diese schreien weil sie müssen auch nicht durch weil es eine sackgasse ist wie schön das ist aber toll das ist aber ach nee doch nicht hier ich war in derart ok hier haben wir ach du meine fresse alter können wir oben lang und dann rüber ja kachai zwei stück von drei ok gut also wir müssen auf jeden fall die sirene benutzen anders jetzt nicht so dann drückt mal die daumen leute so koffe die sind so geistesgegenwärtig und stürzen sich sofort die bresche runter und wir dürfen nicht über die brücke rüber und los so ist bett immer checkpoint kann ja die sirene mehr als am warntag genau so ja also haben sich wohl geweigert ihr dorf zu verlassen und bei der mutter gottes schutz gesucht wo ist sie gewesen was wird sie mit uns machen wenn sie erfährt was wir getan haben Und wir? Die Front frisst sich voran und wir haben die Welt in die Hölle auf Erden verwandelt. Unsere Gebete hört nur der Teufel. Ja. Wow. Oh Gott. Die Schmerzensmutter. Oh. 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 Okay, okay. Okay, die Schmerzensmutter wollte nicht, dass wir vom Hunger getötet werden. Gräben. Was zur Hölle, Alter. Ich glaube ja gar nichts hier in dem Spiel. So hört es mich an, wenn ich aufstehe? Oh Gott, was ist denn das jetzt bitte? Oh, jetzt ist ein bisschen Licht. Okay, da geht es lang. Sind wir jetzt wirklich in den Katakomben unter Notre Dame oder wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt glaube ich bloß so ein metaphysischer Übergang. Musik ist aber wirklich ausnehmend schön. Musik ist aber wirklich ausnehmend schön. Zur Front. Ich fühl mich wirklich sehr unangenehm zu den Katakomben. Unterstände. Lauf im Versteckung, um sich vor Feinden zu verstecken. Oh, nee. Echt jetzt? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Erkennungsmarke. Richard Michalski. Pinsk. Dritter Öfter 93. Nehmen. Das sind, glaube ich, Collectibles, ne? Da habe ich Mission. Nee, Dokumente. Doch, hier. Wir haben eine deutsche Erkennungsmarke von 28. Und es gibt 28 französische Erkennungsmarken. Yikes. Also, wir versuchen alle zu finden, aber ich kann nicht garantieren, dass wir alle finden. Also, mal sehen. Horschposten. Hat den Franzosen stundenlang rufen hören. Er steckte nach Beschuss im Stacheldraht fest. Sein Kamerad ist raus zu ihm und hat versucht, ihm zu helfen. Der neue Leutnant war mit Feldstecher bei uns und hat Schießbefehl gegeben. Hat den Kameraden Otto erwischt, wie er absichtlich daneben schoss. Das tun doch die meisten von uns. Der Leutnant hat dem Otto gesagt, dass er im nächsten Sturm auf den Feind als erster raus muss. Der Franzose hat seinen Kameraden nicht aus dem Draht befreit bekommen. Und das zurück in seinen Graben. Ich habe das arme Schwein am Draht noch drei Nächte rufen hören. Wenn das Niemandsland einmal, wen das Niemandsland einmal hat, dann gibt es nie mehr frei. Boah, jetzt überleg mal, du sitzt hier, Alter, und hörst drei Tage lang jemanden schreien. Überleg mal, was das psychologisch mit dir macht. Also, drei Tage, Alter. Ich bin weg. Das macht mir tatsächlich ein bisschen Angst, wenn ich diese Unterstände sehe, irgendwie. Also, wahrscheinlich ist er irgendwann sehr schnell unterwegs. Hat er schon Haare am Sack? Muss er aufpassen, dass er sich die Stiefel nicht schmutzig macht? Weil wir noch so jung waren? Außerdem frage ich mich tatsächlich, warum sind die Unterstände da so weit hinten? Wenn ich jetzt so weit laufen kann, muss ich den ganzen Weg jetzt rumlaufen? Kaiserwilhelm-Barrikade. Oh, Mann. So, ich gehe mal hier kurz schauen. Klappsparten. Oben lang, unten lang. Ich höre auf jeden Fall drüben schon mal irgendwas glitschen wieder. Was niemals ein Juni-Teilchen sein kann. Jetzt noch weiter runter. Hier ist eine Sackgasse. Oh, na toll. Und Point of No Return. Ich weiß tatsächlich nicht, ob jetzt... Ich glaube nicht, dass Hunger jetzt wiederkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt andere Wesen sind. Ich habe doch Hunger. So kann man daneben liegen. Nee, ich hoffe, ich muss nicht hin... Ah, hier habe ich angefangen. So, meine Wehe ist natürlich nicht mehr da. Das ist ja klar. Das ist ja auch zu schön. So, wie wird das? Ja, okay, alles klar. Ich verstehe immer noch nicht so viel von technischen Dingen. Zwei. Wut? Wut, 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 wut? Zwei. Drei. Drei. Sieben. Drei. Sieben. Drei Sieben. Wenn wir mal oder was... Drei Sieben, drei Sieben. Ja, drei und sieben. Immer wieder ein Drei und sieben. So, ich fühle mich gerade genau wie in bei... Oh Gott, wo war das? Martha ist dead. So, dann machen wir auf 37. Oder was war? Oder auf 73. Kann man nicht raus. Scheiße. Was ist das? Ich... Was ist das? Oder... Was ist das? Was ist das? noch einmal 7 und dann war einmal 3, oder? Also ich würde jetzt sagen, entweder 73 oder 37. Also entweder oder. So, hier ist die 73. Nischt. 37 ist hier. Hochnischt. Was noch viel schöner ist, ich komme ja nicht wieder zurück. Ich kann doch einfach zurücklaufen. Okay, alles klar. So, lass mal kurz zusammenhören. Entweder eine 2, eine 3, eine 2, eine 3, eine 3, eine 3. Fünf, sieben. Jetzt über sieben. Jetzt über sieben. So, jetzt fängt ja die 2 an. Die 3. Hier die 7. 2, 7, 3, 7 oder was? 2, 7, 3, 7. Hey, hey. Was ist mit dem Stuhl? Hat das irgendwie? Haben wir vielleicht irgendwo ein Zahlenschloss? 2, 7, 3, 7. Oder, Chad? Wie würdet ihr das jetzt interpretieren? Manchmal weiß ich nicht, ob ich träume oder wache. Ob ich hier in den Gräben bin oder zurück im Haus in Berlin. Mutter versucht mich mit aller Kraft dorthin zurückzuholen. Aber ich will nicht zurück. Okay. Leer. Dir scheint, als hätte hier jemand etwas schreiben wollen. Ja, das ist die Karte, die wir eigentlich schreiben wollten. So, hier ist zu. So, können wir denn hier? Ja, nee, können wir nicht. Buchstaben verschwimmen vor deinen Augen. Mit Mühe kannst du die dennoch in Zephania. Alles klar, das hatten wir vorhin. Was sind hier die Grafen? Das wird doch jetzt hier kein Code sein, oder was? Zwei. Sieben. Drei. Sieben. Ja, wir haben ja auch Quatsch irgendwie. Drei, sieben, vier, die drei, jetzt die zwei, sieben, jetzt eine drei, und jetzt müssen wir die sieben kommen, jetzt, wir gehen, wir gehen, wir gehen, sie können es verneuen, wir, zwei, sieben, also zwei, sieben, drei, sieben. Ich habe mit ihm gesprochen, aber ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat. Das frage ich mich so häufig. Jetzt werde ich nichts machen können, weil ich habe keine Ahnung von technischen Dingen. Zwo, sieben, drei, sieben. Die Grafskala nicht wirklich. Freunde, die Grafskala nicht wirklich. So, wer Tipps hat, immer in den Chat. Hier kommen wir nicht durch. Können wir irgendwo einen Code eingeben? So, da vorne ist noch eine große Nasche. Und hier laufen wir jetzt einfach noch einen Kreis. Hier kommen wir jetzt immer durch und sind dann quasi auf der anderen Seite. weiter. Kann man die Kiste beiseite schieben? Nee, kann man nicht. Hm. So, wie ist die Karte dahinter? Okay, probiert mal andersrum. Drei, sieben, zwei, sieben. Bruch nicht. Aber das ist ja auch keine Frequenz in dem Sinne. Normalerweise stellt man noch. Ich weiß jetzt, wie ich gerade gemacht habe, aber okay. So, kann ich mich da vorne durchkloppen? Ich denke, ich kann mich da durchkloppen, oder? Ja, kann ich. Lass mal hin! Huuuuh! Ja, wahrscheinlich jetzt okay, nochmal einmal zurückgedreht. Aber es wird wahrscheinlich halt dieses zwei, sieben, drei, sieben, zwei vielleicht gewesen sein, oder so. Oh, war aber einer Stacheldraht. Wie schön. Okay, da gehen wir nicht nochmal runter. So, nehmen wir hier mal durch. So, hier haben wir noch die Berliner Straße. Was? Was soll das? Warum schicken sie uns so einen als Kompanieführer? Jemand sollte ihm das Offiziersgrinsen austreiben. Zwei Wochen im Graben und er hat nichts mehr zu lachen. Ist er bald wieder zu Hause, der Junge. Zur Not in der Kiste. Muss er wenigstens nicht selber laufen. Lass das. Gib ihm wenigstens eine Chance. So. Na, wie das hier lief, wie das lief, haben wir ja jetzt gemerkt. Irgendwie beim Beschuss auf die Kirche. So, man könnte hier vorne mal hingehen. Die blickt doch lang gelaufen, oder? Kommt mir jetzt so bekannt vor. Ja, ihr wagt doch. Ja? Hä? Kopf unten halten. Feindliche Kugeln. Ach ne, warte mal. Hier zur Front, ne? Selbst, was? Selbstmordstieger. Schön. Schön, schön. Schön, schön. Wo ist noch ein weiterer Soldat? Erkennungsmarke. Max Schmidt. Leipzig. Plagwitz. 29.12.1979. Ach, arme Sau, Alter. An Max. Max, du und ich sind doch freiwillig hier raus. Fürs Vaterland. Für die meisten. Es fühlt sich an, als sei das 100 Jahre her. 100 Jahre zwischen Schlamm, Läusen und Ratten. Und zu Hause sieht es doch auch nicht besser aus. Wir haben noch lange verloren. Als wir an die Front gezogen sind, hat der neue Leutnant noch in die Windeln geschissen. Jetzt will er, dass wir verschimmelten Zwieback fressen und hungern. Wenn unsere Rationen nass werden. Ich weiß nicht, was er mit uns vorhat. Aber die lassen uns eher verrecken, als aufzugeben. Ich werde das nicht mehr länger mitmachen. Was ist mit dir? Hermann. Ja, scheiße Hermann, Alter. Lief glorisch nicht gut. Ich? Oh nein. Ist das jetzt der französische Soldat, der nach uns ruft? Julius Höbler aus Annaberg. 15.07.86. Oh nein, warte mal. Ist das diese Sequenz, die wir am Anfang gesehen haben, wo der Typ mit Stacheldraht und der Api Skywalker in der Hand geschrien hat? Und wir da irgendwie lustig rumgesammelt haben? Ich sitze hier fest. Worauf haltest du? Oh Gott. Scheiße. Scheiße. Das ist nicht cool, Mann. War das jetzt die Schmerzensmutter? Oder was anderes? Oh mein Gott. Mein Gott. Ich weiß, was wir sind. Was heißt denn? Ja, ihr weißt, was wir sind? Befehle. Flug X345. Aufklärungsflug X345. Geheimsache. Kontakt der obersten Heeresleitung zur Frontlinie am Westen ist abgebrochen. Grund unbekannt. Nach Abschluss der Aufklärungsfluges ist umgehend Bericht zu erstatten. Aufgrund der wahrscheinlichen Unterwanderung durch den Feind im Inneren ist der Kontakt durch den Piloten persönlich mit der OHL über die Telefonanlage des Kommandobrückners herzustellen. Vertrauen Sie niemandem. Der Kaiser zählt auf Sie. Ich glaube, das wird da so nicht mehr weitergeben können. Okay, warum kommen wir hier nicht was... What? Okay, der Stacheldraht will nicht, dass wir das bekommen. So. Eine weitere Erkennungsmarke von Ludwig Langenberg aus Martin in Dortmund. Ach, der Nächste, Alter. Das ist auch echt jetzt hier am Doktank sammeln, Alter. Rudolf Lohmann. Öderan. Chemnitz. Ach Gott, nee. Martin Pokora. Krone von Monberg. Und? Der hieß nicht Louis Lambert, ne? Der hieß anders aus dem Bunker. Der hieß aber auch Lambert. Wie hieß denn der? Christopher Lambert. Kann ja sein, dass das eventuell so ein kleines Easter Egg oder so ist. So eine kleine Lust hier. Hommage, ein Kniefall oder sonst irgendwas. So, Kopf runter. Gut. Weiter durch den nächsten Graben. Erich Fassbender. Aus Köln. Mit C. Postkarte von Erich. Oh Gott. Mein Liebchen, bald werden wir Hand in Hand durch den herbstlichen Stadtwald spazieren. Dann hab ich dich wieder. Und du und unser Köln. Ihr habt mich dann auch wieder zurück. Ich hoffe, du freust dich so sehr wie ich. Ich zähle die Tage. Manchmal höre ich aus dem Graben der Franzosen Flötenspiegel. Dann denke ich an dich und weiß, es wird alles wieder gut. Küss mein Mämmchen von mir. Mein Mämmchen, also meine Mutter wahrscheinlich. Dein Erich. 10.09.1917. Ich hoffe für Erich, dass er es geschafft hat. Schlammweg. René Levelle aus Orlais. Achtung. Feindfeuer. Parcel Passement. Aus Gourbouvi. So, jetzt jetzt hier bei den Franzosen weiter. Rattennest. Und hier? Heldenweg. Ja, Leute. Heldenweg oder Rattennest? Was sagt ihr? Äh, ich lasse euch mal kurz die Entscheidung. Ich werde mal eins kurz vertrinken. Das Spiel ist echt der Hammer. Das Spiel ist echt der Hammer, muss ich sagen. Irgendwie sehr intensiv. Sehr intensiv. Und sehr, sehr cool vertont. Also, lieber Chat. Interaktion ist gefragt. Heldenweg oder Rattenweg? Und Blackwarvedo schreibst jetzt Kneipe. Okay. Gläse Rattennest. Rattennest. Darf ich nicht? Ja, du armer Kerl. Heldenweg. Herr Pfaffa, hallo. Grüß dich. Schön dich mal hier begrüßen zu dürfen. Denn lehn dich zurück und entspanne. Wir spielen Ad Infinitum. Es ist ein Horrorspiel, das tatsächlich vom Setting her so ein bisschen im ersten Weltkrieg angesiedelt ist und ist sehr, sehr, sehr intensiv und sehr gruselig. Ähm, Kneipe. Okay. Jo, denn Offline-Following ging gestern raus. Gestern gesehen. Vielen herzlichen Dank, Herr Pfaffa. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich schicke dir auch wirklich sehr gerne immer meine Community zu dir rüber, weil du bist halt einfach ein mega entspannter, super cooler Dude irgendwie. Und guck dir hier sehr gerne zu. Und wenn ich jetzt nicht unbedingt der große Pokémon-Karten-Fan bin irgendwie, aber du hast halt echt eine entspannte Ruheart, der man halt einfach gerne beiwohnt. Tadaa. Puh. So. Okay. Ähm, denn... Wer fängt eine innerliche Münze und sie sagt, wir gehen den Heldenweg. Sorry für alle, die sich jetzt für den Rattenweg entschieden haben, aber... Wahrscheinlich ist ja die Wahl zwischen Pest und Cholera vielleicht. Scheiß. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht, Alter. Oh je, okay. Vorhin haben wir wieder eine Menge Dosen und hier kommen wir auch nicht so ohne... Oh, hier kommen wir so ohne Weiters nicht durch ohne Lärm. Ganz leise sein, Heldenweg. Okay, das geht ziemlich tief runter. Verdammt tief. Verdammt tief. Eine Tür. Hallo? Denen sind wohl die Männer ausgegangen. Jetzt schicken sie alles eine Nummer kleiner. Leutnant? Leutnantchen wohl eher, aber stolziert wie der Kaiser selbst. Wir sind denen da oben einen feuchten Dreck wert. Sonst hätten sie uns was richtiges geschickt. Scheiße. Scheiße. In der Schule hätten wir so einen runtergestutzt. Adel hier im Graben. Die Ratten werden sich freuen. Und die Läuse erst. Na, haben wir noch Dosenmilch da? Den müssen wir aufpappeln. Dann wird am Ende noch ein Soldat aus ihm. Kompanie! Achtung! Siebenundzwanzig waren angetreten und bereit, Herr Leutnant. Ja, das heißt... Oh Gott. Damals hast du natürlich viele Leute vom Adel oder halt höher geboren, in Anführungsstrichen, so den oberen Rängen der Hierarchie gehabt. Und wenn du dann natürlich direkt an die Front gekommen bist, so als, weiß ich nicht, als 17-, 18-jähriger, dann ist dann sowas passiert. Beschwerde des Arztes. An den Kompanieführer. Wir haben einen ganzen Pferdekarren medizinischen Materials verloren. Lassen Sie, Herr Leutnant, mich wenigstens nach dem Morphium suchen. Jede Dosis wird dringend gebraucht. Zudem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich offizielle Beschwerde gegen Sie eingereicht habe. Ihre Order, keine Kriegsuntauglichkeit mehr auszusprechen, ist, wie im Falle des Unteroffiziers Rosala, verantwortungslos und demoralisierend auch gegenüber den gesunden Soldaten. Zudem bitte ich Sie zu unterlassen, mich als Dr. Eisenbart zu betiteln. Diese kindischen Beleidigungen haben zu meinen Leidwesen und dem meiner Mitarbeiter einige unserer Soldaten bereits übernommen. Hochachtungsvoll, Dr. Weidenbach. 7. September 1917. Also Story-mäßig muss ich sagen, tappe ich hier noch komplett im Dunkeln irgendwie. So, hier haben wir immer noch mal einen Zettel und Liste von Platten. Das Schellock-Plattenreportoir. Robert Schumann, der traurige Jäger. Johannes Brahms, der trauernde. Richard Wagner, der fliegende Holländer, erster Aufzug. Otto Reuter, Berlin Berlin. Claire Waldorf, Maxe von der schweren Artillerie. Und Frelly Eston-Teko, mein Papagei frisst keine harten Eier. Kracherhitz, mein Papagei frisst keine harten Eier, Alter. Wie kommt man denn bitte auf... Also, warum? Wie... Wie wird der Song gehießen dann? Also nicht gehießen, aber wie wird der... Mein Papagei frisst keine harten Eier. Nein, das tut er nie. So, Spaß beiseite. Komm, weiter jetzt. So, den haben wir schon, ne? Warum glaubt alle Welt, dass ich einen Einfluss auf unseren neuen Leutnant und die Befehlskette habe? Na, weil wir ein Von sind. Wie soll ich mit bloßer Hand in diese rasende Maschine greifen? So wie es mir tut. Wir haben nur noch den Fluch unseres Namens gemein. Ja. Der Fluch unseres Namens. Ja, ihr Lieben, ihr seid doch herzlich zum Klippen eingeladen. Als wären diese verdammten Gräben dieser verdammte Krieg nicht genug. Jetzt ist mir der Fluch meines Namens aus unserem Hause bis an die Front gefolgt. Alle spüren es. Es schleicht durch die Gräben. Nur unser neuer Leutnant merkt es nicht. Ist vielleicht tatsächlich der neue Leutnant unser Bruder Paul? Maybe? Vielleicht? Oh. Okay. Wir schauen mal weiter. Jackie ist hier. Okay, das kann man nicht anmachen. Wie ist das da für Krachhalsdrophäen? So, Schlafplätze. Okay. Was ist denn das mit dem Stacheldraht? Sie sich bewegt? Sehr schöner Random Sound. Vielen Dank, Oma. Vielen Dank. So, hindurch. Bada-bam-bada-bum. Okay, französische Flange. Warum finden wir Zettel, die über... Also von Deutschen geschrieben sind und befinden uns aber in einem französischen Bunkersystem? Das verstehe ich nicht. Wer klopft hier? I'm the man who looks. Norden. Okay. Was ist denn hier jetzt drin? Weiß ich nicht. Soll ich wirklich aufmachen? Ja, das war ich. Ich kann nichts mehr sehen. Aber jetzt können Sie mich nicht mehr täuschen. Oh Gott. Es sind Lügen. Nichts von dem ist wahr. Wovon redest du? Aber legen Sie sich doch erstmal hin. Herr Offizier, tragen Sie sie. Kommen Sie. Kommen Sie. Stöhnt unter Schmerzen. Kommen Sie. Kommen Sie. Ich bringe Sie erstmal in die Schlafimächer. Runen Sie sich erstmal aus. Überraten. Wir sind komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Ja. Ja, natürlich. So, komme ich hier nicht durch? Nee, komme ich hier nicht durch. Dann hier bitte. Dann. Bitte, legen Sie sich in hier. So, darf ich dir die Fäscherkappe mal abnehmen? Wir müssen den Krieg für uns entscheiden. Für uns. Und das Vaterland. Ja, das wird nichts werden. Hör nicht auf die Deserteure und Verräter. Bitte. Du musst mir helfen. Was soll ich denn tun? Was willst du haben? Ich will hier etwas. Irgend etwas. Ich will eine feste Platte auflegen. Vielleicht. Irgendwie Schmerzen. Hm. Gegen den Schmerzen. Haben wir irgendwann gefunden? Im Norden. Gibt es einen medizinischen Transport? Bitte. Ja gut. Ja. Offizier, ich eile. Hier. Der Feind. Sie waren in meinem Kumpel. Ich habe sie gesehen. Sie waren es. Der Feind. Sie waren es. Sie waren es. Sie waren es. Ach, okay. Brauerei und Stiege. Oh je. So. Okay. Ganz vorsichtig vorbei. Okay, klar. Okay, okay. Ich bin gespannt, ob wir was finden. Latrinen Dienst. Weber. Der Kasper und ich sind vom Leutnant zum Latrinen Dienst verdonnert worden. Für drei Wochen. Völlig grundlos. Er hat sich wohl mit dem Funker gestritten. Familienstreit? Nun lässt er seinen Zorn an uns aus. Er hat uns als Feiglinge beschimpft. Dabei haben wir nicht einmal gehört, worum es ging. Kasper hat die ganze Nacht geweint. Seine Verlobte schrieb ihm nicht mehr. Und nun drei Wochen Latrinen Dienst. Das hat er nicht verdient. Euer Rudi Lohmann. Der Leutnant hat mit dem Funker gestritten. Der Funker sind wir. Also im Intro wurde es ja so vermittelt, dass wir der Funker sind. Ich bin der Meinung, dass der neue Leutnant wirklich unser Bruder Paul war. Unser jüngerer Bruder Paul. So, wo finden wir denn jetzt was Schönes für den Leutnant hier? Latrine. Hier finden wir eine Latrine bestimmt. Ja, Dienstplan. Für die kommende Woche werden wie folgt eingeteilt. Zum Kehrdienst. Feldwebel Nähe und Feldwebel Retzlaff. Küchendienst haben Unteroffizier Schmetthans und ihr Freitag Henning. Für die kommenden drei Wochen werden wie folgt eingeteilt. Latrinen Dienst, Feldwebel Lohmann, Feldwebel Weber, ihr Freitag Hafner. Feldwebel Lohmann, Alter. Jetzt muss man mich nur überlegen. Feldwebel zum Latrinen Dienst. Krass. Oh, hier sind sie. Die, die. Das ist hier der Donnerball. Weg hier, Alter. Schön. Ganz, ganz. Sind sie alle Latrinen oder was? Ich muss wirklich tierisch aufpassen. Sobald ich hier an diese ollen Teile rankomme, kommt wahrscheinlich irgendetwas und jagt mich. So, Hamburger Chaussee. Jetzt können wir mal gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Ein Scheinwerfer. Okay. Aber auch so ein seltsamer Scheinwerfer. Eher so vom, vom Füllmäher. Okay, weiter geht's. Ab zu Hamburger Chaussee. Vielleicht finden wir hier eine Kleinigkeit für den Offizier zur Betäubin. Sieht nach Sackgasse aus, ne? Okay, lass uns mal hier vorne drüber schauen. Nicht schmackers, denn wir hatten viel Rovomaltine heute auf der Stulle. Hacken wir uns durch das Brett. Oh, das wird ja nicht mehr vorgelesen. Schade. Überschwemmung. Woher kommt das ganze Wasser? Wenn es weiter steigt, werden wir hier absaufen. Jansen. Der Fischkopf behauptet, er sei von der Küste gewohnt. Er sei es von der Küste gewohnt. Aber so viele Ratten schwimmen sicher nicht in der Ostsee. Widerliche Viecher. Und bissig. Feldwebelbrauer. Okay, also wir finden extrem viele Zettel zur Storyverdichtung. Tatsächlich sind aber auch so Namen für mich so Schall und Rauch. Also, ich hoffe, Kofferler baut jetzt nicht zu viel Story-Konstrukt auf diesen Namen auf. Oh, und schon wieder dieser Stacheldraht. Hunger am Graben. Wir haben nur noch Pech, seit der Neue das Kommando übernommen hat. Und Hunger. Ich könnte ein Pferd fressen. Jansen hat eine Ratte gekocht, nachdem er sie gebissen hat. Sie ihn. Sie ihn. Sein Bein ist ganz aufgequollen. Oh, fuck. Er hat das Missfee tatsächlich gegessen. Ich wollte nichts. Er war speiübel bei dem Gedanken daran. Zu was uns der Hunger macht. Feldwebelbrauer. Ja, na, von immer aus irgendwie, wenn... Ja, und die Ostsee-Promenade. Kapp's ja sofort, da kann's. Na Mensch, wenn Littchen nicht Usedom ist, dann weiß ich auch nicht. Also. Ach, schön. Brauerei klingt doch gut, Pianga, ja? Wirklich? Meinst du? Oh, okay. Verzweiflung. Nächstes Kapitel. Hal war noch an. Was ich vielleicht interessant fand, dass ich einfach vor zwei Kapiteln irgendwo die Tutorial bekommen habe, aber hier kannst du dich verstecken und hab's aber tatsächlich zwei Kapitel lang jetzt nicht gebraucht. Hä? Kings. Oh, jetzt ist doch Bossfight-Area. Hier soll ich jetzt wirklich... Hier ist Medizin. Hier vorne? Er wird es weit bringen. Das hat Vater immer gesagt. Es war sein letzter Wunsch. Aber er ist nicht mehr hier. Dieses Haus hat er nur für sich gebaut. Lichter Felde. Er wollte schon immer, dass Johannes in die Kadettenanstalt geht. Und jetzt Paul. Ich sollte ihm Soldaten gebären. Das ist alles. Oder? Johannes hätte gut daran getan. Du hast doch selbst gesehen, was deine Erziehung aus ihm gemacht hat. Boah. Wie eine Schande ist das. Ja, ist er nicht so geworden, wie du es wolltest. Jetzt sind die zu weich für den Soldaten, irgendwie. So. Der Orden Penner Papa geht an Karl. Okay, das ist wahrscheinlich nicht die Kutsche mit den medizinischen Vorräten. Fuck, die armen Pferde, man. So, und? Ich komme hier nicht hin. So, jetzt. So, und hier ist Morphium drin. Was der Arzt nicht suchen dürfte. Ah, sieht gut aus. Na, dann schnapp dir mal ein paar. Sanitätsdepot. Morphium. Du hast ein Fläschchen Morphium gefunden. Nehmen. Hol dir die Kiste. Oh, no. 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 Ah, nein. Oh, ohne Stufen. Okay, alles klar. Das ging schnell in die Hose, Freunde. Oh. Oh. Ich bin mir gerade wirklich nicht im Klaren, ob wir jetzt hier sterben müssen. So, müssen wir jetzt nochmal loslaufen? Nein, hier ist der Wagen gewesen. Wir sind runtergefallen und werden jetzt brennen wir neue Jagd. Okay, haben wir's klar. Keep on running. Keep on running. Ist mir egal. Ist mir auch egal. Wo muss ich hin? Ja, los. Durch da. Mach schnell, Mann. Mutter ist hinter uns her. Woher geht's im Kreis? Was ist denn die Ekelhaft? Hau ab, Mann. Ah, scheiße. Oh, wie? Wo ist der hier? Ja, ja, ja. Er ist dein Sohn. Oh, 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 oh. Wo ist der, der wirklich doof ist? Weißt, dass ich diese Sprache unter meinem Dach nicht dule? Also unsere Mutter war Französin und wahrscheinlich ist sie die Anspielung darauf. So, die lustige Jagd geht jetzt wahrscheinlich weiter. Hallo meine Schönheit. Oh, sie ist so schnell ey. Sie ist so direkt hinter mir, sie ist so direkt hinter mir. Links oder rechts? Ich geh rechts lang. Oh nein Mann. Oh Gott. Oh Gott Mann. Ist das scheiße. Nein. Nein Mann. Oh. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, 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 ho. Erstmal lesen. Ja, wie du verfolgt wirst. Jetzt wird ihr lesen. Gedicht Verzweiflung. Verzweiflung. Du kommst immer wieder. Wie die Nacht. Nimmst mir alles. Haar und Zahn und Fleisch. Hättest du mir etwas Mut gelassen, hätte ich mich umgebracht. Das ist wichtig. Auch wenn man halt verfolgt wird, da kann man erstmal kurz mal eine Zeitbuchseite lesen. So, mal auf die Bretz-Lunze hier. Dann erschuf sie in Uneden, was? den Totengarten Gehenna. Also die Musik ist ganz oberste Schublade, Freunde. Ganz oberste. Das war ein schön anstrengend gerade. Mein lieber Herrdo. So. Come on. Nächster Psalm. In den Totengarten setzt sie den Menschen. Den Menschen, den sie geformt hatte. Und sie ließ aus dem nassen Schlamm in der Mitte des Gartens den Baum des Unlebens wachsen. Den Baum des Bösen. Gerard von Riva, vielen Dank für deinen Follow. Welcome to the family. Ein Witcher ist immer gern gesehen in unserer Reihe. Solange der Baum des Unlebens steht, steht auch sie. Und sie gebiert ewiges Leid in diese Welt. In diesem Bereich wird dein Handeln Konsequenzen haben. Na, das ist ja toll. Kinderzeichnung. Die schöne Musik macht Mama glücklich. Spielmusik. Gibt es überhaupt ein Herz, das ich nicht durch sie erreichen will? Ja. So. Leute, falls ihr jetzt neu auf dem Kanal seid, gerade bei elementaren... Ich mach mal ganz kurz ein bisschen leiser. Gerade bei elementaren Entscheidungen im Spiel beziehe ich euch den Chat immer gerne mit ein. Ja. Hier heißt Interaktivität mit dabei sein. So, das heißt, wenn wir uns gleich entscheiden müssen, möchtet, dass ihr euch mit mir entscheidet. Und so werden wir das Spiel auch gemeinsam weiterspielen. Und ich mag es, wenn meine Stimme von absolut theatralisch epischer Musik untermalt wird. Und jedes Wort, das zu meinem Mund dadurch viel gehaltvoller und viel wichtiger klingt. Ha! Ha! Nein! Siehste und schon hab ich Scheiße gemacht hier irgendwie. So. Wo müssen wir denn hin? Achso, wir müssen... Aha, okay. Alles klar. Können wir dadurch Mutter besänft hin? Nein, es ist gar keine Scheiplatte da drauf, oder was? Scheiben gleichster Alter. Mario, hey! Hey, grüß dich! Nein, Mann! Mach, Hunde! Oh, scheiße! Okay, wir müssen alle Megafone einmachen. Oder Grammophone. Ist das relevant, ob ich die rote oder die grünen anmache? So, Chat, jetzt wird wahrscheinlich der Punkt kommen. Sollen wir die roten oder die grünen anmachen? Ich hab keine Ahnung, wofür rot und wofür grün steht. Aber jetzt seid mit mir. Rot oder grün? So, schreibt's mal bitte in den Chat, ihr Lieben. Rot oder grün? Okay, Gläse ist sehr viel rot. Gläse ist sehr viel rot. Okay. Dann werde ich jetzt die roten anmachen. So, der war grün. Das Problem, ich seh nicht, ob er rot oder grün ist, weil die Platte ist grün da drauf. Steht sie immer noch da vorne? Ach, da ist sie. Oh Gott. Na, schnell, los, komm. Die Farbe der Liebe. Face, ich glaube, Mario, das wird nicht die Farbe der Liebe in dem Falle sein. Okay, ich muss mich da durchprügeln. Mach ich gleich. Guck erst mal, was wir hier für eine Platte haben. Ja, das sieht schlimm aus. Gläse ist rot. So, ich hau mich hier mal schnell durch. Ah, Beifrag, krass. Einmal durchhauen. Hier, okay, ist die grüne. Die machen wir nicht an. Nimm mal nur rot an. Dann müsst ihr bloß noch jetzt hier über. Lass mich. Nein, 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 nicht querlaufen. Oh, bitte sehr schnell. Komm, los, 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 los. Okay, rot läuft. Also, ich bin ja meine Karbe alle roten an. Aber hier vorne war ich auf jeden Fall. Los, 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 los. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Komm schon. Tu es. Tu es. Beweg dich, mein Junge. Spielt die noch? Ja, die spielt noch. Kurzen Moment. Gehe zur Kontrollta... Gehe zur Kontrolltafel. Okay, wo ist die Kontrolltafel? Ah, wahrscheinlich da drüben. Die ist so eklig. Die ist so eklig machen. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Okay, alles rot. Alles leuchtet rot. Baum fällen? Okay, wir müssen den Baum fällen. Wir wählen nun diese olle Eiche, die Eiche des Bösen wird feiern. Ich könne kotzen. Was ist das für ein Herz? Wir sind von damit sofort. Pieks. Kapselmund, Kapselmund, Kapselmund Okay, aber das war doch der Baum des Bösen Und Wir haben uns doch eigentlich so Das Rote war doch jetzt eher so Ihr fühlt böse Irgendwie Haben wir jetzt Wir haben doch eigentlich Wir haben den Baum des Bösen Ins Herz gerammt Sodass er halt Kein Böse mehr Gibieren kann Und ich muss aufstehen Oh, war das kein Mutti? Bye bye Oh, come on Alter Okay, einmal reicht es ja nicht Wir müssen ja nachhaften Wir müssen Alter Verschwundenen Vortex So, und als Belohnung Sind wir jetzt hier Das Herz Eine Trophäe Das kranke Herz Der Schmerzensmutter Hätten wir eventuell die Schmerzensmutter Auch retten können Oh, jetzt erst Kapitel 2 Okay Das war erst das erste Kapitel Schön Kapitel 2 Verderbnis Und wir sind wieder zu Hause Der Dolch ist weg Ist fort Lieber Paule Wie lebt es sich nun In der Kadettenanstalt Gleich ums Eck Hältst du dich gut Und gerade Dann kannst du ja jetzt Sicher schon Auf die Welt hinunterschauen Wie der Herr Papa Aber es gibt Dinge Die er von dort oben Nicht gesehen hat Es gibt keine Worte Für die furchtbaren Dinge Die wir hier sehen Schreib mir bitte einmal Dein Bruder Tja Paule, Paule, Paule Gut Dann lass uns mal Im Haus umsehen Vielleicht Oh, warte mal Die Tasche ist draußen Ach nee Das ist eine Büchse Das ist eine von diesen Büchsen Die wir nicht berühren dürften Ich bin da Das war alles nur im Alltag Komm rüber zu mir Redakt Wer der kommt Cool Alles klar Jetzt können wir sie berühren Vorher konnten wir sie nicht berühren Okay Die sitzt Geräusch Was ihr jetzt hört Das ist meine Freundin Die die Wäsche am Stein Ausschlägt Anscheinend Ach das ist ingame Das ist ja Hammer Ich dachte jetzt hier In meiner Wohnung Großartig So, okay Hier war Ah Okay Ach hier sind wir Das ist ja Okay, cool Cool Und jetzt ist da drüben Auch die andere Flügel offen Mein Telefon Hallo Emil Frau David Deck Alberts Eigert Rudolf Rasmander Erich Fromm Franz Hafner Kasper Henning Gritz Pöbler Julius Danke Junge Vielen Dank Jetzt möchte ich mir Weiter anhören So Wir gehen mal hier oben Weiter So Hör mal Wer da hämmert Ach Guck mal hier Der gute Der gute Bismarck Oh Ein gemütliches Feuer Prasselt schon im Kamin Schauen wir mal hier kurz noch die Sachen an Nichts mehr So wir sind also wieder im älterlichen Anwesen Vater Es ist Herr Papa Geiler Song auf jeden Fall Also geiles Lied Kennt Kennt jemand den Namen Ah Ich kann kurz hier durchzwingen Ja na schön Jetzt ist er wieder weg Ach man Gerade wollte ich noch mit Herr Papa sprechen Dein Bruder hat dir als Kind erzählt Dies sei der Berliner Bär Du hast ihm geglaubt Ach Vater Viel zu lange Habe ich mich von meiner Feigheit lähmen lassen Aber jetzt Weiß ich was ich tun muss Mit ruhiger Hand Auf das Ziel konzentriert Wie damals Als ich die Gazelle Erlegt habe Geiler Typ Nicht Das ist ein wunderschönes Zimmer des Todes Was du hörst mein Freund Oh ne General Lothar von Schmidt Ja wahrscheinlich unser Großvater Der Herr Großvater Und der Vater von Karl Der Reitersebe Ein alter Reitersebe Eine Gravue Hier steht General Lothar von Schmidt Das wird er wahrscheinlich sein Das sieht nämlich Nicht aus wie Der Kentucky General Aber Aber das Das Feuer Das Feuer Weltenbrand Der Tod Der Götter Unser Unser Tod So Dein Großvater hat das Noch Hat er selbst erlebt Schön 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 Was du so kannst So hier brauchen wir einen Schlüssel Genau wie Für Das Zimmer von Paul Versteht man nicht warum manche Texte vorgelesen werden Oder weiß ich nicht irgendwie Postkarte Trophäen General von Schmidt Wir erloben uns die Übersendung Einiger Trophäen Die Ihnen bei ihrer Genesung Vom Tropenfieber Während des sicher ungewohnten Berliner Winters Helfen solle Neben den Elefantenstoßszenen Die wir für sich selbst Die Für sich selbst sprechen sollten Schicken wir einen Fetisch Aus dem westlichen Afrika Ihr persönlicher Träger Mit dem sie immer viel herumgescherzt haben Hat ihn uns für sie gegeben Sein Stamm glaubt Er würde ihnen Kraft geben Und Gesundheit Primitiver Aberglaube Sicher Aber sie sehen Der ganze afrikanische Kontinent Steht hinter ihnen Hochartungsvoll Leutnant von Graubach Windhook 3. Februar 1908 Ja, aber da sieht man mal tatsächlich Irgendwie wie Wie sehr die in ihrer eigenen Welt Irgendwie in ihrem eigenen Verklärten Selbstbild Oder Weltbild Hier haben wir Ist doch unglaublich Der große General der deutschen Soldaten Sendet diesen Brief an das Volk der Herero Die Hereros sind nicht mehr deutsche Untertanen Innerhalb der deutschen Grenze Wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr Mit oder ohne Vieh erschossen Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf Treibe sie zu ihrem Volk zurück Oder lasse auf sie schießen Das sind meine Worte an das Volk der Herero Der große General des mächtigen deutschen Kaisers Lothar von Schmidt Windhook 1. Oktober 1904 Was willst du da zu sagen, Alter? Was willst du da zu sagen? Das ist unser Vater Ein Artikel über den General Friede in Deutsch-Südwest-Afrika General von Schmidt Zweiter Sieg In der deutschen Kolonien Nach seiner Niederschlagung Des Boxeraufstandes In China Hat es General von Schmidt Mit den Hotten Totten aufgenommen Nun kehrt auch in Afrika Wieder Ruhe und Ordnung ein Kritische Stimmen Aus der preußischen Heimat Bezeichnen das Vorgehen Als unnötig Was Das unnötig Also unnötig hat Dennoch herrscht Erleichterung Über Ristfield Ja, ok Das hat er die Hotten Totten Niedergeschlagen Wunderbar Boah 15. Juli 1917 Mein Sohn ist befördert worden Mein Vater wäre stolz auf ihn Und ich Magdalena hat mich danach bekniet Und so habe ich meine Verbindungen In die Heeresleitung genutzt Damit Johannes auf ihn Acht geben kann Wirklich ein Unsinn Ausgerechnet der Feigling Der Familie Hat mich ihre Weibische Hysterie Angesteckt Sei es drum Wenn der Sieg Erst einmal da ist Wird es uns allen Besser gehen Und ich Werde meinen Teil tun Also Xafid ist irgendwie Wenn wir die Möglichkeit haben Vater zu retten Weiß ich nicht Weiß ich nicht Alter Mein Großvater ist Lothar von Schmidt Er ist ein großer General Mein Vater ist Karl von Schmidt Er hat eine Fabrik Er schreibt viel Wenn ich groß bin Will ich werden Wie mein Großvater Paul Sieben Jahre alt Okay Schön Weiter geht es Jetzt erstmal So ist das Frau Mama Ach unsere Großmutter Katharina von Schmidt 1858 Sie starb für ihren Sohn Möge er beweisen Dass er es wert ist Überhaupt kein Druck Katharina von Schmidt Die Ohne Schön dass wir hier alle Noch so nah aneinander haben 28. Dezember 1916 Magdalena und ich Wechseln kaum ein Wort Ist es das Quecksilber? Nein Nein In ganz Berlin Ist es still geworden Alle leiden Hunger Doch wenigstens habe ich Ruhe bei der Arbeit Mit den Versuchstieren Ich will meinen Beitrag zum Siege leisten Ein Kampfmittel Das die Filter feindlicher Masken durchdringen wird Tja wenn man sich überlegt Irgendwie wie hier Gas benutzt worden ist So als Kampfmittel im Ersten Weltkrieg Also nicht nur im Ersten Auch in den Anderen Aber Da will man einfach nur kotzen Will man einfach immer nur noch kotzen So ich würde sagen Wir haben alles in dem Raum gefunden Ist hier noch Hier ist eine Tür Muss aber zu Ich glaube was anderes können wir hier nicht großartig weitermachen Hier ist noch eine Tür Und hier können wir durch Na wunderbar Na wunderbar Warte mal Hier vorne zur großen Halle Die ist jetzt aber zu So Chaos-Heilung können wir nicht mehr lesen Der Sportteil fehlt So Hier Hier ist der Bereich hinter der Haupttreppe So Okay Spiel speichert Ja mit Quicksilber Ja mit Quicksilber Ja mit Quicksilber Ich schätze Ja mit Quicksilber Ja mit Quicksilber Ja mit Quicksilber Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, alle zu. Okay, wir kommen da nicht hin. Ich gebe es nicht mal ein Schloss. Wie kriegen wir jetzt diese Kette auf? Okay, wo kommt die Musik her? Und die Zettel. Und die Zettel. Okay, ist das große Zimmer? Hier ist nochmal das schöne Bild unseres Vaters. Oh, okay. Alles klar. Der Garten ist offen. Jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Ich sehe noch nicht mal die andere Wand. Also cool, wenn man sowas hat, wirklich. Aber hier brauchst du ja Teams für die Pflege. Teams! Ah, das Gärtnern überlässt er den anderen. Ja, okay. Alles klar. Also mit Technik können wir nicht, mit Pflanzen können wir nicht. Vielleicht sind wir ein juter Koch oder so. Wer weiß. Früher gab es eine Figur auf dem Springbrunnen. Okay, vielleicht finden wir die noch. Dann schauen wir mal. Was haben wir hier? Oh, eine Lampe. Schön. Ach, die Jokapalme sieht aber auch super aus heute hier. Tatsächlich ist der Raum, der in dem botanischen Garten in Berlin ist, nicht so groß. Der ist so eher kleiner noch. So, der Brunnen ist älter als das Haus. Als Kind dachtest du immer, dass sich in der Tiefe eine Hexe versteckt. Doch Mutter wollte nie, dass du hineinschaust. Nun weißt du ganz sicher, dass sich die alte Hexe im Brunnen versteckt. Oh Gott. Schön, dass wir das jetzt ganz sicher wissen. Schön. So, der Text wird uns auf ewig verfolgen. Nein, danke. Ja, hier kann man natürlich geil malen an der Ecke. Also, das Klima wird hier 2000% Luftfeuchtigkeit haben. Aber. Ich hätte Bock drauf. Okay, gut. Kann ich hier durch? Ja, genau. Einmal schön über die Pflanzen latschen. Und den nehmen wir hier mal rein. Wo ist denn nur der Rechen? Aufschwung. 3. März 1915. Herr Generaldirektor von Schmidt. Die Erforschung und Produktion von Kampfmitteln haben unsere Unternehmen endlich den lang erhofften Aufschwung gegeben. Wir haben die Zahl der für uns tätigen Chemikanten erhöht und weitere Fertigungsstellen eingerichtet. Ich denke, Ihr Vater, Herr Vater, wäre sehr stolz gewesen, dass sich nun gerade der Dienst für den Sieg des Vaterlandes als so lohnend erweist. Robert, stellvertretender Direktor, Farbenfabrikant Karl von Schmidt und Groberlin. Ah, hier hat er also so ein bisschen gebraking bad. Verstehe. Was ist das hier für eine komische Flüssigkeit? Auf dem Etikett. Schwefelsäure. Hm, schön. Damit kriegen wir die Kette hoch wahrscheinlich. Salzsäure. Zur Erzeuge von Salzsäure, Mische, Unterhitze, Kochsalz und Schwefelsäure. Bis es kocht. Okay, gut. Wir müssen also doch noch ein bisschen... Oh, ist das... Das Gesicht der Statue sieht aus, als sei es weggefressen worden. Mhm. Omega zwischen Rot und Blau. Wahrscheinlich in der... In der Bibliothek, ne? Da waren ja irgendwie alle Schränke... Salz. Haben wir doch eigentlich alle etwa. Keine Ahnung, ob das jetzt gut ist. So, na dann, äh... Dreh das Ventil in die richtige Richtung. So, in die richtige Tum. Haha! So ein alte Chemiker wie mir kann es nicht vormachen. Hör mal. So, nehmen wir. Salzsäure. Wunderbar, das ging einfach als gedacht. So, also Omega zwischen Blau und Rot. Oder zwischen Rot und Blau. Ich würde es gerne mal testen. Also wir müssen zwar... Der nächste Step wird jetzt in den Keller runter sein. Aber vorher würde ich gerne mal ganz kurz... Das Omega-Schränkchen aufsuchen. Großvater! Ich bin es! Johannes! Höre! Schelm! Hier ist Omega. Zwischen Rot und Blau. Vitrinschlüssel, ja. Der kleine Vitrinschlüssel war in einem Tagebuch versteckt. Nehm! 10. August 1917. Ich habe sie. Die Formel, die uns zum Sieg verhelfen wird. Eine Säure, die gegnerische Panzerwaffen zersetzen kann. Der Panzerfresser. Ist da echt seltsam? Erfundet ihr was? Stahl haben dieser Säure nichts entgegenzusetzen. Eine Waffe noch effektiver als unsere neuen Maskenbrecher-Kampfmittel. Die Formel liegt sicher im Tresor. Geschützt von dem Andenken an meinen Herrn Vater. Geschützt von dem Andenken. Gut, ja. Was wird es gewesen sein, das Buch? Na, wahrscheinlich hier, ne? Oder? Geschützt von dem Andenken. Götter sind wir. Aber, aber das, das Feuer, das Feuer, Weltenbrand, der Tod, der Götter, unser, unser Tod. So, okay. Leider nichts. Ah, Pfeife, sie ist warm. Der schwere, würzige Duft von Vaters Pfeifenrauch hängt immer noch in der Luft. Ah, Moment, 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 warte mal, hier vorne war doch die Vitrine. Genau, hier war auch das Horn drin. Und das Horn für die Gazette. Perfekt, und noch was zu lesen, endlich! Ich weiß noch, wie anerkennend Vater damals genickt hat, meine erste und einzige weite Reise. In meinem Traum aber war ich plötzlich wieder Kind. Mein Bein war nicht steif und krank. Endlich konnte ich mit Vater reiten. Wir sind quer über die ganze Welt geritten. Von Afrika bis China, bis nach Amerika. Er war stolz auf mich. Wie oft erzählte er mir, dass Mann und Pferd im Kampfe zu einer Einheit verschmelzen müssen. Doch ich konnte nie mit Vater reiten. Nie konnte ich es lernen. Ich weiß, was für eine Enttäuschung ich für ihn war. Schon seit meiner Geburt. Wenn ich selbst nur an die Front ziehen könnte. Doch das verfluchte Bein will nicht. Es wollte nie. Ach Gott, nee. So, hier ist noch der Fetisch. Der Gute. Hm. Ein wunderschön, wunderschön. Das wird jeder haben. So, na dann würde ich sagen... Achso. Wir müssen ja zur Gazelle. Der ist safe. Da ist er. Der ist safe. Und wir kennen die Kombination aber nicht. Wir haben noch keine Kombination bekommen, ne? Nee. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Keller runter. Weil eventuell finden wir dort... Vielleicht... Eine Kombination. Ich hoffe nicht, dass das jetzt hier irgendein Datum war von irgendein Zettel. Dann... Das wäre... Das wäre doof. So. No. Warum denn nicht? Mann, Salzsäure wäre doch perfekt, Alter. Okay. 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 Können wir die Salzsäure am safe benutzen? Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Ich dachte, damit können wir schön die Ketten aufmachen. Arsche zu Arsche. Ruhe und Frieden. Großer General. 908. 908. 908. So. Also. 1. Oh. Lässt sich das mies drehen. Du hast den Tresor geöffnet. Yeah. Das ist doch meine Güte. Das ist das Ding schwer. Oh. Junge. Er verweigert sich mir. Doch aus dem Grabe stinkert mich mein Opa. Zur Erzeugung des eisen zersetzenden Panzerfressers muss die beiliegende vorbereitete chemische Mischung, ich habe sie Wilhelmswasser getauft, im Verhältnis 3 zu 1 mit Salzsäure verbunden werden. Drei Viertel Wilhelmswasser auf ein Viertel Salzsäure. Nur reine Salzsäure und das exakte Mischverhältnis resultieren in Panzerfressersäure. Sie wird alles verändern. Schön. Und haben wir jetzt hier irgendwie Wilhelmswasser. Alles klar. So, dann nehmen wir jetzt mal wieder zu unserem Walter White Gedächtnis Chemiebaukasten. Und mischen ein wenig Panzerfresser zusammen. So, das wäre geil, wenn Benni für das Video jetzt hier irgendwie die Breaking Bad Musik einspielt. So, hier, zack. Wilhelmswasser und Säure. Und wir sagen... Der Bunsenbrenner benutzen den Hebel, um in der mittleren Gasbehälter zu füllen. Wenn du glaubst, dass du das richtige Verhältnis gefunden hast, erziehe den mittleren Hebel, um Chemikal zu mischen. So, okay. Du sollst hier jetzt erstmal... Ah, oh, warte mal. Eins. Zwei. Drei. Und hier ein Viertel, mein Freund. So, na denn. War doch 3 zu 1. Ach, das ist ja... Ja, blau ist ja die Salzsäure. Und jetzt. Tada! Panzerfressersäure. Es heißt, die Säure kann Metall zersetzen. Sie riecht seltsam. Schmeckt auch komisch. Fast kannst du sie auf der Zunge schmecken. Oh, das ist nicht gut, Alter. So, na dann. Und, machen wir mal einen Test? Ah, schade. Na gut. Denn, hoffentlich können wir damit jetzt die Ketten wegbrutzeln. Vorne tret' ich nochmal hier ein bisschen auf den Pflanzenraum hier. So. The Moment of Truth. Schöne Vier-Ecke-Pixel. Und wir sind im Keller. Und ich möchte definitiv schon gleich wieder nicht mehr im Keller sein, wenn ich das so sehe hier. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Vater? Vater? Ach, die fliegende Ratte. Was soll das? Kriegt euch doch mal ein. Was? Opa? Äh, äh, Vater ist hier. Na super, schön. Äh, okay. Okay, sollte das so sein? Ja, es sollte so sein. Niemandsland. Wir hätten uns jetzt wahrscheinlich auch nicht anschleichen können, ne? Nee, wahrscheinlich. Oh! Unanimation, sehr, sehr unanimation. So, und der hier, finde einen Weg übers Niemandsland und weiche dabei den Graswolken aus. Ah, toll. Ach, du Scheiße, Alter. Okay. Also, die Fahnen geben uns einen Indikator darauf, wann der Wind weht. Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Oh, Scheiße, 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 Mann. Oh, Shit. I'm fucked. Ey, du rennst hier durch ein scheiß Feld mit Gas, ey. Oh, wir husten, wir husten. Husten is not good. So, komm, wir gehen mal hier hin. Vielleicht ist dieser brennende Wagen. Ich bin mir ganz bestimmt sicher. Oh, die Arme ist auch, komm, geh helft dir. Kumpel. Oh, Scheiße. Ah, François Frony. Kumpel, ich sag deiner Familie, ich sag deiner Familie, dass du sie geliebt hast. Oh. Ja. Oh, Scheiße. Oh, Schnell, 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 Schnell. Luft anhalten. Ich meine, jetzt ist Säure. Was, was will man Luft anhalten? Jetzt verjessen. Oh. Oh, Mann. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, okay. Gut. Wir können wieder nach links oder nach rechts? Können wir uns wieder verstecken? Hm, schön eingemuckelt. Sind wir eigentlich immer am gleichen Graben? Das Lied von Krono. Nach acht kurzen Tagen ist der Urlaub nun um. Und wir kehren an unsere Gräben zurück. Unser Platz hier ist sehr wichtig. Denn ohne uns wäre diese Stellung verloren. Aber damit ist Schluss. Wir haben genug. Niemand hier will mehr marschieren. Mit schweren Ärzten, ja, und unter Tränen winken wir zum Abschied denen in Zivil. Ohne Trommeln für uns und ohne Trompeten. Und dazu verdammt da bin. Wir sind diejenigen, die sie öpferen. Das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Lied, Gedicht. Muss man sagen. Ich, warte mal, vielleicht doch noch mal kurz in die andere Richtung. Bin immer so unsicher. Also das ist halt... So, gehen wir vielleicht hier lang, wo man sich durchhacken muss. Hier ist ja auch viel dunkler. Und einmal durch. Ach, wieder aufzulesen. Wunderbar. Gasangriff. Also wir sind jetzt in den französischen Gräben anscheinend. Meine Kabarabellen sind weg. All das Gas von den Deutschen kam. Haben sich die Masken vom Gesicht gerissen. Sie haben geschrien. Als es ihnen die Lungen verätzte. Wie Schweine auf der Schlachtbank. Sie sind alle verreckt. Jetzt ist es, als wären sie nie da gewesen. Ich habe die Maske aufbehalten. Aber ich kann kaum atmen. Gott hilf mir. So, und hier haben wir... Erkennungsmarke von Oscar Hervé. Hervé. Und ein Foto. Meine liebe Yvonne. Ich zähle die Tage, bis wir uns wiedersehen. Hier ist es nicht so schlimm. Glaube nicht den Geschichten, die du hörst. Wir lernen um nichts und bald ist es auch vorbei. Ich spiele immer unser Lied. Also sei tapfer, bleib tapfer. Und ich bleibe es auch. Für unsere kleine Locke im Kopf. Grüß dir von mir. In Liebe. Dein Oscar. Ja, du willst ja natürlich auch nicht deine Familie beunruhieren, ne? Also lügst du. Carl Junot. Aus Brès. Aus Brès. Brü. Figur. Ein Hahn aus Holz. Wahrscheinlich hat ein französischer Soldat die Figur geschnitzt. Ja, der Scheiß ist so sinnlos, Mann, Alter. Oh. Die Puppe starte ich an mit stechendem Blick. Schmerzensmutter. Ja, gut, dass wir nochmal hier waren. Den können wir jetzt auch hier getrost weiterlaufen. Zack. Nein, wir stecken fest. Weiter geht's. Was? Wien? Was ist passiert? Ich habe Stacheldrahe gerade verhakelt. So, und jetzt werden wahrscheinlich die Verstecke auch relevanter werden, irgendwie, wenn... Oh, ist hier Gas drum? Warum? Irgendwie so. Jetzt, wir werden bestimmt die Jagd durch die Gräben. Ach, ich bin Zack gehabt. So, können wir uns hier durchflanken? No. Oh, die Feldbetten sind immer Speicherstände, also Checkpoints. So. Stampfen und Schreien. Ich höre das Geräusch. Ein Stampfen und Schreien. Es wird jede Nacht schlimmer. Ist das nicht der Feind? Ja, kommt von unten. Aus der Erde. H-O-V-R-O. Hm, und hindurch. Hey, die Witzker. Oh. Ach, nee, Alter. Okay, wir müssen uns die Maske von ihm holen. Oh, ist das... Das geht schief. Ach, scheiße. Gasschutzmaske von 1917. Die Gasmaske verfügt über einen extra starken Filter, der auch den Maskenbrecher-Komponenten deutscher Kampfstoffe widerstehen sollte. Sollte. Oh, na, dann setzen wir auf das down. Oh-oh! Ah! Find einen Weg. Geh mal hier hin. Findet er mich nicht. Okay, hat er wirklich nicht. Ja, Krieg bleibt immer gleich. Ast Reines, Fallout 4, Zitat. Ah, die hat sich nicht so ganz gesund an. Die hört, das war jetzt sehr schlimm, Alter. Oh Gott. Oh Gott. So, nach dem. Guten Morgen, Sonnstein. So, setzt er die Maske da vorne sofort, also einständig auf, oder? Oh, soll ich einfach erstmal rin laufen? Oh, fuck. Ja, mit G. Oh, Mist, Alter. Geh mal hier rin. Oh nein, ihr nehmt ihr den ab? Schnaufe! Nimm's auf! Okay, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich richtig doof. So, leg mal hier lang. Oh no, Alter. Wir kommen von hier, ne? Ja, wir kommen von hier. Ähm. Ja, es ist die große Frage, ne? Laufen wir jetzt eher hier vorne rechts lang? Oder gehen wir den Weg zurück, von dem wir gekommen sind? Wir sind gerade ein bisschen unschlüssig. Vielleicht gehen wir doch eher durch die Minen von Moria. Ach, können wir nicht. Erstmal zurück? Okay. Dann, alles klar, Roma. Wenn du sagst, wir müssen erstmal zurück, dann nehmen wir uns erstmal zurück. Schauen, ob da noch was ist. Echt jetzt? Du willst looten? So, ich weiß ja nicht, ob ihr so ein Ding schon mal aufhattet, irgendwie. Aber du kriegst halt einfach, ihr fühlt keine Luft an bei diesen Dingern. So wie er sich schon anhört, irgendwie ist das halt, das ist... Du kannst halt einfach nicht richtig atmen, man. Sehr unanhängig. Und wir kommen ja nicht mehr richtig zurück. Wir kommen gar nicht mehr richtig zurück, verdammte Axt. Wir sind ja hier runtergefallen. Okay, verstehe. Es ist mir jetzt gerade entfallen, dass wir in den Rahmen gestürzt sind. Wir sind ja nicht irgendwo runtergelaufen. Naja, okay. Ach, Mann, ey. Ich kenne hier, weil ich jetzt ein bisschen so an meinem Kopf am Stacheldraht hängen. So, okay. Weiter geht's. So, ihr Lieben, und wenn ihr denn neu auf dem Kanal seid, tut mir doch bitte in die Fallen. Lasst doch bitte ein Follow da. Helft uns ein bisschen zu wachsen. Das wäre total lieb von euch. So, da vorne ein Candlelight-Tinner für uns. Maybe. Sie kommen. Heute Nacht habe ich einen Traum gehabt. Jetzt weiß ich, was diese gigantischen, brennenden Kreaturen sind. Sie sind die gefallenen Soldaten und ihre Kriegsrisse aus alter Zeit. Wir haben ihre Ruhe gestört. Sie kommen. Bald wissen wir mit ihnen retten. Hauwau. Ach, das sind brennende Fußabdrücke. Oh, no, no, no. Gräben. Oh. Oh, ho, ho. Ai, ai, ai. Es ist also doch kein Zufall gewesen, dass ausgerechnet er zum Kompanieführer gemacht wurde. Der frisch gebackene Leutnant. Vater hat es gestanden, als ich in Berlin war. Er hat Kontakte in der Heeresleitung spielen lassen. Das kommt jetzt nicht zu überraschend. So, ich setze die mal auf lieber. Wer weiß. Ach, du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm, einmal kurz hier reingehen. Hier waren wir doch schon mal drinnen. Ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass ich jetzt hier nicht an irgendein Stacheldraht hängen bleibe oder so. Oh, na, die Wäsche kannst du, die ist am Arsch. Die kannst du feierst. Die kannst du noch mal waschen. Tod und du lebst. Das ist alles, was zählt. Ja. Alter. Okay, okay, okay. Warum, warum wird das hier immer, immer, ich darf nicht so lange in der Säure bleiben oder was? In dem Gas? Ach nee, ich muss ja abnehmen. Verstehe, verstehe. Oh, nee, darfst du nicht abnehmen. Ich sehe einfach einen Scheiß, Mann. Ich sehe gar nichts. So, wo jetzt hier lang? Ach, okay, ist einfach nur ein Dog Tag. Franz Fromm. Ach, aus Dahlen, Westerburg. Mh, der gute Franz Fromm. Oh, komplett verschüttet worden. So, gib mal Gas. Also, äh. Bescheuert das. Zieht sich diese Sicht immer weiter zu? Also, ja, tut sie. Aber haben wir irgendwann einen Punkt, wo wir halt einfach sterben? Oder ist das jetzt einfach bloß Sichthindernis? Oh, Alter, das ist ja gar nichts mehr. Oh, Alter, das ist ja gar nichts mehr. Oh Mann, nur Bunker 61. Oh, bitte. So, einmal nochmal schnell Speicherblenden. Das ist einfach voll ein Lappen. Ach, schocken gerade. Oh, das ist ja nichts. Okay, warum... Kommt wirklich hier irgendwann ein Punkt, wo wir sterben können? Trotz Maske? Ja, Mann. Und ich habe Morphium. Ich bin nicht die ganze Zeit herumgetrieben. Das ist ziemlich zielsicher ohne Augen. Wenn ausabbeln... Du rede doch. Das ist wirklich so. Du hast vorne so eine, so eine andere Membran drin. Das hört sich wirklich so an, wenn du, wenn du ausabbeln bist, hast du wirklich... Kameradenschwein. Wir ahnen müssen, dass hier nichts zu schauen ist. Ah, davon willst du wohl nichts wissen, hä? Ich wünschte wirklich, ich könnte dir so einfach trauen. Aber ich darf meine Mission nicht gefährden. Okay, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Vielleicht. Ich ahne, schrecklich jetzt. Wahrscheinlich müssen wir ihn vergasen. Oder mit Gas rausholen. Vergasen klingt ganz schrecklich. Tatsächlich irgendwie... Ja. Was soll ich dir bringen? Soll ich dir, keine Ahnung, irgendwie eine brennende französische Flagge bringen? Oder was ist los mit dir? Jetzt habe ich viel zu drastisch wieder gedacht irgendwie. Ich dachte tatsächlich, dass man ihn quasi halt mit Gas da rausholt. Irgendwie. Oder eben dazu bringt, dass er eben nicht mehr in der Lage ist zu feuern. Wir müssen ihn nicht gleich töten, hä? Okay. Wir haben hier einen Speicher. Punkt. Vielleicht müssen wir... Wir werden jetzt... Alter, das sind ein paar Patronenhülsen, ey. Boah, wie sind das hier? Daraus werden später Farbeimai gemacht. Der Duft von nassen Schießpulver brennt in deiner Nase. Leider sind die leeren Hülsen nutzlos. Munitionsdepot. Okay. Okay. Sprengstofflager. Der Nachschub an Geschossen und Munition ist unterbrochen. So sind wir fast wehrlos. Man hat uns da außen vergessen. Nach einer Bestandsaufnahme in allen Gräben und Unterständen habe ich alles, was uns an Sprengstoff und Munition geblieben ist, verblieben ist, im neuen Munitionslager gesichert. Nun muss ich nur dafür sorgen, dass hier in der Nähe niemand leichtsinnig herumzündelt. Feldwebe Brauer. Der Eingang zum Munitionsdepot ist verschlossen. Vielleicht kannst du einen anderen Weg hineinfinden. Das wäre toll. Rauchen verbunden. Ja, schön. Oh, ne, nur Nebel. Uh, das ist jetzt gerade ein bisschen erschrocken. So, ich gucke mal hier vorne nochmal, auf der Seite. Vielleicht gibt es da irgendwas. Das ist eigentlich übrigens geil, dass du ab und zu mal so eine kurze Rätselanlagen drin hast. Das lockert halt diesen Stress, den du hast, äh, ein bisschen auf, finde ich. Also, du hast halt anderen Stress, ne? Stress bleibt Stress. Aber es ist nicht mehr so schlimm. Es ist nicht mehr lebensvernichtender Stress. So, was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas? Flaschen? Ein Lapin? Hier brennt's. Verdammt. Nee. Okay, 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 okay. Jetzt runter. Nope. So. Einmal am Bett gespeichert. Wie befohlen hat der große Leutnant des mächtigen deutschen Kaisers die neuen Giftgasmischung gegen die Franzosen eingesetzt. Er glaubt wirklich, dass es uns zum Sieg verhilft, wenn wir einige der armen Schweine in ihren Gräben krepieren lassen. Wie er sich gefreut hat. Sieht er nicht, dass wir die ganze Welt gegen uns haben? Will er sie alle vernichten, statt sich geschlagen zu geben? Ja. Tatsächlich könnte man ein schönes Trinkspiel draus machen. Jedes Mal, wenn wir mal einen Zettel zum Lesen finden, müsst ihr einen trinken. In der ersten Heimstunde sind alle Rattendicht. Nichts zum Lesen, das ist ja untypisch. Ja, das Spiel hat es euch angetanen, wo ich bin, oder? Au, au, ist um den Kopf fallen. Au. Moment. Telefon. Hervorragend. Ich will es tun. Ja. Ja, das hätte ich auch so gemacht. Munitions-Depo. So, wenn wir mal ein Schnuffelschnück hier wieder aufsetzen, ne? Weiter geht's. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Fuck, 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 fuck. Ist mir wurscht. ein Schrei in der Ferne. St qualify ich, eh, hier noch nicht. Okay. Wurde er denn selbst durch die Tür brechen, oder? Hört sich ein bisschen so an, als wenn er könnte. So, wo bleibt denn Black Beauty hier? Achso, sieh, Lampe. Gut. Okay, gut, man kann sich auch hier stehen verstecken, das ist schön. So, wir müssen mal kurz mal die Wege hier angucken. Höh? Noch eine Gasmaske. Nutzlos, der Filter der Gasmaske ist verklebt mit beißend riechenden Chemikalien. Gut. Funkbefehl Giftgas. Diensthabender Funke, Unteroffizier Johannes von Schmidt. Vier. Datum, 11. August 1917. Achtung, streng vertraulicher Order an den diensthabenden Offizier. Um schneller Erfolge zu erzielen, sind in den folgenden Wochen wieder verstärkte Grünkreuzgranaten, Lungenkampfstoff mit den nun verbesserten Blaukreuz, Nasen- und Rachenkampfstoff kombinierten gegen feindliche Truppen einzusetzen. Die Blaukreuzkomponenten wirkt als Maskenbrecher, da sie einfache Filter der Masken durchdringen kann. Durchdringen kann. Atemnot zwingt den Feind zum Entfernen der Maske, darauf folgend tut der Lungenkampfstoff sein Übriges. Oh, Heil. Ach, wie viel Scheiße. So, Lampe Italene an. So, soll ich ihn jetzt zu dem Tor vom Munitionslager locken, damit er da durchrennt? Oder... Ich meine, ich muss es ja irgendwie aufbekommen. Und ich selber kriege es gerade nicht auf. So, nochmal ein Schnuffi aufsetzen. Oh. Ah. Träbier. Da vorne ist er. Grat. Wie war... Warum ist er so schnell da? Oh, bitte langsam. Er ist langsam. Warum ist er so... Ohohoho. Das war knapp, Alter. Genau so halt mit... Genauso war es geplant. War von vornherein eigentlich meine Strategie. Genauso würde ich so haben. Strategisch habe ich ihn einfach jetzt an dieser Situation in Position gelockt. Und irgendwie... Das war jetzt auch kein random. War auch jetzt kein Zufall. Das war... Strategisch von mir... Von vornherein so gedacht. Nicht. Ich komme hier mit so viel Glück einfach nur durch. So. Habe ich jetzt hier einen apokalyptischen Reiter erwischt, oder was? So, ich gehe mal runter. Irgendwie glaube ich, dass der noch nicht ganz so tot ist, wer tot sein sollte. Hallo? Apokalyptischer Reiter? Oh, vielleicht doch. Ah, okay. Super. Kopf der Kreatur. Die Trophäe erfüllt dich mit Stolz. Als ob du dir die Kraft der Kreatur zu eigen machst. Nimm mit Tragik wie Ohren an einer Kette um den Hals. So, der geht jetzt hier nicht raus. Okay, Schalik. Dachte, da kann man raus. Ja, man kann auch raus. Freiheit. So, jetzt gehen wir wieder zu... ...zu Gunther. Und der lässt uns jetzt hoffentlich rennen. Warte mal, war das hier vorne dran? Könnte ich hier vorne, wa? Schön, easy, locker laufen. Nicht rennen. Ja, muss ich hin. Stopp noch ein bisschen. So, okay, alles klar. Ich nehm die mal ab, glaube ich. Jetzt ist es nicht so gut. Ich habe die Erschütterung bis hier gespürt. Was ist passiert? Es war eine Erschütterung in der Macht. Beweist es mir. Hier hast du hin. Da hin. Ey, wenn das jetzt sehr blind ist, dann... ...dann muss ich ein bisschen schmulzeln. Ich mache mal die Tür zu. Wer weiß, was da noch kommt. Hallo, Herr Offizier. Ey, ich habe hier so krasser Ninja-The-Bunker-Vibes irgendwie. Das ist ja echt Wahnsinn. Ich sehe, Benni, ich höre mich, wer hier gerade panisch mit so einem Benzinkanister hinrennt. Nur, um die Laternen anzulassen. Oh, stimmt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch unbedingt mal bei uns auf dem YouTube-Kanal mal geben. Sehr, sehr cool. Für die, die auch neu sind, wir sind hier übrigens zu zweit. Ja, der Kanal heißt ja Benni und Steve. Ich bin Steve. Benni ist leider im Urlaub. Ansonsten würden wir sowas immer ganz gerne zu zweit spielen. Und ich bin quasi die Urlaubsvertretung. So, großer Kreuzweg. Ich musste auf Nummer sicher gehen. Ich hoffe, das verstehst du. Ich schieße nicht schlecht für einen Blinden, was? Ja, kann man so sagen. Kriegt er eine Idee, Herrham? Meine Augen, äh, äh, schmerzen noch. Erwischt worden. Ich sehe jetzt schon viel klarer. Viel, tsch, ah, viel klarer. Ich weiß, dass du auch die Missgeburt, die mir das angetan hat, vernichtet hast. Ich hätte nicht an dir zweifeln dürfen, Kamerad. Auch, wenn du mir keine Medizin gebracht hast. Aber, ach, ich weiß mir selbst zu helfen. Wie eine Seuche macht sich der Feind im Landesinneren breit. Sogar in unsere eigenen Reihen ist er vorgedrungen. Bis in die Heimat. Ich muss die Stellung hier halten. Was liegt also an dir? Wenn du dem Eisenbahntunnel im Osten folgst, gelangst du zu einer Munitionsfabrik. Wir haben unseren Nachschub an Kriegsmaterial gekappt. Etwas hat die Produktion unterbrochen. Es gibt Gerüchte über einen Saboteur. Einen Feind in unseren eigenen Reihen. Nimm das hier. Es wird bald dunkler werden. Wenn du die Maschinen wieder zum Laufen bringst, werden wir genug Sprengkraft haben, um den Krieg für uns zu entscheiden. Magnetlampe. Taschenlampe ohne Batterien. Immer bereit. Die Tampe, die Tampe. Die Lampe ist um den Halt zu tragen. Durch den mehrfachen Zug in der Antriebskette, die sich automatisch wieder aufrollte, wird die Magnetlampe zum Leuchten gebracht. Vorsicht, nach mehrfachen Betätigen der Antriebskette kann die Lampe ausfallen. Schlüssel für den Östig, für die östliche Bunkertür. Okay, alles klar. Mit dem Schlüssel gelangst du in die Gräbe in östlich des Bunkers. Ganz so wie du es eben gemacht hast. Ich zähle auf dich. Du bist unsere einzige Hoffnung, hier herauszukommen. Wir sitzen hier schon viel zu lange fest. Was total geil ist, dass er das A als jemand, dessen Augen komplett zerstört sind, vom Spiegel macht. Der noch dazu total blind ist. Also der Spiegel. So wie er. Es ist, es ist, äh. Worauf wartest du noch? Ja, ich geh ja schon. Wann, uh. Ähm. Zum, zum östlichen. Dienstplan. Ah, Latrinen, das hatten wir schon mal. Wunderbar. So, wenn ich jetzt wüsste, wo die Tür zum östlichen Grabenkomplex ist, dann werdet nicht schlecht. Wir hacken uns hier erstmal durch. Ich war auch schon drin. Warum sind denn jetzt hier Bretter da voll, wenn wir hier schon mal drin waren? Okay. Osten. So, düsen wir mal durch. Vater hat ihn hierher versetzen lassen. Aber ich erkenne diesen Leutnant doch selbst kaum wieder. Er hat seit Jahren kein Wort mit mir geredet. Auch nicht in den Wochen, seit er hier ist. Erst, weil ich das schwarze Schaf der Familie war. Und dann, weil ich vor ihm in den Krieg ziehen durfte. Als wenn das ein beschissen Privileg ist. Und nun schaut er auf mich und die Welt herab. Ja, aber ich, ich, es ist halt bestätigt, ne? Also, der Leutnant, dieser Offizier, ist unser jüngerer Bruder Paul. Ich glaube, darum jetzt noch ein Geheimnis zu machen, ist irgendwie ein bisschen unnütz nur noch. Schauen wir noch mal kurz nach. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie eine Doctag. Betreten verboten. Okay. Gut. Dann eben nicht. so, alles klar. Zack. Aufschließen. Und schon sind wir in den östlichen Gräben. Taschenlampe. Schwarzer Weg. Boah. Boah, die hält ja richtig lange, ey. Boah, das ist doch, das ist doch Stänkern. Das ist doch einfach nur Stänkern. so, wen haben wir da? Horst Weber aus Recklinghausen. Deine Familie wird dich vermissen, Mann. Erstmal lieber zu Hause, ihr Lieben. Es ist Herbst. Drei Jahre dauert der Krieg nun schon. Im Heimaturlaub war ich kurz auf dem Dachboden, aber die Erinnerung an Christian schmerzt so sehr. Auch meine Tauben waren fort. Wer ist Christian? Mutter sagt, sie seien fortgeflogen. Aber ich glaube, sie hat gelogen. Vielleicht, weil Vater dabei war. Wahrscheinlich hat er sie damals im Käfig verhungern lassen. Er hat sich ein Labor im Keller eingerichtet. Was er dort tut, schien Mutter nicht zu wissen. Sie reden kaum ein Wort. So, wer ist dafür, Vater of the Year Trophäen an ihn zu verleihen? An den guten Karl? So, kloppt mich hier gleich durch. Guck mal hier nur. Harty, vielen Dank für euren Follow. Welcome to the Family. Oder man könnte auch sagen, wobei hin? Warte mal. So, von Diablo, das war der Schlechter. Vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. Oh, okay, warte mal, hier sollten wir vielleicht jetzt hier nicht so viel rumfummeln? Big Boom. Konserven. Ja klar, dass du da, ja, hallo sagst. Alter, uah, als alter Diablo-Fan. So, wenn ich mal kurz, warte mal, da, sag mal kurz, hallo. Das ist eine nette, kuschelpuppe. Komm, ich lass dich einfach mal hier. So. Einmal Bianca knuddeln. Mach das um. Hat so verdient. Bahnhofstraße, die kaufe ich. Schreibstube, hier können diese Datenbriefe an die Heimat schreiben. Ja, okay. Postkarte von Kasper. Liebe Eltern, die Osel hat sich entlobt. Bewundert euch nicht, wen sie nun nichts von sich hören lässt. Wenn erst mal der Krieg vorüber ist, kommt die Zeit für Neuanfänge. Dann wird die Osel vielleicht auch wieder Hoffnung schöpfen und an uns denken. Ich halte mich hier tapfer und denke jeden Tag an euch, wenn ich meinen Dienst für das Vaterland tue. Euer Kasper. Post. Post. Ach, der Briefkasten. Mann, ey, das war total traurig, Alter, ey. So eine sinnlose Tragödie. Die Feldpostregeln. Soldat, achte die Fortschriften. Die Fortschriften. In der Feldpost untersagt sind unübliche Schriften und jedwille Kodierung. Nicht lesbare Schriften. Nennung deines Aufenthaltsortes. Nennung von oder Anspielung auf Taktiken oder Pläne deiner Kompanie. Stichprobenartige Prüfungen werden durchgeführt. Verstöße werden schrägstens bestraft. Strichprobenartig, da kannst du veräßen, da ist wahrscheinlich jeder Brief durchgelesen worden. Jeder. So, hier in die Postsäcke. Zensierte Postkarte. Okay. Ich habe gehört, soll es wohl nach Süden weitergehen für uns und unsere benachbarten Kompanien. Vielleicht hilft der Ortwechsel, ja. Ich werde die Läuse gar nicht mehr los. Ich hoffe, ihr leidet nicht so zu sehr Hunger. Ich vermisse euch sehr. Euer Martin Pokora. Ja, das ist natürlich zensiert, ne? Es geht mit der Kompanie Richtung Westen. Das ist natürlich, darfst du nicht schreiben. So, hier sieht man tatsächlich auch, wie viele Säcke abtransportiert worden sind. Das hat natürlich überhaupt keine Priorität, ne? Also für die Moral auf jeden Fall, aber oh, was ist denn das hier? Der Saboteur würde mich auch nicht wundern, wenn tatsächlich unser Bruder der Saboteur ist. Kein Zug. Gefreiter Arnon. Zum wiederholten Male teile ich Ihnen mit, dass Sie keinen Zug gehört haben können. Bitte unterlassen Sie die weitere Meldung Ihrer Hirngespinste. Und Offizier Hübler. Mensch, du Käse. Okay, ihr speichert, da geht es jetzt weiter. Ich würde ganz kurz hier nochmal kurz schauen, ob wir hier noch irgendwas finden. Nimm mit. Karl Jansen aus Kiel. Ach, Mann. Karl. Wieso? So, okay. Können wir kurz speichern. Oh, warte mal, hier ist noch was. Ich komme nicht hoch. Wir sind un... Es ist uns nicht möglich, eine kleine Stufe zu besteigen. Werkzeuge und niemand hier, um es zu benutzen. Feiglinge. Allesamt. Okay, gut. Dann lasst uns mal über die Brücke laufen. Auf gen Osten. Richtung Wohl ist dir bei dem Anblick nicht richtig Wohl ist bei dem Anblick nicht. Hoffentlich kommt kein Zug, wenn du über die Brücke läufst. Echt jetzt? Doch, bitte nicht. Oh, bitte jetzt kein Zug. Verderbnis. Wuh. Schitterndzug. So, ich laufe erst mal ohne Licht. Oh, was ist das für eine fette Fabrik, ey. Was ist der übel aus? Oh, was ist der nicht für ein... Was ist der nicht hier für ein Mahnmal, Alter? Wer baut denn sowas? Zu der Zeit vor allen Dingen. Was? Was? Okay. Okay. Und überall sind Munitionen drinne. Also, okay. kann mir jetzt... Wieso eigentlich wo folgt mich jetzt erschrocken? Aber ich kann mich gerade erschrocken. Okay. Gehen wir weiter. Hallo? Ja. Ja. Kein Problem. Klar. Vor. Verstehe. Er ist was, Mann? Er ist wahrscheinlich die einzige Person hier. Also, die Taschenlampe, die ist ja echt kacke, Alter. Das muss man mal wirklich so sagen. Die ist ja... Die ist ja nüscht. So, was haben wir hier? 13. Oktober 1917. Ich habe angeordnet, dass unsere Fabriken die Kampfmittel und Waffenproduktion umgehend einstellen. Grubert weigert sich. Er nennt es Verrat. Ja, okay. Dann wird Grubert wahrscheinlich der Saboteur sein. Und das ist die monumentale Fabrik unseres Vaters. Keine Ahnung, wozu dieser Hebel ist. ist Abhexin. Was? Okay. Scheiße. Wird man vielleicht nicht machen sollen. Fernschreiberstreifen. Zentrale Steuerelement korrupt. Produktion unterbrochen. Äh. Ja, da ist... Oh Gott. Oh Mann. Nun ploppen da diese Schatten jetzt hier auf. Er atmet Gas. What? Er atmet Gas? ist schon unheimlich. Fragt euch mal, ob ihr euch alleine in so eine Fabrik trauen würdet. Jan Salene. Warum? Was ist... Was ist das zur Hölle? Warum ist denn das hier so verschmolzen? Was ist denn das? Achso, ein Rohr. Bisschen wie bei Aliens, Alter. Also diese aufplockenden Schatten machen mich tatsächlich ein bisschen fertig. Kesseldruck. Folge den orangefahrenden Rohren, um den Dampf aus dem Ofenkessel dorthin zu leiten, wo der Druck benötigt wird. Die... Ja. Ja. Okay. Dann folgen wir mal. So, hier muss man wahrscheinlich weg. Ja. Nope. Ich ziehe einfach mal in irgendwelchen Hebel drücken, irgendwelche Rädchen. Sabotage. Wir haben versucht, die Maschinen in Gang zu halten, aber sie sind immer wieder ausgefallen. Wir dachten, der Feind hätte uns sabotiert. Doch wir konnten niemanden finden. Es ist, als ob sich die Maschinen selbst weigerten, weiter zu produzieren. Die anderen sind verschwunden. Ich muss die Fabrik mit den Öfen wieder zum Laufen bringen. Geht's? 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 Geht's, Grubert? Geht's noch? Okay, hier komme ich durch. Warum kann ich denn nicht? Warten! Hm. Arbeiter! Wir sind als Heimat hier. Und dann stücken unsere Vorderlagen in Kaffe gegen den Zeit an unseren Grenzen. So, warum aber was sollen wir in den Ofen machen? Gibt es da was zum verheizen? So, okay. Hier, das müssen wir zu machen. Die Frage ist nur, wo können wir das noch weiterhin umleiten? Das ist ein zweiter Ding. Oh, ja. Okay. Now let's go tracking. Gibt nicht? So, hier ist eigentlich null. Eigentlich dürfte er jetzt hier nicht mehr durchgehen. Okay, wir gucken mal hier hinten. Hier war ja auch nochmal ein Stellrad. Das ist für diese alte Fabriks. Gas gegen die Verzosen. Wie befohlen hat der große Leutnant des mächtigen deutschen Kaisers die neuen Giftgasmischungen gegen die Franzosen eingesetzt. Er glaubt wirklich, dass es uns zum Sieg verhilft, wenn wir einige der armen Schweine an ihren Gräben krepieren lassen. Wer sich gefreut hat, das hat mir schon. Nur wurde es uns vorgelesen. Warum finden wir das jetzt nochmal? Oh, fuck. So, weiter, 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 weiter. Ich kann mal hinhocken. So, Nummer drei. So, das ist ganz gut. Ofen machen wir natürlich auch, weil wir eine Zwangsnerose haben. Okay. Wo ist denn überhaupt der Durchgang? Brauchen wir jetzt Druck, um eine Gitter hier zu öffnen? Oh, ja. Auch nicht. So, und ein Rädchen Nummer drei. Ah, okay, aber... Oh, okay. So, be quick or be dead. Und los. Uh. Das war die Hupe. Die wollten wir hören. Ja. Ah. 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 Hu, hu, hu. Nein, nicht stopp. Hä? Da, ich fang. Hä? Da komme ich gerade nicht durch, oder? Ah. Mann, hör doch mal auf. Das ist ständig die Damage. So, muss man kurz warten, bis die Blutgesicht, die ja weg ist. Geht die weg, bitte? Dankeschön. Ich habe noch keine Zeit. Alter, ey, kommt hier nicht durch, oder was? Das wird mich jetzt ärgern, hier, oder was? Und wann das dann? So, warten wir so verkehrt. Rechts lang. Dankeschön. Meine Güte, was für eine OP. So. Nope. So, okay. Warte mal. Wie war denn das? Haben wir doch alles gemacht. Warum ist denn... Okay, das war die Konstellation, wo die Huppe funktioniert hat? Die Frage ist nur, wohin? Wohin geht es jetzt? So, Y, F2, G3. Haben wir noch so weit alles gemacht? Aber wohin denn? Nö? Achso, die müssen die Tür einfach nur anfassen. Natürlich. Ich finde die Fabrik wirklich unheimlich, muss man mal ganz klar sagen. Also, ich finde, die ist die Suit gemacht. Oh, Mann. Dankeschön, liebes Spiel. Dankeschön. Einmal Schlüpfer wechseln. Wunderbar. So, ich setze mal die Maske auf. So, und der Saboteur atmet Gas. Ja, das ist schön. Das freut mich. Wurde mal eins kurz hier sch... Nee, jetzt ist ja nicht lang. So, hier ist Bett. Kannst du ja immer im Kreis hier laufen, oder was? Ich hab hier wirklich keine Orientierung, ey. Oh, hier ist nochmal vier. Alles klar. So, 600 Dinger. Und, ihr wisst, der Ofen muss offen sein. Warum auch immer. So, dann... Hs auf Dampf. H2. Und X. Und wo ist X? Von diesem Valkon, ne? Ja, von diesem Valkon. Wo ist jetzt X? Wo ist das dritte Rad? Wahrscheinlich hier durch. Okay, wahrscheinlich wird hier irgendwie ein Fahrsturm oder irgendwas runterkommen. Wo ist denn bitte? Gehen wir mal hier durch. Oh, lo 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 lo. Hartz 2, okay. Alles klar. Und hier hinten... Da haben wir die nächste Stellschranke. Und da gehen wir mal auf X. Was ist das für ein Geräusch? Das hört sich nicht sehr vertraunserweckend an. So, und jetzt würde ich sagen, wir gehen hier durch. Wunderbar. So, wir setzen jetzt mal die Maske mal kurz ab und dann jetzt hier hoch. Wie gesagt, dann jetzt hier hoch. So, ich bin schon komplett los in diesem Ding jetzt hier. Keine Orientierung mehr hier. Ah, orangene Rohr. Ich folge einfach dem orangenen Rohr. Nehmt den Kaiser die Krone und er wird ein Einsieden haben. Spurte, gespurte. So, jetzt nicht durch. Oh Gott. Die Puppe freut sich über deinen Besuch. Ja du, ich auch. Ich freu mich auch. Kleine Puppe. Nicht. Muss weg. So, das hat jetzt jetzt aber auch irgendwie hier nicht weitergebracht. Die Ecke. Da vorne kommen wir nicht rein. Hä? Hä? Wo müssen wir hin? Ah, okay. Wir lassen uns ja einfach wie Fallobst fallen. hin? Das ist der Weg. Sind wir nicht von hier gekommen? Wir sind doch von hier gekommen, oder? Oder nicht? Ja, wir sind von hier gekommen. Ich wusste doch. Scheiße. Aber wo sollen wir hin? Wo sollen wir gehen? So ein Käse. Didi ding 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 ding. I wanna know. So, okay. Genau. Hier war die Nachricht. Hier vom Käse. Vom Käse. Achso. Wir gehen mal unten lang hier. Schauen wir mal. Wie sieht es hier aus? Bitte sei offen. Nein. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nein, 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 nein. Ich wollte hier erstmal kurz in den Raum rein. What? Sirek? Sirek? What? Streik ist Frieden. Okay. Du fühlst dich verraten. Sirek ist Frieden. Okay, Leiter hoch. Schwupp, schwupp. Und dann schauen wir mal. Oh, das erinnert mich so ein bisschen. Oh, ah, okay. Hier sind wir. Ah, na dann. Lass es mal am Himmel ziehen. Und die Fabrik erwacht zum Leben. Ach. In dem Bereich wird mein Handeln wieder Konsequenzen haben. Okay, Leute. Also wir werden jetzt wahrscheinlich auf den nächsten Oberboss treffen. den Saboteur. Den Saboteur. So, wir können schon mal entscheiden. Irgendwie. Ob rot oder grün. Also nicht, dass wir jetzt, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht zwischen rot und grün die Wahl haben, ne? So, die Fabrik reaktivieren. Arbeiter! Der Saboteur hat die Fabrik heruntergefahren. Wir müssen versuchen, die Produktion wieder zu starten. Dazu muss der Gasdruck in allen Zuleitungen auf der höchsten Stufe gebracht werden. Bei genügend Druck können wir die Energieversorgung der Fabrik durch den Hebel in der mittelten Konsole wieder herstellen. Sollte die Produktionshalle aber dem Feind in die Hände fallen, müssen wir die Produktion für immer lahmlegen. Dazu müsst ihr dann den Gasfluss abstellen. Um den Gasfluss dann im Anschluss nach außen abzuleiten, musst du die Gasleitungenmechanik manuell aktiviert werden. Ahahaha. Äh, okay. Okay. Verderbnis. Du ziehst von Osten wie Windhauch in die Gräben. Mit Versprechen von Heimat, Weib und Heldentod. Dann aber willst du fressen. Dann verschlingst du alles Leben. So sieht es jetzt aus hier. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt die Maske prophylaktisch schon mal aufsetzen sollte. Wir werden es gleich sehen. Okay. Über die mittlere Konsole können wir das Gas ableiten. Und haa. Ja, ich bin dankbar für die Taschenlampe. Ich bin so richtig dankbar. Schön. So, da sitzt der Saboteur, glaube ich. Wenn wir jetzt hinnehmen, können wir natürlich, kann sein, dass wir ihn jetzt irgendwie aktivieren. Wir werden ihn bestimmt aktivieren. Scheibenkleister, Alter. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, was wir jetzt gleich machen sollen irgendwie. Sollen wir ihn aktivieren? Oder sollen wir das Gas komplett... Also, die Fabrik ist in feines Hand. Um das zu deaktivieren, sollen wir in der Mittelkonsole das Gas komplett ablassen. Oder? So stand es am Zettel. Komm. Wir machen eine Chat-Entscheidung, ihr Lieben. So, seid jetzt mal kurz mit mir irgendwie. Jetzt ist Interaktion nochmal kurz gefragt, ihr Lieben. Sollen wir an diesem Hebel ziehen? Oder da vorne beim Herrn der Finsternis an seiner Handkobel? Also, ja, was jetzt passiert? Also, entweder schotten wir jetzt die Fabrik komplett damit down. Das ist ein toller Satz gerade gewesen. Ähm, oder wir... Keine Ahnung, was da vorne passiert. Ich weiß jetzt nicht. Zwei. B. Kobel. Also, was? Also, B ist der da hinten, oder was? Hier vorne ist Hebel. Da ist... Da ist... Der Herr der Finsternis. Der Herr der Finsternis. Okay. Ihr wollt es, ihr kriegt es. So. Willkommen. T-800. Auf geht's. Ah. Oh, der Skelettkönig. Wollt er nicht. Fand er nicht gut. Ja. Er wollte nicht, dass er an seinem Hebel zieht. Jetzt haben wir ja... General Green ist am Arsch. Alter. Ich geh mal hier lang. Was haben wir denn hier? Kann ich hier drehen? Ja! Scheiße, ich muss hier drehen. Halt, hol auf. Ja! Warum kommen die denn so? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Gasdruck erhöhen. Ah, okay. Ganz kurz mal. Die Challenge ist jetzt also Gasdruck verringern oder Gasdruck erhöhen. Gasdruck verringern heißt, die Anlage außer Betrieb zu nehmen. Gasdruck erhöhen heißt, du bist die Anlage beizubehalten. Was wollen wir tun? Was wollen wir tun, Chat? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun, lieber Chat? Was sollen wir machen? Sollen wir Gas weg oder nicht? Was sollen wir tun? Flammen ihn ab. Also Gas hoch. Gut. Let's do it. Okay. Let's do it. For America. So. Schwuppdiwupp. Oh, oh. Gasdruck erhöhen. Hier noch ran hier. Bam. Warte mal um, Alter. Ja. Lauf. So. Gasdruck erhöhen. Oh. Zack. Haben wir. Kann ich herlang? Nein, kann ich herlang? Oh. Er ist so nah. So. Habe ich jetzt hier den Gasdruck erhöht oder nicht? Äh, erhöhen. So, haben wir. Alles ist auf Rot. Ja, wir sind irgendwie so ein bisschen eher auf Rot. Wir kommen nicht ran, wir kommen nicht ran, wir kommen nicht ran. Wir kommen nicht ran. Ich geh einfach durch. Du es. Zieh den Hebel, Mann. Hat es erreicht? Gut, 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 gut. Das war ja schön, Alter. Ah, okay. Alles klar, wir schalten alle doof rot. Ey, Bianca, hast du da nicht irgendwie Skelettkönig-Flashbacks irgendwie? Also, das ist, ich finde, ich finde es so. Ihr wagt es, in die Heiligkeit meiner Gräbe einzudringen. So. Auf geht's. Ja, ist dein Hebel. Alles gut. Einer von uns wurde da aufstehen, Alter. So, danach holt mir Leoryks Krone. So, ich muss aber jetzt erst mal weg hier. So, nun gilt es. So, wunderschön. Hey, Benni, grüß dich. Kommt gerade richtig. Pinchotter, Marsch, Mann. Mach hin. So. Schön, der Brot sich versichert. Oh, er ist so schlapp. Los, komm, komm, komm. Komm, komm, du, 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 du. Hurry up. Nein, warte mal. Nein. Das ist die Richtung. So. Oh, wo ist er? Oh, lass mich, lass mich, lass mich. Nein, eine fehlt, eine fehlt. Eine fehlt. Schass da aus. Erhöhen. So, jetzt haben wir alle. Komm, jetzt ist er auf. Wo geht er hin? Ich setz voll lieber die Maske auf, wa? Komm, gib mir nicht. Ich muss doch die Maske nicht absetzen. Gib mir nicht her, gib mir nicht her. Lass es los. Lass es los, jetzt ist der. So. Wir sind noch nicht fertig, mein Freund. Ich sagte, gib mir den Hebel und gib den Keh. Alter, überhaupt keine unterdrückten Aggressionsgefühle. Ja, er nimmt sich die Krone. Oh, mit Kopf. Oh, Gott, Alter. Oh, Gott. Ich glaub' das ja nicht. Alter. Epic. Einfach epic, ey. Boah. So, okay. Und damit haben wir hier auch die Krone des Skelettkönigs. Die Trophäe. Das kranke Hirn des Saboteurs. Kapitel 3. Schmerz. Ja, hier hat er mich beim letzten Mal nochmal sehr maskulin erschrocken. Das bleibt... Oh, oh. Wer steht denn da vorne? Machen wir mit. Dann müssen wir erstmal aufstehen. Dann müssen wir erstmal kurz raus. So, schabib, schabum. Aha, keine mehr da. So, Lampe machen wir an. Bei dem Kriegsspielzeug hat sich noch nicht verändert. Ja, ja, ja. Er hat seine Zinsolaten sehr im Griff. Okay, gut. Wir schauen uns nochmal weiter um. Oh, das ist ja jetzt das Flugzeug. Du hast es fast wieder in Ordnung gebracht. Ach so. So, Paul von Schmidt verlässt die preußische Hauptkadettenanstalt im Kriegsjahr 1916 mit Höchstnoten und Empfehlungen für die Offizierslaufbahn. Paul ist unser Bruder. So, spricht eigentlich hier noch irgendwie die These, die gerade sagte, dass er unser Vorgesetzter ist. Es sei denn, natürlich, er ist erst später dazu gekommen. Das kann natürlich auch sein. Maybe. So, okay, warte mal. Hier wollen wir kurz nochmal den Schrank öffnen. Dann hat sich hier noch was anderes getan. Hier ist immer noch unser Spielzeuggewehr. So, diese Büchse können wir jetzt anschauen. Da haben wir jetzt nicht mehr so die große Panik vor. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. So, ha. Moment. Wo ist es? Dokumente, Mission. Ich muss mal eins kurz erstmal nochmal... Finde den Grund für die elektrische Störung. Okay, 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 okay. So, wie war jetzt nochmal ganz kurz Feuerzeug? Wir werden jetzt ja kein Feuerzeug haben. Hey, hey, hey. Verzerterstimme, hilf mir bitte. Wir haben immer noch nicht die Schlüssel. Das Zimmer deines Bruders ist versperrt. Doch, du hast etwas gesehen. Aber kann das nicht sein, oder? So, wir haben ja auch Schreie gehört. Versteh mich bitte. Okay. Ein Fahrstuhl zum Dachbohnen. Muss kürzlich installiert worden sein, ne? Du fragst dich, was dort oben sein mag. Ach, ja, ich weiß nicht. Also, klingt auf jeden Fall nicht gut. Klingt nicht gut. So, okay, weiter jetzt. So, dann lasst uns mal erstmal kurz rausfinden, warum wir so eine elektrische Störung haben. Hören wir mal, was war hier? Tür? Ne, die ist zu, mit Stacheldraht. Also, wir sehen halt schon, es ist eigentlich das Elternhaus. Und dankeschön, Dave, für die Creepy Door. Also, wir befinden uns in einem Traum, weil es kann ja nicht sein, irgendwie, dass jetzt plötzlich Mama und Papa gesagt haben, komm, wir haben kein Geld mehr für eine Tür, wir ziehen hier Stacheldraht ein. Eher unwahrscheinlich. Also, sind wir überhaupt lebend zurückgekehrt? Oder liegen wir wie bei Metallica Song 1 irgendwie blind, taub und stumm irgendwie auf irgendein Bett? In irgendeinem Lazarett oder was? Und wir sind nicht mehr ein und noch raus. Stellen wir uns das vielleicht einfach jetzt gerade nur vor. So, wenn wir immer noch so lieb und extra versteckt, bringe ich ein paar Kartoffeln. Das hatten wir schon, genau, von der Frau Bräuger. Das dürfen wir auch schon gehabt haben. Ja, auch, genau, das war die Arbeitsliste. So, alles verschlossen. Das Zimmer von Frau Mama ist auch zu. Wir suchen mal kurz weiter. Frage ist jetzt natürlich, wo kann ich jetzt überhaupt noch lang? Hier kann ich noch lang. Oh, Fahrstuhl. Yikes, Alter, der Fahrstuhl ist offen. Von der Firma Schmidt. Nice. Na dann. Ey, hey, hey. Nicht auf den Fahrstuhl, nicht auf den Rollstuhl treten, meine ich. Jut, roter Knopf drücken funktioniert nicht. Ich kann die Kurbel auch nicht bewegen. Warte mal, muss ich das zumachen? Geht auch nicht. Ah, der Lagerraumschluss. Der Schlager, der Schlager, der Schlager für den Lüsselraum. Der Schlüssel für den Lagerraum. Alles klar. Den nehmen wir. Äh, ja. Okay, schön, schön, schön. Ganz schau. Bam, bam. Und jetzt weiter? Ich habe auch gerade keine Steuerung. Okay, okay, okay. Cool. Cool. Alter, ist das laute. It's going down. So, verzerrte Stimme schreit. So, dann aufstehen. Oh Gott. Nein, wir sind immer noch im Fahrstuhl. Na dann. Wake up. Wakey, wakey, ich sind bakey. So, wir sind im Keller. Im Lagerraum unseres wunderbaren Anwesens. Leberwurst. Schön. Die 600 Gramm Paco. Hat sich nicht mehr durchgesetzt. Ist auf 500 runtergegangen. Zwieback. Köstlich. Was haben wir hier noch? Viel mehr Zwieback. Noch mehr Leberwurst. Was haben wir hier? Pökelfleisch. Schön. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich finde es tatsächlich mal ganz angenehm. Irgendwie, wenn man mal ein komplettes Spiel auf Deutsch so hat. So auch mit Schrift. Und also mit Ingeben-Schrift. Finde ich eigentlich cool. So, ein paar Streichhölzer, ein paar neue. Sieht nicht gut aus. Kann ich mal so ein bisschen Leberwurst mal mitnehmen? Drei Waschbecken nebeneinander. Wow. Das ist halt einfach Leberwurst und Zwieback. Ja, die Lebensmittel-Pyramide der Studenten. Absolut. Das ist das Salz der Erde, Mann. Ah, Karotten. Knoblauch. Chili. Eine Zwiebel. Was ist da los? Ein Schinken. Oder? So, das ist das Brot. Hier sind wir nicht in die Klupe. Das könnte eher ein Schinken sein, wa? So von der Farbe her. Okay, aber egal. Komm, wir schauen erstmal. Irgendwo klingelt das Telefon. Wach auf. Du musst zurückkommen. Wohin denn? Ey, wenn ich jetzt noch an der Front bin, dann ist aber scheiße, Alter. Dann möchte ich lieber hier weiter schlafen. Ist nichts. Schade. Ach Gott. Schön, schön, schön. So, ich schlau es noch. Mann, wer holt denn da? Ist das der Paule? Könnte Paule sein. Okay, hier kommen wir hoch. Können wir kurz nochmal den Rest hier anschauen. Moment. Stell die Stromversorgung wieder her. Okay. Ey, ich muss ja mal sagen, so was die Erkennungsmarken angeht. Bei den französischen sind ja ganz schön abgekackt. Also bei den Deutschmarken-Uni weiter. 10 von 28. Aber 6 ist natürlich noch um einiges schlechter. Ich glaube nicht, dass wir die alle finden werden. Okay, hier brauchen wir mal einen Schlüssel. Die Musik erinnert mich wirklich sehr an Resident Evil gerade. Was ist das denn? Kein Mensch würde so etwas Abartiges malen. Was ist denn mit einem Bild von mir? Da wird mich schlecht. Ja. Das kann nur ein Bild von mir sein. Okay. Ah, Eko und Thürn. Das ist mein Erzfeind. Thürn und Kipphebel. Kippschalter. Warum sind die Wilden da eingesperrt, Großvater? Damit du etwas lernen kannst. Sieh gut hin, wie sie am Boden sitzen. Im Schmutz, halbnackt haben sie einen Grund, stolz zu sein, Paul. Und trotzdem sind sie es. Mit ihren primitiven Speeren und wilden Geheul sind sie in unser Maschinengewehrfeuer gelaufen. Wie die Fliege sind sie gefallen. Zu Hunderten, wer grundlos stolz ist, ist dumm. Merk dir das. Du bist nicht wie sie. Dein Blut und dein Erbe sind grundstolz zu sein. Und das Sterben, das überlasst den Dummen. Alter. Ja, Europa ist doch ein richtig geiler Typ gewesen. So, Musik hier. Verstehe, alle klar. Okay. Da muss ich wahrscheinlich seitlich ziehen. Jetzt gehen wir mal rum. Eine Runde rum. Die Rennpollat, hallo, grüß dich. So, einmal durchgekochen. So. Komme ich hier vorbei? Nein. Das ist so schön. So, ich stelle es hier aber nicht immer die ganze Zeit hier hin und her flitzen. Ich ziehe den jetzt mal nach hier. Alter. Ja, passt da so. Lassen wir so. Wir kommen dann vorbei. So, was haben wir hier? Eine Kerze. Die machen wir an. Was ist das hier? Nadel und Fahnen und Haut und Haare. Was? Was? Kurz. Übel. Was? So, die heilige Madonna. Ne, die jungen Frau Maria. Na? Hallo? Dankeschön. Die Bibelseite. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr, weine nicht. Und er trat heran und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und er sagte, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Da setzt sich der Tote auf und begann zu sprechen. Und Jesus gab ihm seine Mutter zurück. Lukas, Vers 7, Zeile 13, Silbe 15. Keine Ahnung. Hey Blackmore. Grüß dich. Hi. So, schön, schön, schön. Was haben wir da? Du weißt, dass ich dich nicht um beide bitten kann. Ich will, dass Johannes lebt. Bitte nimm den Paul bei dir auf. Er ist ein guter Junge. Ich schneide das Leben dem Kuckuck ab und gebe es dem Johannes. Bitte, lieber Gott, hilf mir und bring Johannes zurück. Okay, das ist eindeutig unsere Mutter. Und unsere Mutter präferiert uns tatsächlich, zieht uns Paul vor. Ich dachte eigentlich theoretisch, dass wir derjenige waren, der den Dolch klaute. Und wir der Kuckuck waren, irgendwie. So war meine Anfangsidee, aber das ist natürlich totaler Blödsinn gewesen. Scheinbar macht er so uns doch ein bisschen. So, wie sieht es denn hier aus? Voll in Blase. Können wir das mal aufmachen? Ein Büsche Haare ragt aus dem Koffer. Also kotzen. Die Kiste bewegt sich nicht. Ach Gott. Oh nein. Kann ich die Schieben ziehen? Drücken machen tun? Nein. Bewegt sich nicht. Ich bin zu fett, um hier durchzukommen, verdammte Axt. Scheiße. So, okay. Also, ich habe gefunden. Nee, den habe ich jetzt gerade benutzt. Ein Büsche Haare ragt heraus. Können wir denn hier jetzt irgendwas machen? Die sieht nicht so aus. Sieht traurig aus. So, hier kann ich auch nichts machen, wa? Den kann ich ja nicht öffnen und nichts. Äh, verdammt, Axt. Ich bin hier nicht vorbei. Ich habe es doch nicht gewusst. Ich habe es doch gewusst. So, haben wir. Klang auch jedes Mal wie so ein Schlüssel, wa? Der jetzt gerade so fällt. Die Kiste bewegt sich nicht. Wir laufen mal erstmal kurz zurück. Oh, echt? Die kommen nicht durch. Meine Güte. So, hier komme ich jetzt durch. Und jetzt dürfte ich doch hoffentlich hier vorne auch durchkommen. Das würde ich gut finden. So, öffnen kann ich die Kiste nicht. Von daher schauen wir mal kurz hier weiter. So, die Tür würde immer noch zu sein. Ja, ist zu. Und hier vorne gehen wir nur noch eine Tür hoch. Da würde ich mal ganz kurz schauen. Ah, was, was? Okay, alles klar. Alles klar, hier können wir nicht vorbei. Weil Funkenflug. Wir sind aus losem Zellstoff gemacht. Wir dürfen auf keinen Fall irgendwie mit Funken in Kontakt kommen. Hm, okay. Müssen wir den irgendwo hinschieben? Den Ehenschrank. Bei denen kriegen wir jetzt nicht weg. Können wir den irgendwie aufschneiden oder irgendwas? Bisschen wir mal noch irgendetwas. Ein bisschen Zwiebank noch irgendwie. Ah, Kerze anmachen. So, und jetzt... Können wir das jetzt aufmachen, nachdem jetzt alle Kerzen an sind. Die Kiste bewegt sich nicht. Also, die muss ich wahrscheinlich abschneiden, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Weil wir müssen ja anscheinend hier Haare händigen. Nee, warum, hier liegt ja so ihr Haar. Haut und Haar. Oh Gott, das ist halt weiße Haut. Das ist auch keine Haut, oder? Ja, bitte nicht. So. Haben wir hier irgendwas in den Regalen? Können wir unten was aufmachen? Nein. Das ist ja ein Schlüssel. Warum nimmt er den Schlüssel nicht? Aha, okay. Oh, okay, 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 okay. Quicktime Shit. Quicktime Shit. Ich verstehe. Gebt den Schlüssel her. Hast du schon Popper? So, Schlüssel für die blaue Tür. Du hast den Schlüssel zur blauen Tür gefunden. Was für eine blaue Tür? Ich habe keine blaue Tür gefunden. So, jetzt kann ich den noch hoffentlich wegziehen. Wunderbar. Ja, viel schöner hier. Studienobjekte. Schädel aus Deutsch-Südwest-Afrika. Zur weiteren wissenschaftlichen Untersuchung vorgesehen. Empfehlung. Verwendung aller chronometrischer Studienobjekte. Man lernt so viele Worte hier. Notiz des Spediteurs. Bitte rechnen Sie mit der Anlieferung der Koffer und Kisten des Herrn Generals am Freitag, dem 7. Juni, zur Mittagsstunde. Unsere Spedition wird die Güte am Tag zuvor zum Weitertransport vom Dampfschiff im Hamburger Hafen abholen. Meine Mitarbeiter stehen dann weiter bereit, um alles nicht von ihm im Haus benötigte Gut vorerst in den von Ihnen gewählten Kellerraum zu tragen. Eine Rechnung übersende ich Ihnen nach Abschluss unserer Arbeiten. Ich wünsche Ihrem Herrn Vater, General von Schmidt, baldige Genesung. Herr Bergmann, Spedition Bergmann und Söhne. 1.6.1907 Hier können wir den Strom umleiten, wahrscheinlich. So, das sieht mir auch sehr abenteuerlich aus hier. So, kann man das aufmachen. Was haben wir denn da? Ein Aufkleber der Schiffsfahrtgesellschaft. Der Koffer hat eine lange Reise hinter sich. Okay. Uh, ich finde das. Zurück nach Hause. Du hast recht, Johannes. Teresa und ich haben beschlossen, dir zu helfen, wenn der Krieg vorüber ist. Dann befreien wir die... Warte mal, was ist denn nicht überhaupt? Warum ist denn nicht hier? Stopp mal eins kurz. So, jetzt ist besser. Nochmal. Du hast recht, Johannes. Teresa und ich haben beschlossen, dir zu helfen, wenn der Krieg vorüber ist. Dann befreien wir die Schädel aus dem Keller deiner Eltern und schicken die Kisten zurück. Nach dem, was unsere Väter und Vorväter ihnen angetan haben, ist dies das Mindeste, was wir für sie tun können. Auf das sie in heimatlicher Erde Ruhe finden. Rodi. Ach, die Namen sind der Hammer, Alter. Die Namen sind der Hammer. So, okay. Jetzt ist hoffentlich der Durchgang hier oben frei. Freiheit! Ah, okay. Verstehe, wir sind quasi hinter der Haupttreppe. Jawohl. Wo ist die blaue Tür? Was? Nein. Wo ist die blaue Tür? Nein. Okay. Warum ist hier alle zu? Die ist offen. Nun dann. Blaue Tür. Haben wir da nur für eine blaue Tür gesehen? Achso, genau. Ja, hier ist ja dieses seltsame, klavierähnliche. Da, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal guck erstmal hier unten nach, bevor ich auf eine andere Etage gehe. Macht ihr das auch so, wenn ihr spielt, dass ihr erstmal Etage für Etage klärt. Und dann erst auf eine andere Etage geht. Also bei mir ist das, bei mir ist das irgendwie so drin. So, hier ist das Haupttreppenhaus. Vorne werden wir ja wahrscheinlich nicht raus können. Nein, weil ich keine blaue Tür. Hey, ich keine blaue Tür. So, hier ist offen. Oh Mann, Alter. Es ist so groß. So, warte mal. Hier war das Jagdzimmer, wa? Also der, dieser komische Trophäenraum. Notiz des Arztes. Patientin Magdalena von Schmidt. Zur Behandlung der ausgeprägten Hysterie. Melancholie ihrer Gattin ist jede emotionale Belastung zu vermeiden. Sie muss auflösende Faktoren meiden. Bis zur Verbesserung des Krankheitsbildes empfiehlt, empfehle ich eine Injektion alle zwei Tage. Bei stärkeren melancholischen Phasen ist eine Injektion täglich zu empfehlen. Dr. Dritsch, Drisch, Dr. Drisch, Dr. Dray. Okay. So, okay, wir wollten mal feststellen, dass wir jetzt noch eine richtig flache Witze reiße. Heute ist Flachwitztag. Zu. Hier war jetzt aber auch keine blaue Tür. War ja auch ansonsten nicht, wa? Oh, aber... Wer ist denn das? Wer redet da mit mir? Ist das Paula? Ist das tatsächlich Paula? Warte mal, ich kann hier hoch. Ich will hier letztes Mal nicht hochgehen, wa? Geh mal hoch. Okay. Okay. Okay, also wahrscheinlich mal... Oh, was haben wir denn hier? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Ja, man muss sich mal vorstellen, ne? Zu dieser Zeit irgendwie, was... Die Mutter muss überglücklich gewesen sein, irgendwie. Wie viele Leute da ihre... Oder ihre Kinder verloren haben? So. Oh, reden wir noch an. Mitteilung des Lazarets. Unleserlich. Ihnen mitteilen, dass ihr Sohn Johannes von Schmidt lebt. Und als Kriegsversehrter aus dem Kriegdienst entlassen wurde. Sein körperlicher Zustand macht vorerst eine langfristige ärztliche Betreuung. In unserem Reserve-Lazarett 3 zu Lübeck notwendig. Zur weiteren Pflege kann ihr Sohn in zwei Wochen, im 2.19.1918, in ihr Obhut, geh restunleserlich. Boah, wo sind wir? Guck mal ganz kurz, ob hier am Ende nochmal was liegt, irgendwie. So, wir verstecken, ja, ich sag mal in anderen Games irgendwie Entwickler mal ins Herne irgendwelche coolen Sachen. So hier quasi. Hier, hier, wo jetzt nichts liegt, ne? Wenn man dann so sagt, so, ach, der Spieler geht doch eh nicht diesen Umweg. Und wenn er das tut, soll er doch belohnt werden. Hier nicht. Hier wirst du nicht belohnt. Okay, wir gehen jetzt zurück. So, Johannes ist auch nicht der beste Sprinter, obwohl er länger sprinten kann als so mancher Elite-Soldat aus Modern Warfare. Wach auf, Soldat. Ja. Soldat. Du musst zurück. Du musst ihn zu Ende bringen. Was denn zu Ende, Mann? 5. Oktober 1918. Ich gehe nicht auf den Dachboden. Schon das Heulen und Rumpeln ist mir unerträglich. Und der Gestank. Sag mal, sind vielleicht wir das auf den Dachboden? Ist das ja nicht Paul? Sind wir das? Also, wie gesagt, wir sind ja wahrscheinlich eh in einer Traumsequenz oder irgendwas. Okay, ich kann nicht weitergehen. Ich bin zu dick für die letzten 6 Stufen. Okay. Ach doch, ist er irgendwo hängen geblieben hier oder was? 10 Stufen ist zu doll. Aber er kommt nicht rein. Er kommt nicht rein. So ein Kack. Ja? Hatten wir schon. Soll ich noch ein bisschen Leberwurst mitbringen oder? Ja, ich weiß. Ich würde. Ich würde. Sag mir doch einfach, wo. Wo? Moment, kann ich gerade öffnen. Mit einem anderen Schrecken war jetzt auch ne Stunde. Ist verschlossen so ja? Nicht so. Tropft hier Blut runter? Das ist aber schön. Das ist aber schön. Das ist aber schön. Da gehe ich nicht hin. Nein. Nein. Ich gehe hier total planlos durch dieses Haus. Alter, was ist denn? Was ist denn das für eine Scheiße? 257. Hey, grüß dich. Wir machen gerade noch ein bisschen Ad Infinitum. Ad Infinitum weiter. So, warte mal. Ich war hier. Und hier konnten wir über die Wendeltreppe nach oben gehen. Das ist jetzt der Weg. Das machen wir jetzt. Oh, dieses Telefon, Alter. Bin mir jetzt die ganze Zeit? Die Fabrik. Artikel vom 20. Mai 1906. Farmfabriken. Das Berliner Unternehmen, das Berliner Unternehmen, das in Bereichen der Produktion von chemischen Stoffen zur Anwendung in der Medizin und Industrie tätig ist, wurde durch die Einbringung privater Finanzmittel durch den Firmeneinander Karl von Schmitt vor dem Konkurs bewahrt. Investitionen durch Partner waren überraschend ausgeblieben, als die führenden Chemikanten von Karl und Schmitt und Co. durch einen Wuppertaler Konkurrenten abgeworben worden waren. Karl von Schmitt ist der Sohn des berühmten preußischen Generals Lothar von Schmitt. Die Einbringung privater Geldmittel bewahrt zunächst 350 Berliner Angestellte vor der Kündigung. Ob dies aber die Zukunft des Unternehmens sichern kann, bleibt fraglich. Hm, okay. So, die können wir wegziehen. So. Schauen wir mal, wenn ich jetzt plötzlich vor diesem klingelnden Telefon stehe. Ich bin da oben. Die blaue Tür. Wir haben den Schlüssel zur blauen Tür. Hier nochmal einer ans Telefon. Sag mal. Paul? Paul? Was? Wir haben mal Licht erstmal. Schrank bleibt erstmal zu. Gemälde. Frühlingserwachen. 22. In der Nacht, in der du die beiden gesehen hast, hat er nicht gelächelt. 22. Und wir haben ein riesengroßes Leinwand-Gemälde eingepackt. Die, die Mutters Baum anschauen, sind verschieden und doch gleich. Einem verriet ich im Vertrauen ein Geheimnis, das ich weiß. Der Hüter hat einen Mund, so wie Frühlingserwachen, Flügel wie Auferstehung, Augen wie Selbst. Ja, ne, wenn man es mal so eh mal gelesen hat und verstanden hat. So, wollen wir das Ohr noch mitnehmen? Der Taubenschiss. Der Garten, das Bild erinnert dich an deine Kindertage. Nein. Einfach nein. So, hier haben wir noch eine Lampe, die machen wir an. Eine Schublade, die aufgezogen und... Dankeschön. Die Taube und der Krieg, lieber Johannes. Wenn der Kriegeimer vorbei ist, bekommen wir unsere Ausstellung. Und sie wird schöner denn je. Ich habe eine Skizzen für unsere Plakataktion zur Unterstützung unserer Soldaten bekommen. Christian wird sie auch lieben. Ich kann nicht abwarten, die Köpfe mit euch und Rudi zusammenzustecken. Es gibt so vieles, das ich euch erzählen will. So viele Eindrücke von dem Weg zur Front. Aber bis dahin Briefe. Pass auf dich auf, Soldat. Sonst komme ich zu dir und fliege dich zusammen. Ich werde in den nächsten Tagen schon als Krankenschwester eingesetzt. Deine Teresa. Hm, okay. Vater. Du verstößt mich nicht wegen der Nacht auf dem Dachboden. Sondern weil ich Dissident in dieser Familie bin. Wärst du deinem eigenen Vater einer gewesen, wäre Mutter viel erspart geblieben. Du bist allein einem Toten treu. Ja. Ein Toter herrscht in diesem Haus. Sein Geist durchdringt es. Ich packe und ziehe bald aus. Dann bist du mich los. Eher ziehe ich in den Krieg, als in dieses verdammte Haus zurückzukehren. Johannes, Juli 1914. Okay, also der Disput mit dem Vater ist auf jeden Fall offensichtlich und offen ausgetragen. Ab einem höchsten Punkt. So, dann schauen wir mal, können wir hier... Okay. Wie an die Büchse? Bist du da? Oh, Büxentelefon. Ich hab was Gutes getarnt. Das ist ganz schön. Oh, krass. Krass, krass. Ja, ist mein... Niemals. Ich bin nicht zu Hause. Na, klar. Das ist immer noch wegen der Sache auf dem Dachboden. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Was zur Hölle ist denn auf dem Dachboden passiert? Ich nicht? Okay, also Paul ist, Paul ist gestorben vielleicht irgendwie und wir, 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 wir halluzinieren. Paul? Vielleicht? Weil wir halt, wie er schon gerade sagt, der Überlebene sind? Nächste Sheet. Ja, Alter, ich hab keinen Plan, wo ich hin muss. Das war nochmal, was sagst du? Finde die Bilder deines Bruders und lüfte ihr Geheimnis. Warte, jetzt gibt es Bilder zusammenpuzzeln oder was? Ist hier noch was drin? Nee, ne? Ah, okay. Blaue Taube. Die Ausstellung. Ja, das Berlin Alleinwände. Das haben wir schon mal gesehen. Das haben wir auch im Bunker gefunden. So, das hatten wir schon. Nimmt aber auch nicht mit. Ich gucke mal kurz nochmal in meinem Zimmer. Ach, ich höre dir. Telefon hier, da ist ja fürchterlich. So, sieht nicht so aus. Wo könnten jetzt bitte Pauls Bilder sein? Jetzt sieht das auch aus. Gleiche Art. Mata Dolorosa. Ein seltsames Bild. Du hast Mutter noch nie so gesehen wie er. Und wir nehmen es auch nicht mit. Mhm. Fangen, glaube ich, letztes Mal auch zu, ne? Ich der Meinung? Alter. Alter, diese Dicke suche jetzt dieses Telefon. Das ist ja fürchterlich. Aber ich werde ja nicht mehr hinkommen, glaube ich. Das müsste dann eh wie ein Umweg hier erstmal hoffen. Ei, ei, ei. Mann. Mentiroso. So, nochmal hier. Zack. So, wir sind schon wieder vorbei mit Rennen. Nee, warte mal. Oh Gott. Jetzt geht das hier wieder los mit der Orientierung, ey. Mann. Sorry, Leute. Ha! Äh, das war doch vorhin aber noch nicht so. Es ist auch nicht, es ist das Telefon, was klingelt. Hallo, Emil. Frau David. Eck, Albert. Eigert, Rudolf. Unsere Kameraden. Rasmender, Erich. Brom, Franz. Hafner, Kasper. Henning, Fritz. Pöbler, Julius. Jönka, Otto. Oh Gott. Giverk, Klaus. Janssen, Karl. Gatschik, Josef. Langenberg, Ludwig. Lohmann, Rudolf. Das sind sehr unzulänglich. Wicht, Karl. Michalski, Richard. Neumann, Hermann. Neie, Karl. Bokora, Martin. Otto, Hubert. Ich bin vertraust unten. Wetzlar, Georg. Rosala, Richard. Schmidhans, Anton. Schmid, Max. Von Schmidt. Johannes. Weber, Horst. Alter. Die blaue Taube Berlin. In treuer Pflichterfüllung zum Schutze des Vaterlandes. Dem Ruf zu den Fahnen folgend. Erlitten nachstehende Mitglieder unseres Vereins. Als Mitkämpfer für Recht und Freiheit. Im Herbst 1914 den Heldentod. Theresa, was sie nicht schafft. Theresa Gauweil, Autorin und Krankenschwester. Rudi Meier, Autor. Christian Mertens, Maler und Verkäufer. Konrad Bohnhardt, Dichter und Buchhalter. Tief betrübt beklagen wir den Verlust unserer geliebten Mitglieder. Die blaue Taube wird Ihnen und Ihrem Werk ein ehrendes Andenken bewahren. Mögen Sie fern von der Heimat in fremder Erde sanft ruhen. So, sorry für die Harddryfe-Räuche, aber es geht ja nie anders. Achso, Hardmike, sorry. Boah, Mann, Alter. Alle tot um uns herum. Alle. So, warte mal. Connected Bild hier hinten. Wir haben es zwar schon mal angeklickt, aber eventuell, ich würde sagen, es gehört ja dazu. Vater hat nichts gesagt, er hat das Bild zuerst... Ja, das hatten wir schon. Das hat sich auch nicht geändert. So, okay. Gut, der Kletterik hier schnell hoch und jemand an den Telefon. Dann hört es wenigstens auf. Offenlich. Warte mal, ist noch ein Bild. Auferstehung 4. Du hast das Bild nie gemocht. Nehmen. Okay. Selbst. Acht. Er blickt dich traurig an, als hätte er geahnt, was kommt. Nehmen. So, gut, schnell hoch. Es dachte tatsächlich gerade, es hat jetzt gerade hochgehört, aber nein, hat es nicht. So, waren nicht jetzt alle Bilder? Finde die Bilder eines Bruders? Ne, das machen wir nicht. Es fehlen noch Bilder. Die Zahl wird wahrscheinlich für einen Code oder irgendetwas sein. Wir sollten mal vorsichtig sein. So, hier hinten war das scheiß Telefon. Jetzt ist hier mal Schluss, Alter. Hör auf, Alter. Ja, tu ich doch. Er kam wirklich nur rückwärts hier hoch, das ist witzig. Mann, hör auf, hör auf. Eben wir neben uns Zünder. Oh, ey, nee. Wieso denn? Sowas ist uncool. Verschlossen. So, okay. Wo könnten jetzt noch Bilder sein? Hm. So. Hör mal die Geschirr schon mal hin und rum. Nach hinten. Hier weck' auch schon mal. Hier ist die blutende Tür. Hier ist immer noch zu. Was? Vater erwackt es nicht einmal dir unter die Augen zu treten. Okay. Hier ist nichts. Der ist nichts. Wir machen mal weiter. Wo könnte doch ein Bild sein? Krass. Die Toten sind weg. Boah, das war schon wirklich ein krasser Anblick. Irgendwie. Wenn du dann mal wirklich so diese Namen offizielt bekommst, ey. Boah. Unheimlich. Wirklich sehr, sehr unheimlich. So, okay. Wir schauen mal hier vorn. So, warte mal hier. Warte mal hier. Warte mal hier. Warte mal hier. Warte mal hier in der Tür. Jetzt kommen wir nicht rein, ne? Das ist zu. Das ist zu, genau. Hier ist auch zu. Und hier ist zu. Okay. Beides zu. Ja, dann würde ich jetzt bloß noch mal kurz in dem anderen Flügel schauen. Ich hoffe mal wirklich, dass es nicht im Labor noch irgendwo ein Bild gibt. Durch den Garten durch. Gerade nämlich genau in den gesetzten Richtung Lowe. Wir hoffen jetzt mal besser. So, gut. Da ist noch eine Glasscherbe. So, okay. Hier geht's runter in den Keller. Mal ganz genau jetzt schauen. So, hier geht die Wendetreppe hoch. Wo könnte noch ein Bild sein? Hier bei uns ist nichts. Wo da waren wir drin? Also theoretisch würde ich halt noch sagen. Irgendwie im Zimmer. Der Mutter. Das wäre eigentlich bestens prädestiniert dafür. Warte mal. Wir können mal gucken, ist der Stacheldraht jetzt wieder weg? Oder ist er noch da? Naja, ist noch da. Hier geht's auch nicht weiter. Das ist auch nur so ein altes Bild. So, ist natürlich ein bisschen schwierig. Irgendwie, wenn man jetzt hier natürlich so viel hin und her rennen muss. Aber ich hoffe, wir finden's schnell. Was, was noch fehlt. So, hier in das Mutters Zimmer. Aber das ist zu. Hier ist es auch zu. Wir können mal probieren, eventuell nochmal den Aufzug zu rufen. Aber ich glaube, das wird jetzt nichts ändern. So. Komischerweise nimmt er das hier nicht mit. Ne? Ist auch keine Zahl drauf. Hm. Unheimliche Scheiße. Ehrlich. Wirklich einfach nur unheimlich. Ja, okay. Also, den einzigen Punkt, den ich jetzt tatsächlich noch sehe, ist tatsächlich hinterm... hinter dem Garten quasi diese Art Labor. Moa. Wir versuchen mal schnell zu düsen. Oh, diese Telefon. Leute, diese Telefon. So, hier ist natürlich auch alle duster in der Ecke. Wir haben auch keine Lampe. Nichte. Ist verriegelt, verrammelt. Hier können wir noch hin. Gehen wir hier nochmal ganz hinten dran. Schauen wir mal, ob Eventuell sich jetzt noch eine andere Tür wieder öffnen lässt. So, gehen wir zum Keller runter. Ne, hier ist zu. Hier ist zu. Oh, ärgerlich, ärgerlich. Wahrscheinlich bin ich schon dreimal dran vorbeigelaufen. So. Hier haben wir keine Bilder, ne. Der Kaiser rief und alle kamen, alle kamen. Gott, mit uns. Ich glaube, das hatten wir auch schon, ne. Ja. Das hatten wir beides schon. Gut. Dann würde ich mal versuchen, eventuell in... ... 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 weil du wirst ansonsten jetzt nicht noch hoch krank scheiße das ist das scheiße ok hier oben waren ja jetzt kein gemälde also da ihr habt jetzt auch nichts gesehen er kann die ganze zeit nur im kreis das kann ja nicht sein holter die polter holter die polter hier hängt aber auch nichts dass ich ständig und immer und immer wieder die gleichen türen anfasse warte mal ein ding hier auf eine vitrine hier auf ist da vielleicht irgendwo bild drin geschoben oder irgendwas hier ist am hessischen kinn vorne drauf auch nicht warum geht dann auch eigentlich nur eh nur auf finde ich auch sehr suspekt so märschwürdig der rucksack gemälde gemälde mein geheimnis gemälde so sind wir das ist wahrscheinlich paul der phoenix aus der asche aber ich habe auch noch nichts gesehen wo ich jetzt hier einen code eingeben könnte hier im plan was aber vorhin auch schon licht an Kann man hier irgendwas hinhängen? Ach so, kann man jetzt halt Jagdzimmer. Okay, kommt man da irgendwie runter? Also die Uhr... Ah, ja, nee. Ach, scheiße, wir kommen an dem Sofa hier vorne nicht vorbei. Mist. Diese beseierte Telefon, Alter. So, wir gucken, ob es jetzt wieder klingelt. Oder ob ich erst... Ich muss erst weggelaufen, ne? Dann fängt es mir an zu nerven. Ja, wunderbar. Ganz schau, ganz schau. Schön. So, Leute. Uns fehlt wahrscheinlich ein Bild. Ein Bild. Nicht, dass meine These doch in der Haut und das Ding hängt hier irgendwo. Bin einfach gerade vorbeigelaufen. Nenn. Nenn. Wo könnte es sein? Mh, Mann. Oh, ne, ach, mich. Also nicht nur das Telefon, sondern halt jetzt irgendwie diese sinnlose Rummelurfe. Irgendwie, nachdem wir suchen, nachdem eh ein Bild hier. Aber man gefühlt schon überall war. Irgendwie, das ist... Also, was heißt gefühlt? Wir waren überall. Wenn das hier in irgendeiner Ecke steht. Ist hier aber wirklich ruhig. Hier ist auch nichts. Hier ist zu. So, die tolle Kol-Motiv. Kann ich auch nicht nehmen. Das ist neben der Treppe oder so. Hier ist auch nichts. Die Tür ist zu. Und die andere Tür hier nebenan ist auch zu. Wo ist dieses beknackte letzte Bild? Wenn es dann das letzte Bild ist. Ich muss jetzt hier wirklich echt ganz akribisch mir alles ganz genau anschauen. Okay, man kann auch wieder ausmachen. Das ist ja fies. So, Kompanie-Foto. Hat alles. Hat alles. Nicht, dass es nämlich hier hinter steht, wo der Schatten von dem Jungen war. Das wäre auch fies. Oh, die regen sie toll aus. Das ist auch nichts. Ach, Leute. Das nimmst du nicht, ne? Das interessiert dich nicht. Das ist nicht das Bild, was du suchst. Den hatten wir. Wo ist das letzte Bild? Wo ist das letzte Bild? So, der Klinik piept man es unter uns. Das macht ja einen schönen Alarm. So, jetzt ist es aus. So, vielleicht müssen wir einfach mal gucken, was ist denn abgebildet? So, ein Vogel ist abgebildet. Wir stehen vor einem Vogel. So, nach dem Motto, als wenn uns das Bild jetzt immer den nächsten Step hippt, wo wir hingehen müssen. Aber dem ist leider nicht so. Verdammte Axt. Die, die die Mutters Baum anschauen, sind verschieden und doch gleich. Einfach richtig im Vertrauen ein Geheimnis, dass ich weiß. Der Hüter hat einen Mund, so wie Frühlingserwachen, Flügel, die Auferstehung, Augen wie selbst. Die, die die Mutters Baum anschauen, sind verschieden und doch gleich. Irgendwie im Mutters Baum steckt eine Axt. Wo er sagt so, sie hört hier hin, aber es könnte ja Traum sein. Ein verrietig im Vertrauen. Ein Geheimnis, das ich weiß. Kryptischer Mumpitz. Der Hüter hat einen Mund, so wie Frühlingserwachen. Das ist das eine Bild. Das ist das Bild hier. Nee, das hier. In der Nacht, in der du die beiden gesehen hast, hat er nicht gelächelt. Das ist Frühlingserwachen. Flügelzorn wie Auferstehung. Auch klar. Augen wie selbst. Ihr blickt dich traurig an. Müssen wir zum Baum? Müssen wir mit dem Baum irgendwann machen? Ich würde mal sagen, wir gehen zum Baum. Weil ich habe auch keinen Einheitspunkt irgendwie. Eventuell müssen wir irgendwann mit diesem Baum machen. Kann auch sein, dass wir jetzt schon alle Gemälde haben. Vielleicht, maybe, Baum umarmen. Ja, Baum kuscheln. Wer weiß. So. Wie, wo? Warte mal. Wo muss ich hin? Ich bin verwirrt. Warte. Hier nicht, da nicht. Ich muss wieder hoch. Oh, wa? Na, Gott. So, okay. Ach, dieses wunderschöne Haus. Ich liebe es. Nicht. So sinnlos viele Treppen hier verbaut. So, komm, jetzt renn mal ein bisschen. Johannes, du alte Luftpumpe. Achso, warte mal. Ich muss ja auch nach unten. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht oben über die Treppe runter, sondern unten in den Garten. Vielleicht müssen wir da auch die Gemälde jetzt aufhängen oder irgend sowas. So, das Muttersbaum. Und hier steckt eine Axt. Kurz fragst du dich, warum die Axt im Muttersbaum steckt? Aber vielleicht ist sie gar nicht dort. Vielleicht träumst du nur. Muss ich die hier in den Kronen hängen oder was? Was sollen wir jetzt hier irgendwas machen? Die, die Muttersbaum anschauen, sind verschieden und doch gleich. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Hier oben. Stopp mal, hier sind doch hier. Was ist denn das hier? Hier sind die Sichter. Auf der einen Seite. Ich würde mal sagen, vielleicht kann man damit interagieren. Ich hoffe damit, interagieren zu können, weil ansonsten, ich bin hier gelehrt mit meinem Latein-Halende. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Sag mal. Man muss doch irgendwie irgendwie gehen. Was war das? Nee, noch eine Lampe. Vielleicht müssen wir an diesen Köpfen die Bilder aufhängen. Das ist jetzt auch wirklich abstruse Scheiße. Liegt mir hier zusammenkleber. Die sind auch Köpfe. Scheiße. Ich dachte, die sind nur da vorne. Und schon schwindet die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert. So, weil hier ist nämlich auch frei. Das heißt, ihr könnt hier runterspringen. Warum solltet ihr das tun? Mann, so ein schöner der Brunnen wäre noch so, der Brunnen ist älter als das Haus. Als Kind dachtest du immer, dass sich unten in der Tiefe eine Hexe versteckt. Doch Mutter wollte nie, dass du hineinschaust. Nun weißt du ganz sicher, dass sich die alte Hexe im Brunnen versteckt. Schön. Vielleicht von oben rinspringen oder so. So, hier kann man auch durchlegen. Was willst du mir sagen, Rätsel? Die, die Mutters Baum anschauen, sind verschieden und doch gleich. Warte mal, das ist doch, das ist doch hier diese, das ist doch so eine Maske. Das ist doch hier so eine Maske. Aber welche? Aber welche? Mario, grüß dich. Willkommen zur lustigen Knobelrunde. Welcher ist es? Welcher Kopf ist es? Aber schaut mal, das ist doch, das ist doch so ein Ding. Hier hängen gar keine und nur hier hängen noch welche. Ja, aber auch keiner sieht so aus wie auf dem Bild. Mann, scheiße. Das darf doch nicht wahr sein. Richtet ihr hier irgendwo? Ist hier nicht irgendwie eine Taste, mit der mich alles interagierbare immer aufleuchten lassen kann? Das wäre schön. Hier, der ist es. Der ist es. Ah! Ah, okay, schau mal, guck. Warum kann ich jetzt, warum kann ich jetzt dann, wieso? Ich konnte damit gerade interagieren. Alter, Alter, komm, steig doch einfach die Treppe runter, die Leiter. Dankeschön. So, wenn ich jetzt hier rüber schaue, ich kann aber nicht weiter rüber. Alter, was? Und von unten komme ich doch nicht ran. Kann ich von oben rüber schauen? Ne, von oben kann ich auch nicht rübergreifen. Ey, will mich das Spiel jetzt hier verarschen? Ich werde wahrscheinlich die Masken abnehmen können und dann muss ich die Leiter rollen. Was? Ah, ich kann sie verschieben. Ah, ja, genau, Mario. Siehst du, schön, dass du jetzt erst kommst, Junge. Hätten wir uns hier mal eine Stunde nicht berangen können. Tatsächlich, Tatsache, Mario, du alte Rakete, Junge. So, ich muss aber zu dem Ding. So, wunderbar. So eine Bibliotheksleiter. Wie geil ist das denn? Aha. So, was war das? 22.03 oder was? Ah. 22.8 3.3.8. Den probieren wir erstmal. Ne, ist er natürlich nicht. Ich muss gemeinsam kurz hier einen kleinen Moment. Also, der Hüter hat, okay, also, der Mund war 22. Danach kommt der Vogel mit der 4. 22.4.8. 22.4.8. 22.4.8. Oh yeah. Oh yeah. Der Dachbodenschlüssel, da ist er. Wir nehmen ihn. Mario, du hast den Knoten zum Platzen gebracht. Sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Großartig. Es ist eine wunderbare Teamarbeit wieder geworden, hier mit euch, Chat. Ich bedanke mich. Achso, ich muss ja nach oben. Warte mal. Ne, ne. Ja, dass ich jetzt hier wirklich diese scheiß Leiter anfassen kann und verschieben kann, ist mir jetzt in den Traum nicht gekommen, die Idee. Hab ich nicht gekommen sehen. So, Benni wird wahrscheinlich in der Postproduktion die ganze Zeit so da sitzen, so. Jetzt passt doch die scheiß Leiter an und verziehen die. Das kennen die doch. Sie, Leute, den vorwurfsvollen Blick. So. Okay. Jetzt ist auch das Thema eigentlich vorbei mit dem scheiß Telefon. Falsch verbunden, Mann! Ah, jetzt kann ich mal vorwärts hoch. Der Dachbohnen. Hier, wo Vater nie hoch wollte. Du bist nicht mein Sohn. Du bist eine Schande für diese Familie. Ihr Perversen treibt unsere Nation in den Untergang. Vater, nicht. Es ist auch nichts gewesen. Es wird Krieg geben und ihr werdet verrecken. Seht euch doch an! Ihr seid keine Männer. Ah, Fati hat natürlich immer die passenden Worte für uns, um uns zu motivieren. Enzyklopäzie, die Enzyklopädie Seite. Okay. Die Kuckucksvögel brüten nicht selbst, sondern legen ihre Eier meist einzeln in die Nester anderer Vögel, aus welchen sie dabei ein Ei entfernen, welches öfter verschlungen wird. Die Erziehung eines Kuckucks hat regelmäßig bei denjenigen Arten, welche ihre Eier in die Nester an kleinere Vögel liegen. Immer die Vernichtung der rechtmäßigen Brot zur Folge. Der junge Kuckuck wächst schnell auf. Bedarf vieler Nahrung entzieht dieser der rechtmäßigen Brot, welcher er schließlich aus dem Nest herauswirft. Wird aber trotzdem von den Pflegeeltern mit der größten Aufofferung ernährt. Das ist schon ein Arschlochvogel eigentlich, kann man sagen. Das ist jetzt um es mal so zu sagen. So, hier krieg ich noch mal drunter durch. Hier haben wir noch eine Lampe. So, Brandschutz-technisch sehr grenzwertig was wir hier tun, aber komm, was sollt. So, dann müssen wir wahrscheinlich hin. Hier haben wir noch einen kleinen Schrank, der verschoben werden muss. So, warte mal, darf ich mal hier kurz und dann einmal eine hier rüber. Dankeschön. So, bücken. Oh, Dachboden. Gehen wir kurz hoch. Ich sehe eine Leiter, ich benutze eine Leiter. Da bin ich ein ganz simple man. Okay, hier ist anscheinend mein Schlafdomizil gewesen. Ist Johannes eventuell homosexuell gewesen? Und deswegen ist der Vater so ausgerastet mit hier Perversen und hier Schweine. Das steht alles noch hier wie damals vor 15 Jahren. Vor 5 Jahren. Postkarte von Christian. Johannes, der Krieg soll vorüber sein, wo die ersten Blätter fallen. Ein Fest wird das. Schön, die die so. Ein Fest wird das. Die anderen aus dem Café sagten, du hast dich auch verpflichtet. Wunderbar. Von zu Hause ausziehen kannst du auch noch nach dem Sieg. Wir sehen uns als Kameraden für das Vaterland. Dein Vater hat schon recht. Es waren doch nur Kindereien zwischen uns auf dem Dachboden, oder? Unterwegs Richtung Westen 20. August 1914. Christian. Okay, alles klar. Ich glaube, das waren nicht nur Kindereien, sondern du hast die beiden erwischt, wo sie fertigstellen konnte. Okay, sagst ihm doch, dass nichts gewesen ist, Johannes. Du weißt gar nicht, wer ich bin. Nein, das war nur recht, dass Paul gesagt hat, was ihr hier oben treibt. Wie verhochtes Weizvolk seht ihr aus? Ihr macht mich krank. Raus. Raus aus meinem Haus. Ja, okay. Alles klar. das ist die Frage. Also, entweder hat der Christian jetzt hier oben gemalt nur, irgendwie, oder es ist halt wirklich mehr passiert. Auf jeden Fall hat uns Paul verpfiffen. Oder hat unserem Vater gesagt, ey, da oben geht das ab wie Sau. So, kann auch nicht mehr runter. Ich bin jetzt hier auf ewig verflucht, mit Christians, die Mädel hier oben zu bleiben. Schön. So, ich würde gerne, wenn es, hallo? Leiter? Nee, darf nicht, soll nicht. Noch ein bisschen Musik auflegen, was ist denn los? Warum kann ich jetzt hier nicht runter? Was ist denn für eine Scheiße? Hallo? Das Spiel ist ein bisschen bockig. Kann ich hier rüber? Spring, spring rüber. Nee, kann ich nicht. Ja, was ist denn jetzt hier für eine Scheiße? Achso, ich kann jetzt einfach... Okay. Vorhang ist quasi nicht existent, da Leiter ist hoch überbewertet. Einfach so... Einfach rausklipsen. Okay. Ja, ernster Thema, voll ein ernster Thema. Gerade zu der Zeit ja nur ein absolutes No-Go. Johannes' Bilder sollen mich vor dem Kuckuck schützen. Darauf zeige ich sie ihm jeden Tag. Der Kuckuck will auch malen, aber seine schrecklichen Bilder habe ich im Wecken. Ich will sie nicht sehen. Ich gebe ihm nur noch, die schwarzen Ölfaden zu trinken. Er will sie haben. Und ich will nicht, das erlebt. Okay, denkt Mutter jetzt, dass wir ja nicht Johannes sind, sondern Kuckuck's Kind, was quasi ihren richtigen Johannes ersetzt hat? Okay. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Der Johann ist zu mir heimgekehrt. Es ist ein Kuckuck, der sich in das Nest setzt. Ja, ein Kuckuck ist er. Auf dem Dachboden hockt er und klingelt und will bedient werden. Wie er damals, Karls Vater. Ja, vielleicht ist er es. Er will nicht tot bleiben. Er ist noch nicht fertig mit mir. Ja, es ist durch die Bank wirklich eine sehr sympathische Familie, muss ich sagen. Oh Gott, unser tierze Vogel, woher ein hier, ach du scheiße. Ich schaue uns mal kurz um. Ich traue mich eigentlich das Bild hier anzugucken. Guck mal erstmal kurz hier vorne, was hier zu finden ist. Wir brauchen alle, Oh, nee, demoliert. Sie sehen noch eins neu aus. So, oh, gerade schon hier? Stand die schon gerade da? So, hier ist noch schön Farbe und dann wird es lebensbejahender. Ach, du scheiße. Und, weg ist er. Da, folgt mich aber. Schön. Aber toll. Wunderbar. So, du fliehst endlich aus dem Albtraum zu erwachen. Nur hier, das hier ist nur ein Albtraum. Du willst nicht wissen, was hinter der Tür ist. Ein Geruch der Farbe wird dir übel. Die Farbe ist noch frisch, aber es kann nicht sein. Etwas anderes hier auf dem Dachboden. Oh, nee. Oh, nee. Alter, oh, nee. Nein! Mann, Alter. Oh, raschlappen. So, geht's hier durch. Auf geht's. Fies erwischt. Grüß dich. Du kommst gerade zur schlimmsten Szene. Globig. Ah! Okay, fliegende Ratte. Ah, Taube. Ickett. Das Lazarett. Ickert. Oh. Ickerhaft. So, drücken wir die Taste da. Ja, die ist nicht weit geflogen. Die, ach, die haben wir auf der Decke angepinnt, oder was? Wäre natürlich echt krass, wenn jetzt, wenn die Mutter befürchtet, wirklich war es, dass wirklich ja nicht Johannes zurückgekommen ist, sondern wirklich so ein Wechselbike. Irgendwie, das wäre heftig. So, das ist doch mal ein schönes Lazarett hier. Wunderbar. Und auch wichtig, dass hier drin Stacheldraht ist. Im Lazarett. Ach, leck mich doch, Alter. So, haben wir die Axt noch? Ja, haben wir noch. Wunderbar. Und wie gesagt, Johannes hat heute ein bisschen extra Wumatien auf der Stulle gehabt, deswegen kann er sich ordentlich durchprügeln. So, was sollen wir hier? Nichts. Okay, ist gut. Oh, die Sounds, Alter, die Sounds. Oh, du bist hier komplett mit Toten in einem Stollen. Das kann doch nicht gesund sein. Das ist das scheiß Telefon, verfolgt uns. Das Telefon verfolgt uns. Oh. So. Eisenbart, Wundsichtung an die Schwesternschaft. Die Reaktion einiger Fallener auf die morgendliche Wundsichtung ist ein großes Ärgernis. Der medizinische Wiederherstellungsprozess ist Teil des Kriegsdienstes. Dieser Charme ist eine Kinderei, die den Patienten auszutreiben ist. Gezeichnet Dr. Eisenbart. Wir haben noch einen Piloten gerettet. War das Paul? War das Paule? Eisenbart, erbärmlich. Der Zustand aller 27 eingelieferten Körper kann nur als erbärmlich bezeichnet werden. Nur einer der Soldaten ist noch am Leben. Ein schämtlicher Anblick. Auch er. Meine Heileanstalt wird durch die Korrektur der körperlichen und inneren Haltung die Kriegstauglichkeit bei allen geeigneten Patienten wiederherstellen. Was? Meine Heileanstalt wird durch die Korrektur der körperlichen und inneren Haltung die Kriegstauglichkeit bei allen geeigneten Patienten wiederherstellen. So, alles klar. Gezeichnet Dr. Eisenbart. So, ich möchte leider irgendwie Okay, Kerzen kann man nicht anmachen, dann machen wir weiter. Yay. Sind wir in einer Nervenheilanstalt? Alter. Oh, nee. Oh, nee, Alter. Ich habe keine Lampe, kein nichts. Warte mal, wo ist denn hier mein komischer Fusselmagnet hier? Alter, ich habe doch hier die Magnetlampe. Wie war denn das? Wie funktioniert die? Wie war denn das? Mach hier an. Rechte Maustaste. Ah, schön. Alle klar. Viel, viel schöner. Viel, viel schöner. Das sieht doch toll hier aus. Wunderbar. Freut mich. Ich schwöre euch, ich werde heute von diesem Telefon träumen. Okay, der hat Waschsaal oder irgendwas. So, hier vorne ist der Telefon. Kaspar Rohde von Torst. Schlüssel. Oberschwester, weisen Sie den 27 Patientenschließfächer entsprechend Ihrer Patientennummer zu. Diese Zahl haben sich die Patienten zu merken, sobald sie bei Bewusstsein sind. Die Patientenakten müssen unbedingt unter Verschluss gehalten werden. Die Akten dürfen nicht noch einmal in die Hände der Patienten gelangen. Teilen Sie außerdem Soldaten, deren geistige Tüchtigkeit weitestgehend wiederhergestellt ist, einfache Tätigkeiten innerhalb der Klinik zu. Die für diese Aufgabe benötigten Schlüssel sind den Patienten auszuhändigen. Die Soldaten selbst trauen die Verantwortung für den Schlüssel. So. So, irgendwas sagt mir, wenn jetzt hier irgendwelche Nummern gleich hier zu merken sind, bin ich mit meinem Heft ein bisschen besser beraten. Wo ich es aufschreiben kann. So. Also. Das war eben mal Kaspar. Horst. Und wer war der andere? Rudolf. Rudolf. Na dann. Schauen wir doch mal irgendwie, wo die ihre Spinte haben oder ich schweige denn ihre Schlüssel für die Spinte. Kein Strom. Du fragst dich, ob du den Kabeln folgen solltest. Nö. Den geht nicht, dass ich das tun sollte. Tür geht nur mit Strom auf. Na dann weiß naja Bescheid. So. Mach ich auch immer. Im Grundsatz, das ist jetzt schon 80 Jahre. Du, das ist. Man kann sich auch keine Scheiße, also ich, ich kann mir nicht mehr wirklich viel merken. Also das klingt so ein bisschen albern. Klar kann man sich ein bisschen was merken, aber wenn ich das hier weiß hier, merkt ihr mal die 8, 5 Stelligen Ziffern? Da habe ich zu viel Shorts geguckt für. Es wird zu viel TikTok. Ach nee, Alter, okay, ich muss doch in die richtig dunkle Ecke. Wunderbar, da freue ich mich. Yay. Der Wartungsraum. Schön. Das hört sich doch vertrauenserweckend an. Der ist zugeschlossen. Der ist zugeschlossen. Haben wir überhaupt irgendwelche Art Schlüssel oder irgendwas jetzt schon? Wir haben noch keinen Schlüssel und nicht gefunden, oder? Können wir jetzt kurz nochmal schauen, ob da irgendwo, ah, warte mal, vielleicht bei den Toten, vielleicht bei den Toten sind die Schlüsse zu finden. Hier schaue ich jetzt noch, dann wird es schwer. Ja, absolut. So, gucken wir mal, ob wir hier eventuell irgendwo Schlüssel finden. Ich weiß aber auch nicht, wer die sind. Das sind alles namenlose Tote. Wir haben ja auch keine Fußzettel und mischt dran. Also, das ist natürlich auch wahrscheinlich nicht so von Erfolg gekrönt, jetzt hier was zu finden, denke ich. Nee. hier können wir uns durchprügeln. Tja. Gut, gut. Die Brutin Bala läuft noch, wunderbar. Ja, dann kann ich jetzt bloß noch tatsächlich zu dem Schreibtisch zurücklaufen. In der Hoffnung, dass da noch irgendwo was liegt. So, hier lag hier glaube ich auch nichts. Warte, nein. Nix. Tja, dann kann es ja bloß nach oben sein. Aber schon, das Setting ist schon echt unheimlich, muss ich mal so sagen. Das ist schon, hat schon seine Wirkung auf mich. Keine Ahnung, wenn das dastehen soll. So, warte mal hier, ach geht mal, hier muss ich mal auch noch umschauen hier. Oh Gott. Ach, hier sind die Spinte, ne? Zehn. Okay, hier ist ein Code. Vierstellig. Kenn ich noch nicht. Die Zehn, die Ölf hat ein Code. Naja, klar, Rodolf, Kaspar und Hermann, ne? Die Sanitäranlagen, ach, sind die schöne Waschtrommel. Ach du, okay, alles klar. Ach du Scheiße. Die Lampe macht mal woher fertig. Also, ist es bei Benni, hat die länger erhalten. Die Olle-Magnet-Lampe. zugeschlossen. Ja, es war alles schön und gut, dass ich jetzt auch nicht verwees, wer den Schluss haben könnte. Oh, verdammt, Alter. Im Bericht der Oberschwester. Herr Dr. Eisenbach. Um die Angelegenheit mit Schwester Emma habe ich mich gekümmert. Patient 27 ist mir zur Hand gegangen. Assistenzarzt Laue ist gestern aufgewacht. Er ist ein starker junger Mann. Er schon nach weiteren Prothesen gefragt. Wahrscheinlich hat er. Okay, hier findet man nichts. Kleiner Schlüssel mit einer eingravierten Zahl. Das ist die 28. Okay, wir haben die 28 gefunden. Das ist wahrscheinlich das Sekretariat. die Akten scheinen zu fehlen. Ach, scheiße. So, aber hier haben wir Kasper. Das sind wir auch. Das ist ja krasse. Es fehlen alle Akten, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Horchte. Von Horch haben wir aber. Wurde von der Oberschwester angewiesen, den Boden im Wartungsraum zu fegen. Bin dankbar für den Einsatz. Meine neuen Beine schmerzen stolz. Das Dröhnen der Maschine erinnert mich an das Geschütz, das mich von der Front weggerissen hat. Kameraden, auch alle hier. gefallen und wieder aufgestandene wie ich. Hoffe auf gemeinsame Feuertaufe. PS. Verwahre Schlüssel vom Wartungsraum in meinem Spind mit der Nummer 82. Die Kombination sind meine beiden besten Kameraden. Es bringt mir natürlich nichts zu wissen, wer seine besten Kameraden sind. Wir erkennen eine Nummer hinterlegt wie zum Beispiel bei Kasper. Achso, 07. Also, Kasper ist 07. Horste? Horste? Horste hatten wir gerade. Dann ist nur Rudolf. Wie viele? Haben wir einen Rudolf oder zwei Rudolfs hier? Ich mach's mal kurz so. Horst ist Patient Nummer 27. Das wird jetzt zwar wahrscheinlich nicht mehr relevant sein, die Nummer, aber wer weiß. Und Rudolf Lohmann ist Patient Nummer 15. Also, wäre es denn 07 15 oder 1 5 0 7. Probieren wir's mal. Soundkulisse ist wirklich, Soundkulisse und Grafik sind in diesem Spiel wirklich echt großartig, muss ich wirklich sagen. Also, ist schon echt richtig, richtig gut. gut. So, 82. Wo haben wir die 82? Hier ist die 82. So, dann probieren wir's mal. also 07 07 15. Jawohl, das war die Nummer. Und wir haben einen Wartungsraumschlüssel. Sehr schön. Und ein paar tolle Schuhe. Sanitäranlagen, Wartungsraum ist hier was? Wo war denn jetzt der Wartungsraum? Ich dachte, der war hier. Scheiße. Wo ist denn jetzt der Wartungsraum? Wir haben auch keine Map, wa? Nee. Nee. kann ich nicht. So, hier ist zu. Na gut, dann such noch mal den Wartungsraum. Mir ist so, als hätte ich schon mal Wartungsraum irgendwo als Türglobe gesehen. Oder natürlich nicht. Notiz einer Schwester. Notiz an mich selbst. Vergiss nicht, die Patientenakten im Verwaltungsbüro wegzuschließen. Dr. Eisenbarth war unheimlich wütend auf Schwester immer, als ihr es das letzte Mal vergessen habt. Vielleicht hätte ich sie nicht melden sollen. Blöde Schluppe. Nachdem er sie zu sich zitiert hatte, ist Emma nicht mehr zum Dienst erschienen. Wahrscheinlich traut sie sich nicht, dem Herrn Doktor unter die Augen zu treten. Darauf isst man schon Käse. hier ist alles zu. Na gut, dann lass uns mal kurz den Wartungsraum suchen. So, hier vorne gehst du doch irgendwie irgendwo dahin, ne? Hier ist der Wartungsraum. Da, wo die schönen Geräusche herkamen. Scheiße. Wart, Alter, was sind das für Geräusche hier? rennt denn hier rum? Wir gucken erst mal auf der Jenseite. Ich weiß, da ist ein Bolzenschneider wahrscheinlich für uns. Okay, gut. Wir holen uns den Bolzenschneider. Aber nicht, dass sich das jetzt irgendetwas trinkert. Nein, nicht doch. Jetzt. Scheiße. Okay, hängt fest. Komm nicht ran. Oh Mann ey, jetzt gibt es ja Vertrauensvolle Geräusche da drüben ey. Wunderbar. Erfreut mich richtig schon. Das wird toll. Das wird richtig, richtig schau. Oh, Gas. Ähm, okay. Moment. Wie war Gasmaske jetzt aufsetzen? Geh. So, auf die Slimmond Maske und ab auf die Stage. ist da noch so ein Puppenarm hier. Prothese, wer hat denn so eine beschissene Handprothese? Oh, oh, okay. Er hat von alleine die Maske abgenommen, Alter, wieso denn? Oh, fuck. Oh, oh nein, oh nein, oh nein, oh, was ist nie los? Oh, Prothesen, Peter, Alter. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. So, setz mal Maske wieder auf. Gehen zurück. Gehen wir mal was zu holen? Nee. Nee. Okay, das heißt also, dass die hintere Tür offen ist, was total scheiße ist, weil der jetzt frei ist. So, okay. Suche den Ausgang. Nee, bleib mal lieber unten. Ach, komm. Heißt das jetzt, das ist ja die ganze Zeit, na, der läuft jetzt über, so, okay, okay. So, damit werkt wahrscheinlich rauskommen, hoffentlich. ja. Echt? Jetzt muss ich jedes einzelne Dinge durchschneiden? Der sich nicht bewegt. Okay, damit kommen wir komplett durch. die Frage ist jetzt natürlich irgendwie, ich habe jetzt nicht, ich habe zwar den, den, den. Okay, mit dem Bolzenschneider könnte ich durchkommen. Die Frage ist, ob da hinten jetzt noch irgendwas ist, was ich bräuchte. was sagt ihr, was sagt ihr, Was denkt ihr, soll ich da hinten hin? Ja, ab hinter, warum immer, warum wundert mich das nicht, dass das von dir komplett war? Kneipe, Kneipe. Okay, 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 okay. Oh, aber klingt nach einer mega fetten Nebenhöhlen-Vereiterung. Oh Gott. Ja, der Tod ist nebenan, aber komm, wir lesen erstmal. Gestern Nacht habe ich Michalski und ein paar andere gehört. Seltsame Schreie. Ich glaube, sie haben abgezählt, sind marschiert. Seltsame, klappernde Geräusche waren das. Habe ich das alles noch geträumt? Horst Weber wahrscheinlich. Okay, hier ist jetzt erstmal... Ach du Scheiße, und hier ist amputiert worden. Oh, hier ist die Amputationsecke. Mh. Mh. Okay, wahrscheinlich muss ich hierfür erstmal nochmal... Scheiße, scheiß mir gleich voll. Alter, das ist wirklich schlimm. Mann. So, scheinbar muss ich hier noch den Strom oder irgendwas anmachen. Weil so komme ich jetzt durch die Tür hier nicht durch. Ja, okay, alles klar. Gut, dann gehen wir erstmal zurück. Dann müssen wir erstmal woanders bleiben. Okay, gut. Lass uns mal ein bisschen Stacheldraht suchen. So, weil, wie gesagt, ansonsten haben wir jetzt nur die Bolzenschneider gerade gefunden und können ansonsten nichts anderes tun. Können wir die Ketten durchschnallen? Wozu sollte man das eigentlich tun? So, hier haben wir Stacheldraht bringt uns aber nichts, weil wir hier auch nicht weiterkommen. Oh, 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 okay, alle klar, oh, wir haben ein Tor aufgemacht. Ah, da waren schon ein paar Kracher jetzt, die sie damals gehört haben. Können wir nicht anders sagen. So, kein Strom, du fragst dich, ob du ein Kabel formeln solltest. Ja, das sollten wir tun, aber noch bumm, wir sind hier nicht. Bumm, bumm. Bumm, 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 bumm. So, Sicherheitstüren. Für die Sicherheit der Ärzteschaft sind unsere Türen ab heute elektronisch gesichert. Die Sicherungskästen im Wartungsraum kontrollieren den Zugang vom Verwaltungs- und Duschbereich in den Hauptsaal. Doktor Eisen, Willi, 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 Bart. Bumm, bumm. So, hier können wir uns jetzt durchschnippeln. Hey, 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 mach mal. So, ist natürlich alles so ein bisschen langatmig, wenn man hier wirklich alle Vier immer durchschneiden muss. So, immer durchschneiden hätte eigentlich wohl gereicht, so. So, mit der Axt, da hackt er sich komplett durch die Tür durch, durch acht Bretter. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, Alter. Ah, I got a bad feeling, Alter. About this. Sicherheitsstüren, für die Wissel, 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 Wissel. Fast der gleiche. So, hier hat einer was Lust, der hat gebastelt. Oh, das ist aber Point of No Return hier hinten. Wollen wir hier vorne erstmal kurz schauen. Ist das hier noch irgendetwas dicht? Was ich da hinten brauche. Achso, kann einfach rumlaufen. Okay, das würde auch gehen. Verstehe. Eine Menge zu lesen heute. Hier freit er mich. Ich habe vor dem Einschlafen mit ihm gesprochen. Er hat so viel Angst, wie ich. Er lag auf dem Bett neben mir. Jetzt ist er fort. Die Krankenschwester antworten nicht auf meine Fragen. Sie schauen mir nicht einmal in die Augen. Horste. Scheiße. Wo ist denn, Herr Jute? Mich halt jetzt gerne noch was da einlassen? Vielleicht ein Schlüssel? Das würde ich gut finden. Oh, nee. Oh, nee. So, aber hier ist auch kein Strom. Oh, nein. Bitte nicht. Oh, Gott. Na, das kannst du doch vergessen. Das ist, oh, nee. Das sieht doch scheiße aus hier. Das sieht aus wie renn weg oder versteck dich davor. Das sieht doch schon, wie der Raum gestaltet ist. Mmh. Mmh. Oh, no, Alter. No. Dave, danke schön. Du machst es natürlich unheimlich besser mit dem Kinderlachen. Oh, wie das. Ah. 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 Toll. Ach. Wunderbar. Ach. So, mal. Schau. Ach. Und jetzt sitzt noch ein bisschen gruselige Musik ein. Schön. Ich versuche mal lieber nicht an die Prothesen jetzt ranzukommen. Wer weiß, ob die vielleicht irgendwas auslösen. und jetzt aktivieren wir irgendwas und dann ist, dann ist scheiße. Dann, dann passiert's. Ich sag's euch. Dann ist der, dann passiert der Shit. Dann ist irgendwas hier. Oh, Dr. Dr. Eisenbart hat seine eigene Scheibe. Schnipp, schnipp, ab, ab, das Bein. Ja, fuck, Alter. Sicherheitstür und Fili, ja, schon wieder. Immer das gleiche. So, hier können wir ja mal speichern am Bett. Das ist wunderbar. Das heißt, jetzt wird definitiv ohne Scheiße passieren. Oh, guckt euch das mal an hier, Alter. Ach, du Scheiße. Schmerzen. Oberschwister. Amputationen sind grundsätzlich ohne Anästhesie durchzuführen. Alter. Sollte wieder eine ihrer Schwestern oder ein Assistenzarzt diese Anordnung widersetzen, ist mir dies unverzüglich zu melden. Jeder Schmerz durch den Schnitt des Kapellts oder das Ansetzen der Säge ist das läuternde Feuer des Krieges, indem sie sich unsere Patienten durch Tod und Verletzung entzogen haben. Alter, was ist denn das für ein Arzt, Junge? Der Geburtsschmerz des Frontsoldaten. Alter, naja, der hat da wohl nicht mehr alle Gläser. Am Regal, oder was ist los mit ihm? Oh, nee. Na dann, dann. Lass uns doch mal das unvermeidliche triggern. Schön. Vielen Dank, Fliegerich. Vielen Dank. Da ist er. Da ist er. Da. Alter, Alter, was ist los mit ihm, Mann? Meine Taschenlampe geht nicht. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Sie fürchten das Licht. Mach ihre Schwäche zu deiner Stärke, Kamera. Sie fürchten das Licht. Es ist schön, dass alles aus ist. Wunderbar. Na, dann renne ich jetzt mal zu der roten Lampe. Kann ich jetzt hier... Ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, hier wirklich irgendwie von Kamin zu Kamin zu mal rennen. Oh Gott, was ist denn jetzt hier für den Stress? Oh, Scheiße, das ist ja nur Glut, Alter. Letztes Jahr kein... Ach, du Schande. Ach, du Schande. Ich bin am Arsch. Oh Gott. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, fuck. Hau ab. Nein, bin ich jetzt wieder zurück. Ich bin jetzt wieder zurückgerannt, wa? Ah, Scheiße. Oder? Nicht richtig? Okay, mal. Nee, doch. Nee, sieht gut aus. Ah, vielleicht, maybe, äh, eventuell. Nein. Nein, nein, scheiße, Alter. Nein, ich bin falsch gelaufen. Ja, so ein Schritt. So, ich bin froh, dass meine Lampe exakt einfach mal fünfeinhalb Sekunden hält. Ah, die Tippkraft, wunderbar, 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 wunderbar. So, das Schlimme an der Sache ist halt einfach... Oh, verpiss dich. Oh, noch so einer. Oh, ich bin doch irgendwie von hier gekommen. Verstehe ich ja nicht. Warte mal, muss ich mich hier durchschnippeln. Nee, warte mal, hier jetzt weiter, hier jetzt weiter. Wunderbar, hier bin ich durch. Oh, ah, aua. Ja. Weiter. Wir haben keine Zeit, Mann. Los. Ab jetzt. Go, go, Gadgetto, Arme. Nein, warum ist denn das hier noch offen? Nein. Nein, Mann. Ah, so eine Scheiße. Ich komme nicht durch. Oh, nee. Voll wegen den Kabeln. Ah. Oh. Oh, das könnte vielleicht, maybe, eventuell, wäre schön, wenn ich gehen würde. Aber, ja, ja. Oh, yes. Alter. Alter. Oh, pfui. Mann. Und nun? Wir kommen da vorne, ist doch scheiße. So, okay. Spanner, Alter. Ja, und nun? Oh. Oh, no. Oh, nein, Alter. Man kann sich so einen riesen Umweg gerufen. Ist doch nicht dein Ernst. Bitte nicht. Oh, bitte nicht. Komm, sag mir, wo der Ausgang auf mich wartet. Oh, yes. Oh, no, Alter. Was? Wo denn? Was denn? Was ist... Wer denn? Ich will heim. Ja, das wollen wir alle. Alter, das wollen wir alle. Was ist das überhaupt? Was ist das hier für eine Scheiße? Die Schale steht in der Blut- und Experimenten. Das ist, äh, das... Ja, schön. Wiedergeburt. Oh, Gott. Eines ist der Blutlinie des Patienten 26 habe ich ihn für eine gänzlich neue Behandlungsweise auserkoren. Das Ovum Victoris. Ein Gips aus Knochenmehl, Haaren und Fingernägel. Ausgewählter Kameraden werden die Hülle bilden. Alter. Der Reifesaft im Inneren ist eine Mischlösung aus Mark- und Körpersäften. Wundflüssigkeit ist hier von besonderer Wichtigkeit. Der Fallende wird über den Verlauf mehrerer Wochen mittels elektrischer Stimulation im Ovum reifen. Entschuldigung. Also, das ist ja wirklich ekelhaft, ey. Ich erwarte Großes. Gezeichnet Dr. Eisenbach. Alter. Ey. Ey. Also. Das geht doch nicht. Das ist doch nur wirklich ekelhaft, Mann. Wo denn? Äh. Alter, der hat ja nicht mehr in meinem Kopf. Komm ich mal an. Komm ich an. Fuck für eine ekelhafte Scheiße, Alter. Na, was denn? Mann. Hör doch mal auf. Was ist das denn so? Lieber arm dran als arm ab. Ja. Absolut. So. Känge. Lauf mal hier hinter. Aha. Okay. Ach, toll. Schön. Warte mal. Ich muss denn da... Stopp mal. Erst mal gucken, wo muss ich hier denn? Ich hab keine Ahnung, wo ich hinter dem muss. Vielleicht hier hoch oder wer? Ah, nee. Ich muss hier raus. Oh. Das ist nicht geil, Alter. Und wir aufstehen. Es brennt alles. Schön, schön. So. So, Koffe, die sind jetzt alle verbrannt. Ah, das ist nicht geil jetzt. So, folgen wir den Kabeln. Folgen wir den Kabeln. Freiheit, bitte. Oh je, hau ab. Sollte ich vielleicht dir selbst mal die Maske holen? Vielleicht hilft die ein bisschen. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Oh. Was? Hey, 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 hey. Ohne sowas. Ohne anfassen. Ja, los, komm man, du schaffst das. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, fuck. Und wir sind wieder, wir sind wieder. Oh, wir arme Scheißeine sind wie am Schützenrahmen. Gräben. Also tatsächlich kann ich noch nicht wirklich sagen, wie das beenden wird, irgendwie. Also ich habe keinen Plan, irgendwie. Also es kann halt wirklich sein, dass er irgendwo siffig auf irgendeinem Lazarett liegt, ohne Arme, ohne Bene, irgendwie komplett amputiert. Oder wir sind tot. Ich weiß halt nicht. Also ich kann ja echt nur mutmaßen jetzt. So, aufhören wir den Weg zurück in den Kommando-Bunker. Alles klar, das ist ja nichts leichter als das. In der Kommando-Steve. Ach, Telefon, Alter. Dieser Klingelton wird mich heute wirklich verfolgen. Ja. Ja. Das bin ich. In der Apputations-Ecke. Ja, das war ich. Triff mich im Stabs-Bunker. Alles klar. Er klickt an uns. Allein an uns. Aioio, grüß dich. So, weil ich mich allerdings frage, warum klingt das nach so einer Star-Wars-Musik? So ein bisschen. Und wir haben am Anfang mal ein Nivell gekriegt, irgendwie. Konnt ihr noch nicht eh mal schießen? Warum, frage ich? Müssen wir jetzt? Müssen wir jetzt kämpfen? Hallo? Giesbert, bist du es? Im Kommando-Bunker. So, den Sanitären lang. Und Dr. Eisenbart. Da will ich auf gar keinen Fall mehr hin. Sanitorium. Eisenbart. Unwillkürlich musst du lächeln. Ja, du musst lächeln, ja. Bring dich zum Lächeln. Weidenbachs-Meldung. An den Stabsarzt. Hiermit möchte ich offiziell Beschwerde über den neuen Kompanieführer Leutnant von Schmidt einreichen. Er hat den Unteroffizieren eigert und fromm aufgetragen, ein Schild zu bemalen und mich als Dr. Eisenbart zu verspotten. Unsere Männer sterben mir mit Verätzung durch Giftgas unter den Händen weg. Dazu Fälle von Typhus. Obendrein nun der Spott des Leutnants und der Soldaten. Die glauben, ich könne mit Wundermitteln die Toten wieder zum Leben anwecken. Angesicht der fehlenden Erfahrung des Leutnants habe ich versucht, Verständnis walten zu lassen. Doch auch ich habe meine Grenzen. Hochachtungsvoll, Dr. Weidenbach. 8. September 1917. Stimmt, Weidenbach hat gesagt, er wurde als Eisenbart. In einem anderen Brief schon betitelt. Die Frage ist, was hat jetzt Weidenbach getan? Und warum? Es war fürchterliche Musik, wirklich. Es ist also fürchterliche Musik. Neumanns Tod. Vertraulich. Betrifft Tod des gefreiten Neumann. Dr. Weidenbach. Ich habe beobachten müssen, wie die Unteroffiziere Eigert und Fromm den gefreiten Neumann nackt und in Stiefeln aus dem Graben auf das Niemandsland gestoßen haben. Er wurde erschossen. Nachdem ich seinen Körper bergen konnte, haben die beiden Unteroffiziere um seine Stiefel- und Habsichtigkeiten gefeilscht. Es ist ratsam, dies dem Leutnant zu melden. Hochachtungsvoll, Hülka. Feldwebel. Was, Alter? Was? Feldmarker Klaus Iwerk. aus Emden. Er ist schon wieder. Die Puppe hat nichts als Verachtung für dich übrig. Kann ich vollkommen verstehen. Kann ich vollkommen verstehen, so würdelos ich das letzte Kapitel gemacht habe. So, was haben wir hier? Hier haben wir Fritz Henning. Aus Neuwied. Und hier Josef Katzik. Aus Posen. Sehr schön, dass wir über die Marken rumliegen. Emir Anou aus Leboche in Sarlo. Sarloi? Keine Ahnung. Wir haben kaum noch Kraft, uns aufrechtzuhalten. Wenn uns Deutschen das Aufgeben nicht erlaubt ist, dann werden wir eben sterben. Sollen wir eben zur Hölle fahren. Wenigstens reißen wir die Welt nicht mit uns. Interessant der Satz. Albert Eck. Aus Sienzbach in Waldkirch. So, eine kleine Kapelle hier. Gedicht Herr 1. Einsam in Walde blüht wohl eine Blümelein rot. Bald, allzu bald, bin ich tot. Bald, allzu bald. Fleugt wie ein Stückchen Blei. Nimmt mir meine Sorgen. Mir ist halt einerlei. Heute oder morgen. Der Rest fehlt. Kaspar Hafner. Ehe Kirchenerstein. Dann mal Kaspar. Ach. Ach Gott ey. So. Hier haben wir uns. Ein paar Pradezuber. Okay, wo geht es jetzt weiter? Kommen wir hier durch? Nein, kann man nicht. Haben keinen Schlüssel gefunden, ne? Die Puppe, den Schlüssel. Nein, hat sie nicht. So, okay. Okay, wo uns zum Fels herkommen? Sind wir von da herkommen? Warte mal, ich hab da noch. Jawoll. Können wir uns da durchknipsen. Ist aber schön, dass er, dass er aus dem Traum quasi den Beusenschneider mit oder die Blechschere mitgenommen hat. So, auf zum Kommando-Bunker. Scheißhaus. Ist fast das gleiche. Löwenfahrt. Geh mal kurz ins Scheißhaus. Einfach mal umzugucken. Igitt. Oh, Igitt. Überall ist Stuhl. Überall ist Stuhl. So, okay. Löwenfahrt. Lazarett. Da kommen wir, glaube ich, her, ne? Ja. Mit der Löwenfahrt. Oh, hier müssen wir mit Treibstoff lässt sich die Maschine sicher zum Laufen bringen. Alles klar, wir brauchen Treibstoff. Damit das funktioniert. Aus, da steht ja ein ungekündigeres Schlauch. Was? An die Schlossen. Tja, dann folgen wir den mal. Oh nein, die arme Taube. Taube, ich befreie dich, Mann. Kumpel, flieg. Flieg. Oh nein. So, ist natürlich total klar. Oh, Alter. Über sind hier tote Tauben. Oh, nee. Oh, nee. Was? Oh, scheiße. Was ist denn das jetzt? Ach so. Wenn ich... Ah, verstehe. Alles klar. Ich darf, wenn ich jetzt halt bewegte Drähte anfasse, dann ist... Oh nein, Alter. Was ist denn das? So, alle Drähte bewegen sich. Der jetzt nicht. Wunderbar. Was war denn das jetzt gerade? Für ein Harp hier, oder was? Er muss mich jetzt hier wirklich durch jeden einzelnen Draht durchschneiden. Da bin ich dagegen. Da bin ich dagegen. So. Okay, so halb Taube, oder? Fuck. Ey, Mann. Alter. Was ist denn los hier? Oh, alles tote Tauben, ey. So, okay. Wo geht's hier hin? Hamburger Chaussee. Tja, aber ich weiß nicht, wo der Kommandosstand ist. Mann, Alter. Jetzt sind wir gerade wirklich erschrocken. Junge, Junge, Junge. So, finden wir hier noch irgendwas? Vorsicht, Loch. Okay. Der Schlauch rät hier ins Loch. Der ist voll. Der Tunnel ist hier flutet und unpassierbar. Alles klar. Die Wasserpuppe muss irgendwo in der Nähe sein. Das ist also das, was das Benzin braucht. Damit wir das hier quasi leer pumpen. Die Kurve setzt fest. Flaschenzug rührt sich nicht. Das ist natürlich klar. So, ändert jetzt aber trotzdem nichts an der Tatsache, dass ich erstmal zum Kommandosstand muss. Dann muss ich jetzt wirklich da durchkrauchen, durch den kleinen Schlitz. Kann das sein? Muss ja. Muss ja. Und rennen in die Enge. So. Jetzt ist hier vielleicht der Kommandosstand. Sieht mir nicht so aus. Aber ihr könnt mich durchschnipseln. Na, wirst du wohl. Dankeschön. So. Und. Nummer 28. Schön. So. Kann ich hier irgendwo Benzin mobsen? Ich bin ja alles voll mit Fässern, wo wahrscheinlich Treibstoff drin ist. Und kann ich mir denn hier jetzt in die Verdammt zwacken? Der Tankstein ist voll mit Dieselöl zu sein. Jetzt brauchst du nur noch einen Kanister. Mann, Alter. Wieso denn? Ja, klar. Natürlich brauchst du einen Kanister denn dafür. Aber vielleicht hat das Auto einen Kanister. So schön erleuchtet alle. Oh, ja. Das sieht gut aus. Leere Kanister. Er ist leer und riecht immer noch nach Dieselöl. Nehmen. Die ganze Fassland. Ja, das wäre auch mein Vorliegen gewesen. Quittierter Lieferschein. Aktueller Liga-Larbeschand. Sehe 14 Fässer. Je 216 Liter Fassungsvermögen. Heute liefert drei Fässer. Neher und so weiter. So, okay. Ich halte mal hier kurz nochmal die Funze hin. Aha, nichts außer leere Blätter. Gut. Dann holen wir uns jetzt hier ein bisschen Öl. Ein bisschen Diesel. Ich kriege mir auch noch was abzwacken. Ne, der Tank ist leer. Na, aber ja, klar. So, na dann. Haben wir, ja? Hat er voll gemacht? Rucksack. Hier füllt er diese Kelle. Steig. Ich bin voll der Freude. Denn jetzt auf zum Generator. So, den haben wir hier vorne. Wunderbar. Schnell. Der war mich nicht leer. Aber die Sounds sind halt geil. Ganz interessant. So, jetzt dürfte er hoffentlich hinten alles leer gepumpt haben. Oder dabei sein, alles leer zu pumpen. Mann, 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 Mann. So, und oh Wunder, oh Wunder. It's empty. Kann ich den jetzt bewegen? Nein. Ich stecke doch sofort wieder raus. Ach, ich bin schon unten. Alter, nicht doch. Guck mal an, ey. Das ist ja alles. Das ist ja alles voller Öl ist. Mann, Alter, mach leise, Mann. Meinst du, ja? Black, das ist nur der Wind, dass der hier pfeift? Scheiße. Scheiße. Daniel Bruno aus Saint-Dizier. Ja, schön hier. Ich hier schau. Ich hier schau. So, hier machen wir wieder zurück hier. So, Emil, ein, ein, ein Watt. An, 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 an chäschi? An, an chäschi? An's Lyon? Der geflutete Schacht. Leutnant von Schmitt hat uns beauftragt, den alten Schacht auszupumpen. Unsinn natürlich. Beim nächsten Regen läuft er wieder voll. Kamerad Eck hat im Schlamm die Reste seiner französischen Uniform gefunden. Sind wohl da unten verreckt, bevor uns dieser verdammte Fleck Erde in die Hände gefallen ist. Wenn der Leutnant uns wieder so schuften lässt, obwohl wir kaum was zu fressen haben, wird der Schlamm uns auch bald. Kamer lügt. Ah, nee, 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 nee. Oh, 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 nee. So, ich sehe es jetzt. Oh, nein, Alter. Oh, nein. Oh. Antoine et Mille. En Saint-Malo. Ja, jetzt. Okay, eine Menge Franzosen. Okay. Hm, nee, Alter. Nee. Ja, tut mir leid, da gehst du so zusammenzucken, aber das ist halt wirklich, äh. Ha, da ist er. Warte, warte mal, wer ist denn das? Das ist jetzt so ein... Das ist einer von den Amputierten, ne? Ja, genau. Wie er hier? Oh, der wird auch vorher stehen. Oh, aus Ruinen. So heißt also, bei Licht bewegt er sich nicht. Oh, das ist immer ziemlich ideal. Das ist immer ziemlich Latte. Fängt er hoch? Nein, kann ich nicht. Natürlich. Ist ja klar. So, wenn ich Glück habe, ist er einfach nur sehr langsam. Okay, er bewegt sich nicht im Licht. Dann kommen wir ja mal hin, Hübscher. Ah, komm, ich bin ja nicht vorbei. Der heiße Knackarsch. Heiße. Interessiert sich eigentlich für mich, was? Doch, doch, jetzt ja, schön. Schön, jetzt ja. So, aber Gott sei Dank scheint sie noch nicht so schnell zu sein. Ach, scheiße. Aber er hat seine Kumpels anscheinend gerufen. Ja, er hat seine Kumpels gerufen. Na, folg mich aber. Na, folg mich aber. Ah. Noch so einer. Ah. Oh, ab. Ist er eine Leiter? Nee, es geht eine Leiter. Scheiße. Oh, ist der Kommandostand? Jeder mal da hoch. Los. Jeder durch. Scheiße, Gasmaske. Oh, ist das neben mir? Ist das neben mir? So eine Scheiße. So, Karl. Ach, Karl. Ich hatte sie unten. Oh, ich hatte so eine Scheiße. Ah, Kamejawe. Hm, auch sehr blöd. Das war ja blöd. Keine Ahnung. So, Mundraub. Karwitz, Ivert und ich haben die eiserne Ration satt. Die Lieblinge des Leutnants bekommen alles, was sie wollen. Jetzt holen wir uns auch einfach klammheimlich, was uns zusteht. Korn, Obst, Brand und Tabak. Unsere Beute verstecken wir im alten Schacht. Niemand traut sich darunter. Wir haben keine Angst mehr. Nicht vor dem Leutnant und nicht vor dem Schacht. Bald ist ja alles vorbei. LL. Der lustige Ludwig war das bestimmt. So, im Schacht. Na, ist ja toll, Alter. Okay, da jetzt hoch. Warte, das ist das hier? Jasper Kaplan. Oh, aus Papier. So, wir fragen mich, wo ist jetzt der Schacht? Man kommt ja da hoch. Oh, okay. So, Gaspar Hubert aus Ytron. Ytres, Ytres. Keine Ahnung. Okay, man kann ihn einfach durch. Das ist auch schön. Gut, dann hoch mit mir. Oh, das ist das der Schacht? Oh, no. Oh, no. Schlafplätze. Oh, ich bin noch 100%ig hier nicht anehe. Mal kurz safen. Ein Stück Leberwurst mit neben mir. In der Büchse. Zawelm, Alter. Norden. Okay, wahrscheinlich ist der Süden, Westen, Osten, Norden. Wahrscheinlich wird der... Ah, guck mal, hier hat sich doch der... Vielleicht war doch unser Bruder, der sich hier verschanzt hat, ne? Wenn die Augen aus ihr stochen worden sind von dem Vieh. Der sich dann selbst mal so ein bisschen an den Augen ruminiert hat. Liste von Platten. Achso, hatten wir auch. Hatten wir. So, wir können uns da durchschneiden. So, was haben wir denn hier leckert? Guck mal, so ein Schweinebein. Wunderbar. Sonnebehandlung. Das Schlimmste ist, dass die uns auch Bier und Tabak gestrichen haben. Warum habe ich dann aber fromm und eigener beim Trinken gesehen? Die Lieblinger unseres hochwohlgeborenen Leutnants von Schmidt erhalten eine Sonderbehandlung. Herr Gott, wie es will ich ihn hasse. Ja, Georg Letzlaff, Schimmhof, Regenwälder. Mehlsuppe. Kann man nicht mal verifizieren, ob das schmeckt? Kann man nicht mal zusammenkochen? Mehlsuppe, Alter. Letzteres, aber auf Mehlsuppe ist auch nicht geil, irgendwie. Heiserne Ration. Vor kurzem kam die Order von Bubi, dass unsere Rationen stark reduziert werden. Statt dem täglichen Leib Brot gibt es jetzt nur noch Zwieback und Dosenfleisch. Leberwurst. Zwei Kartoffeln, Steckrüben oder sonstiges Gemüse mehr. Sobald sollen wir sicher nur noch von den Liebesgaben aus der Heimat leben. Ja, genau. Ach, scheiße. Das ist ja gleich verwutet Messer, die durch die Stochen, durch die Nachricht. Okay, so, dann schauen wir mal weiter. Ah, sch... So, nochmal... Anton Schmetthans. Eisenbergen in Minden. Allein an uns. Jawohl. Wenn wir mehr wie ihn gehabt hätten. Absolut, Herr Kommandant. Ja, er hat das Zeug zum Offizier. Material für meine Flugstaffel. Sie können sich auf mich verlassen. Jawohl, Herr Kommandant. Okay, das wird wahrscheinlich unser Bruder damit gemeint sein. Und hier vorne ist eine Wehr. Das würde ich gerne haben. Das will ich haben. So. Ist es offen? Aber hallo. Wir sind sie. Kling, kling, kling. Hallo. Äh, Gütermann. Ach, das ist ja hier... Mensch, der hier... Siehst die Augen. Verstehst du? Der ist... Das ist ein Flugzeug. Da bist du ja, Soldat. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ja, da bin ich. Du hast dem großen Saboteur das Handwerk gelegt. So ist es. Die Waffenproduktion ist wieder angelaufen. Ja. Steh bequem, Kamerad. Deine Zuverlässigkeit und dein Ehrgeiz zeichnen dich aus. Mir ist es endlich gelungen, Kontakt zur Heeresführung herzustellen. Allerdings, ich sage dir das nicht gerne, wir sind auf uns allein gestellt. Deserteure und Verräter in der Heimat treiben uns einen Dolch in den Rücken. Sie wollen den Kaiser und die oberste Heeresleitung zur Kapitulation zwingen. Diese Feiglinger haben keine Ahnung, was hier an der Front vor sich geht. Wir werden überrannt. Vielleicht waren es sogar diese Vaterlandsverräter, die all diese Missgeburten gegen uns gehetzt haben, die unsere Gräben verseuchen. Ja, schon. Der Feind greift jetzt sogar aus der Luft an. Ausgerechnet. Es hasst das Licht. Ich konnte es mit Flaggscheinwerfern blenden. Dann hat es mit seinem Schrei einen Kurzschluss ausgelöst. Sicherungen, Kabel, alles ausgemacht. Dieser Feind kennt keine Gnade. Er wird nicht an unseren Grenzen Halt machen. Wenn wir die Waffen haben, wird er über das Vaterland herfallen. Weltenbrand! Alles, wofür wir jemals gekämmt haben, wäre verloren. Der Kaiser und die oberste Heeresleitung wissen von uns. Sie zählen auf uns. An Bord meines Flugzeugs befindet sich technisches Gerät. Unter anderem Sicherungen. Trost auf dem Niemandsland. Stillgestanden, Soldat! Kämpf dich zum Flugzeugwrack im Westen vor. Sichere das Material. Die Sicherung für den Flaggscheinwerfer. Lenden wie dieses Ungetüm. Ich gebe dir von dort oben Rückendeckung. Ich sehe mittlerweile wieder sehr klar. Ich werde ein Auge auf dich haben. Und dann, dann werden wir ein reinigendes Feuer sein. Alter, das sieht nicht so aus, als wenn er auf irgendwas ein Auge werfen kann. Und uns den Weg nach Hause verdienen. Ohne Schwanken. Ohne Zögern. Für die Freiheit. Und das Vaterland. Wegtreten, Soldat. So, von Befehlbereichen erhalten. Diensthabender Funker. Unteroffizier Johannes von Schmitz. Datum 10. September 1917. Achtung, streng vertraulicher Order an den Diensthabenden Offizier. Der Druck auf unsere Truppen und unsere Heimat wächst. Folglich müssen wir auch den Druck erhöhen. Jedes Zögern kann uns den Sinn kosten. Halten Sie sich bereit für weitere Befehle. Oberheeresleitung. Wahrscheinlich. So, was ist mit der Karte, die wollte ich mir angucken. Da, hier, da, die, die, die mit Kreis. So, vor allen Dingen ist er mit meinem, er ist mit meinem Gewehr weggegangen. Alter, das ist, äh, nicht akzeptabel. So, dann wollen wir uns mal auf nach Westen machen. Schön. Kann ich aber nicht. Achso, warte mal, wahrscheinlich muss ich warten, bis er weg ist. Ja, jetzt, genau, jetzt, jetzt. Jetzt kann ich mich durchzwängen. Ah, ein Schlüssel. Du hast den Heldenweg-Schlüssel gefunden. Das ist aber, das ist aber schön. So, wie sieht's aus? Dein Tisch. Du bist zurück. Mein Tisch? Denk, ich bin nur ein kleiner Funker. So, ist er jetzt hoch? Wahrscheinlich, warte mal, guck mal kurz hier, ob ich noch irgendwas finde. Wo der Knirschi? Warte mal, jetzt stand doch hier. So, das ist doch hier. Funkbefehl, Scheinwerfer. Diensthabender Funker, Unteroffizier. Achtung, streng vertraulicher Order an den Diensthabenden Offizier. Ab sofort sind sämtliche Suchscheinwerfer unserer Flugzeuge, flack, Flugabwehrmanik, an ein elektronisches System gekoppelt. Hierbei handelt es sich um äußerst sensibles Kriegsmaterial. Für den Einsatz ist eine durchgängige Stromversorgung dringend zu gewährleisten. Sämtliche Feldabschnitte zur Versorgung sind vor feindlichem Zugriff und Sabotage zu schützen. Oberheeresleitung. Dein Telegraf 27 wartet auf deinen Befehl. Direkte Verbindung zur Heeresleitung. Na dann, send Nudes. Ja, so, okay, ja, tja. Na dann, auf geht's. Dann wollen wir mal, wieder mal durch. Dankeschön, bin zu groß. Nein, geht der nicht hoch? Nein, macht er nicht. Okay, gut, dann müssen wir jetzt irgendwo quasi... Hier um die Ecke war, glaube ich, eine Tür. Und da, auf nach Westen. Hier ist der Heldenweg. Das ist der Weg. Als Held, der ich bin, nicht, würde ich mich jetzt aufmachen, die Sicherung aus dem Wrack zu bergen. Oh, lieber leise sein. Ah, eh. Sonst bekommen wir wieder die Beknacken angerannt. Wow. Oh, nee, Alter. Nee, 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 nee. Ja. Also, das Spiel ist schon wirklich heftig. Irgendwie, ne? So, von, 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 von den Bezeigten. Sehr explizit. Heldenweg. What? Rappennest. So, wenn ich irgendwie mal so eine Übersicht über die Kart, also über die Gräben hätte, das wäre schon eine kleine Sache. Achtung. Feinfeuer. Also, er ist ja irgendwie auf, auf, der Schlammweg. Er ist ja irgendwie auf dem, auf dem freien Feld runtergeholt worden. mit seinem Flieher. Und ich weiß, dass das Ding da noch irgendwo lag. Bruck, 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 bruck. So, das könnte hier zum Beispiel sein. Hoffen wir mal besser. Okay, nicht, dass wir jetzt wieder die Kugeln um die Ohren fliegen. Ja, das war hier. Da liegt er. So, okay. Muss ich jetzt erstmal nochmal freiknipsen. Logisch. Was das Schlachtfeld einmal hat, gibt es nicht wieder her. So, wunderbar. Ein paar Knöpfe, einen Lappen und ein bisschen Draht und eine Sicherung. Ich fahre so eine... Und drei Schrauben. Irgendwie. Das ist einfach so ein Kartonversorgung. Oh, hey, hey, hey. Oh, wie? Okay. Was ist das denn? Oh. Scheiße, was ist denn jetzt? Fatal Error, Alter. Okay. Okay, mir ist gerade das Game gecrashed. Das ist ja krass. Wahrscheinlich lässt er mich jetzt da raus, als ich jetzt gerade hier mit dem Blinden gequatscht habe. Das wäre cool. Bitte. Was, Alter? Wo bin ich? Wo bin ich? Was? Wo bin ich denn jetzt? Was? Ach, Gott. Er hält mich. So, er läuft ja nicht hoch. Das ist ihm zu viel. Er möchte ja nicht hochlaufen. So, aber hier. So, denn geht's also hier dann. So, dann lassen wir mal kurz mal in den Rucksack schauen. Haben wir die... Hä? Okay, ähm, scheinbar müssen wir jetzt erst wieder in diesen Bunker runter. 27. Was soll... Mann, wo sind wir denn jetzt, Alter? Was ist denn das für ein Scheiß? So, Schlüsse vom Heldenweg. Oder ist das jetzt... Moment mal. Oder ist das jetzt... Nimmt er das jetzt doch als Punkt irgendwie, als wenn uns jetzt die Harp hier irgendwo hingeschleppt hätte? Ist das quasi der Punkt, wo die uns quasi hingeschleppt hat? Äh, ist das? Ja, ich würde... Ich würde denken, ja. Ja, okay, alles klar. 27. Das ist ein bisschen komisch. Mit... Mit sitzen. Was denn? Oh, ich höre bitte. Ey, ey, ey. Oh, das ist auch so. Mit sitzen. Ist auch geil, Alter. So, ich weiß, ich muss zum Beispiel... Oh, hallo. Flakke schützt. Damit, äh... Damit habe ich doch richtig Lust zu spielen. So, was sagt die Mission? Moment mal. Ich quere den alten Schacht. Hm. Was ist denn los? Was ist denn hier los? Schieß jetzt alles über. Bloß dann 27. Oh. Okay. Okay. Ich kann es auch nicht durchschneiden. Schmerz. Okay, also... Der Cut ist schon... Es ist jetzt... Der Cut ist schon strange gerade. Aber gut. Oh, hier ist aber viel. Hier ist aber viel. Ich dachte, er hat mein Freund. Hier ist, äh... Hallo. Ja? Hallo. Ja, ist doch gut. Wo bist du, Soldat? Ah, Mist. Hat er nicht genommen, oder was? Was sollst du denn in der Mitte nehmen? Du wehrt, Uhr. Güte dich vor dem Fliegen. Güte dich. Und tu, was du tun musst. Du hast verdient viel Mut. Du hast das Zeug zum Flieger. Ein wahrer Held. Ein wahrer Held, genau. Ich glaube, Gottverdammt, krieg mir enden. Nur du. Das weiß sogar die oberste Ehresleitung. Sonst wärst du nicht hier. Ganz bestimmt. Willst du mich hören? Hallo. Güte dich. Vergiss nicht. Wir haben auf unserem Dachboden ganz viele Vogelkäfier gefunden, die alle kaputt waren. Und, ich glaube, in einem Brief war ja, oder stand geschrieben, dass, wie war denn das? Hat unser Opa oder unser Vater irgendwie die Vögel verhungern lassen? Ah, bringst du jetzt, ich glaube, es kann nur sein, dass ich es zueinander bringe. Ach, je. Ach, nicht doch. Ich beieile mich mal lieber. Wer weiß. Who knows? Ach. Vorsicht von den Tauben. Ich nutze deine Taschenlampe, um sie zu verscheuchen. Ja, warum denn? Oh, das sind die kleinen fliegenden Ratten. Ja. Das war eine Menge Vogelscheiße hier doch, ey. So, also ich bin wirklich echt gespannt, auf was das jetzt hinauslaufen soll irgendwie, weil ich immer noch sehr, sehr viele Fragen habe. Zum Beispiel, wer hat diese Zeitung hier? Ich will nicht, dass er kennt. Ich muss? Nein. Ich will, verstehst du? Für unsere Freiheit. Der Krieg begann mit der Mobilmachung. Johannes durfte als Held an die Front ziehen. Doch dich ließen sie nicht. Wenn nur Paul alt genug wäre, war es wie ein richtiger Soldat. Ist du nicht zuerst den Krieg zu? Warum er? Was? 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 Sind wir vielleicht ja nicht Johannes, sind wir vielleicht Paul die ganze Zeit? Ich werfe hier wirklich mit den wütendsten Theorien um mich, ey. Das war mal geil, dass die Fehler noch so rufspringen. Schön. Cool gemacht. Cool gemacht. Cool gemacht. Cool gemacht. So, okay. Leiter hoch. Kleiner hat jetzt wieder da hoch für gerade runtergesprungen. Kann das sein? Wenn ja, wäre doof. Okay, warte mal. Was passiert denn, wenn mich die... Ja, äh, und nun? Ein paar Taubeneier holen. Kann ich hier hochklettern? Nee, kann ich wahrscheinlich nicht. Okay. Achso, hier ist lang. Oh, das ist ja, das ist ja auch ein schöner Weg, Alter. Das ist ja auch ein schöner Weg. Das ist ja so für Gleichgewichtsfreunde wie mich die total tollste mit Höhenangst-Kombination. Wunderbar, schön. So, hier haben wir ein paar Stiefel. Endlich durftest du zeigen, was du kannst. Bist als Leutnant an die Front. Also, ich finde, meine Theorie verhärtet sich immer mehr, dass wir ja nicht Johannes sind. Deswegen wollten sie uns wahrscheinlich auch... Deswegen hat die Mutter auch gesagt, ach, na, wäre doch schön, wenn... Dann sollen sie doch nur den Pauler nehmen. Würde ich jetzt mal so vorsichtig behaupten. Und Johannes ist zurückgekommen. Wir nicht. Oh, scheiße. Hau ab. Klinge Ratte. So. Das ist ja ein Traum für jeden Ornithologen hier. Die Bauart. Das ist ja ein Stück Zahnpasta. Das ist an die Wabe. Wunderbar. Okay, wir folgen... Ah, guck mal. Dem Flow der Feder. So, Leute. Ich glaube, das Ende ist kurz bevor. Das Ende steht kurz bevor. Die Sätze sind heute wieder ultra-deluxe. Das Ende ist kurz bevor. So, und hier haben wir nochmal ein schönes Nest. Wunderbar. Zeitung kann ich verstehen. Zeitung kann ich verstehen. Ach so. Das ist nicht mein Sohn. Hörst du, das ist er nicht. Boah, mit so einem Hemm-Violiner. Hatte Mutter recht? Hatte sich ein Kuckuck eingeschlichen? Als du fort warst? Das ist ein Kuckuck eingeschlichen, das ist ein Kuckuck. Ich glaube, die haben einen Heidenspaß gehabt, als die die Zettchen hier zusammen geschraubt haben. So, 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 so. Oh, ne, echt jetzt? Das ist doch scheiße. Wee! So eine Prince of Persia-Einlage hier. So, okay, jetzt ziehen wir weg in den Scheiß. Okay. Na, los, durch. Dankeschön. Oh. Oh. Hui! So, und hier haben wir, warte mal, speichern wir. Sehr schön. So, dann schnippeln wir mal den vierten frei. Und hier ist was. Du bist nicht mein Sohn. Ich will meinen Sohn. Schere. Was auch immer für eine Kreatur, auf dem Dachbohnen hockt. Sie hat es verdient zu leiden. Aber was wenn... Was ist denn hier passiert, Mann? Nein. Sie glauben, dass Erste schließt, und er ist nicht überhauen. Also krass, dadurch, dass sich diese Welt komplett so verändert ständig. Irgendetwas erinnert mich das. Irgendein Horrorfilm. Welcher? Jetzt schon so ein bisschen... Ach, jetzt mal Gasmaske aufsetzen. Alter! Das ist ja gar nichts mehr hier. Oh, Silent Hill. Ja, Silent Hill kann sein. Irgendwie auch so durch die Ketten, so Hellraiser-Inspiration. Uah, ey, ey, ey. Hm? Okay. War grad ne Taube. Ui, ei, ei. Nicht runterfallen. Ah, jetzt sieht schon wirklich ekelhaft aus, ey. Hier sind mit dem ganzen Vogelkot und alle, die ganzen Neste. Sieht so ein bisschen aus, wie die Neste aus Days Gone. So, Leiter hoch. Oh, ich kann sagen, was war denn jetzt gerade? Okay. Okay, lässt sich nicht verschieben. Ne? Ah, schade, geht nicht. Machen wir so. Mach' mal so. Doch nicht. Machen wir mal so. Oh, war zu mir jetzt. Das ist schon ein bisschen witzig. Oh, okay. Oh komm, die Lampe war doch ewig weit weg. Aaaaahhhh! I believe I can fly! Huh! Scheiße. Mmmh. So, wo sind wir? Und wo müssen wir hin? Ah, okay. Ah, das ist ja ein cooler Checkpoint. So, durchgeflitzt. Oh, ne Tür. Tja, und jetzt ist es halt genau, jetzt stand ja auch dieser Rollstuhl im Aufzug. Das ist halt sehr, sehr kryptisch. Nein, das kann nicht sein. Du hast ihn zurückgelassen. Oh mein Gott, das kann ja nicht sein. Also ich weiß, dass mir sukzessiv die Story, der Plot jetzt vermittelt werden soll, aber bis jetzt, ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht. Also bin ich jetzt nur doof oder sieht es euch genauso oder wie ist es? Also, ich versteh es bis jetzt nicht. Au, 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 au. Dann hat es das Gefühl, dass man so kurz vor der, vor der Lösung ist, irgendwie. Aber dann gleitet es wieder, indem sie dir irgendeinen anderen Fact vor die Füße werfen, irgendwie und man komplett am Arsch ist mit seiner These. Aber ich bin jetzt mal, ich bin der Meinung, wir sind Paul jetzt. Obwohl wir die ganze Zeit natürlich dachten, wir sind Johannes. Na, pass auf, naja, das ist einfach Mutter. Ja, ja, keine Familie. Ah, schön. Ja, diese Puppe, ne? Diese Puppe ist ja ebenfalls da. Mein Sohn ist tot. Er ist tot. Kann das sein. Ähm. Warum hast du nicht auf ihn gehört? Er war so gut wie tot, als du ihn am Draht gesehen hast. Garant. Bist du Garant? Er kann nicht zurückgekommen sein. Oder? Oh nein. Nein. Haben wir etwa gedacht, unser Bruder ist tot und wir haben ihn zurückgelassen? Er ist gefallen, aber nicht gestürzt. Hat er mich gesehen? Oh. Oh. Fällt mal runter wie der letzte Vogelschiss irgendwie so. Latsch. Oh, Gas. Okay. Oh, schnell. Setz mal schnell auf. So. Höchste Eisenbahn. Sei achtsam. Fliegende Tauben können dich in den Abgrund stoßen. Vielleicht kannst du etwas... Was? 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 Oh, was sind ihre Flugbahnen? Ah, okay. Alles klar. Was? Kein Ernst, Mann? Ach so, wir müssen hier. Woll grad sagen. Oh, ich nehme mal die Maske ab. Oh, okay. Oh. Alter, das ist aber mies ey, um Gottes Willen. Boah, pfui. Blut und Federn, was wollen wir uns damit sagen? Warum sind Vögel jetzt so wichtig? Mal kurz mal speichern. Wenn er es ist, dann bring es zu Ende. Warte, Alter, die sind ja zu mir gekommen und sagen, du pass auf, wir vergeben dir, wenn du jetzt da hoch gehst und deinen Bruder tötest? Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Boah, das ist doch nicht euer Ernst oder was? Alter, das ist ja gut. Ist jetzt nicht, äh, aber hier oben geht es auch jetzt nicht weiter? Wo soll ich mich irgendwo runterstürzen? Bin ich von da weg gekommen? Wenn ich jetzt mal runtergehe, ist jetzt eventuell... nein. Bin ich von da gekommen, ich bin von hier... Hä? Wir sind von hier gekommen, ne? Ja, ein bisschen verwirrt. Ja, von da bist du hier gekommen. Mhm. Dann können wir jetzt bloß oben weiter oder wir müssen uns hier unterstürzen. Da in diesen Schacht. Unter all dem Schmerz sind wir Kameraden, Brüder, immer Brüder, meine Kinder, meine Söhne, Vergebung, wenn du ihm die Freiheit schenkst. Okay, hat sich doch nichts verändert. Aber, warte, der einzige Weg, den ich jetzt habe? Ne, ich muss da runter. Ich muss mich da runterstürzen, weil die Federn fliehen nach unten. Uiuiuiui. Yay! Uah! Leid. Du bist aus Dunkelheit und Nacht geboren. Fleisch geworden, geschändet und besiegt. Wir. Unsterblich. Und in ewigem Schmerz verloren. Das ist ein schönes Gedicht, muss ich sagen. Auch einfach so, 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 so positiv durch und durch. Ja, könnte eigentlich so ein Kinderbuch sein. So, okay, jetzt. Langsam überziehen sie das jetzt hier ein bisschen mit dem Thema, finde ich. Könnten wir jetzt mal zu Potte kommen hier, Freunde. Okay, jetzt können wir uns hier nochmal schauen. Okay. Jetzt bringen wir uns mal hier durch. Ah, okay, ja klar. Oh, die sind heute zwar schwer zu erkennen hier. Gut, schnell mal durch. Nach oben damit. Oh je, jetzt wird's. Ach. Ach, Mann. Das ist alles auch wirklich, ey. Das sie... Das sie sich ja jetzt auch mal so gegenfliegen lassen ständig. So, einmal souverän durch. Ihr wisst, ich habe alle Indiana Jones Filme gesehen. Eins bis drei. Den Rest hat mir nicht angeguckt. Deswegen habe ich natürlich diese Falle astrein passiert. Oh, meinte ich mal wieder ein Telefon. Wunderbar. Du bist Fantanzi. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Ja, das hoffe ich doch. Schwer die Missgebote ein und dreh ihr den Hals um. Okay. Du darfst nicht zögern. Das Vaterland soll an. Johannes sagt, Käfige sind schlecht. Vögel lieben es frei zu sein. Hm. So, wo geht's lang? Hier geht's lang. Nummer eins. Nummer zwei. Und Hebel ziehen. Los, Mann. Jawoll. Ah, die Gleiter. Oh, oh. Fühlt sich jetzt ein bisschen an wie ein Bossfighter jetzt gleich. Also so, wo man jetzt gerade hin klettert. Stille. Speichern vorher. Hm. Ja, ich würde sagen. Ja, ich würde sagen. Aber Club Song. Aber Club Song. Wird wahrscheinlich Jojo gewesen sein. Würde ich jetzt mal so tippen. Ja, alles klar. In diesem Bereich. Ah, jetzt habe ich es nicht gelesen. Scheiße. 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 So, aber ja. Edward, Edward Bossfight. Edward Bossfight. Edward Bossfight. So, möchte ich da durchneiden. Kann ich nicht, geht nicht. Und dann heben wir mal das Tuch. Doch. Wenn ich mir jetzt einfach nur einen toten Vogel darunter zeigen, bin ich nicht erschrocken. Ehrlich gesagt. Ihhh. So, der ist ja kleiner Arm, der kam. Der ist doch ein bisschen... Oh. 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 Okay, zu ihm. Das ist wirklich eklig. Pfui. Pfui. Nein, meine schöne magnetische Lampe. Und nun? Und nun? Ich hab doch nischt. Setz dem Ungetüm ein Ende. Womit denn? Was soll die Scheiße? Ich habe nischt. Was hab ich denn tun? Oh. Oh. Warte mal hier. Ich muss ihn freichneiden. Ah. Oh, dein Ernst, alter. Ich muss das... Alter. Jetzt unter Stress die Scheiße freichneiden? So, dann ziehen wir mal den Hebel Und, was passiert? Okay, gibt es hier noch andere Hebel? Bestimmt, was? Ah Oh, das ist ja überhaupt nicht stressig, ey So, hier haben wir noch ein paar Drähte So, ich hält dich aber nicht lange durch hier, irgendwie bringen wir die Not What? UNTERTITELUNG Schlimm ist, äh, ich lofe hier oben wie falsch jetzt AAH 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 Oh, Scheiße. Nein, ist überhaupt nicht stressig. Okay, die Dinger müssen jetzt nach oben gefahren werden. Da kommt er, okay. Wenn ich ihn jetzt die ganze Zeit zwischen mir und der Säule halte, segelt er denn hier rein? Das ist, glaube ich, nicht so. Wieso? Ich finde es erst mal, das ist eigentlich eine relativ gute These. Captain Käse. Wo ist er, wo ist er? Oh, er ist hinter mir. Oh, ich bin behind me. Ah, Scheiße. Wann wird es jetzt gerade? Okay, wir werden jetzt einfach nur ausgleichen. So, wir bringen da mal einen Scheiß. Das fängt hier im Rindkletter. Nee, wir bringen da einen Scheiß. So, mal kurz warten, bis ich mich wieder ein bisschen akklimatisiert habe. Ich akklimatisiere mich doch hoffentlich, oder? Was ist denn los? Ja, das Problem ist, ich hatte schon alle... Muss ich wirklich warten, bis er auf mich zugeflogen kommt? Oh Gott. Ah! Ne? Mach hoch die Scheiße! Ah! Also ich werde ihn wahrscheinlich halt... Das Problem ist halt der Kai doch nicht mehr, ne? Ja, jetzt kurz mal. Ja, eben. Ich denke halt auch, wenn er auf mich zugeflogen kommt, müssen die halt hochfahren. Aber... ...so wirklich funktionieren... ...tut's glaube ich nicht, irgendwie. Okay, ich bleibe jetzt demnächst mal stehen. So, dass er hier gegenrandt. Nein, das macht er nicht. So, wahrscheinlich muss ich wirklich in letzter Sekunde ausreichen. Kann ich aber nicht mehr so wirklich ausreichen. Ist ja scheiß. So, los. Du kommst jetzt von vorne. Ah! Okay, alles klar. Jawohl. Jetzt hat's verstanden. Jetzt hat's verstanden. Diese Überrolle quasi, die er macht, wenn du ausweichst... ...die ist das Entscheidende. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Okay, okay, okay. Oh, scheiße. Das ist natürlich mies. Wo ist er? 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 So, wenn der Scheinwerfer so abdreht... Ähm... ...ist zu klagen, ob er denn überhaupt angreift. Groß! Komm, 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 komm! Scheiße! Nicht gesessen. Er hat nicht gesessen. Mh... So, jetzt halt. Was? Ach komm, ey! Mann, er warst rein! So ein Mist, ey! So... Und von weg kommt er, von da kommt er! Arce! Komm! So, die zweite Säule ist im Arsch. Ich bin noch fast im Arsch, oh man! Ich hab jetzt hier jakim Nopeusekop gekriegt? Mag ** Musik Kapitel 4. Ad infinitum. Reflexion. Was war das denn jetzt gerade, bitte? Eine spiegelnde Scherbe. Kurz war es dir, als sehst du dein Spiegel in der Scherbe. Aber dann ganz kurz. Warum hat sich dieser Vogel jetzt ungelöst? Die ganzen anderen Gegner, die haben wir so unermaßen brutal niedergemacht irgendwie und der hat jetzt so irgendwie... Fliege nicht ins Licht. Hä? Warum? Es ist nicht deine Schuld. Das werden wir ja noch sehen. Du erinnerst dich. Es braucht fast keine Worte. Ihr wart wie Brüder. Soll ich jetzt hier einfach wieder rausgehen, oder was? Okay. Musik ist auf jeden Fall sehr schön. Oh! Die berühmte Kreuzung. Die berühmte Weggabelung. Zwei Türen. Zwei Türen, Leute. Chat. Ich weiß nicht, ob das jetzt halt wirklich entscheidend ist, ob wir nach links oder nach rechts gehen. Aber ich will jetzt von euch links oder rechts im Chat lesen. Eins für links. Zwei für rechts, bitte. Ich wusste es, Blackboard. Ich wusste es, dass du das schreibst. Ich wüsste es, dass du das schreibst. Links. Okay, links. Gut. Dann auf nach links. Oh, es ist eine Hobbit-Tür. Jetzt haben wir jetzt so... Vielleicht kann ich so ein Brunnen runterlaufen. Ich kenne es. Es war noch die Mutter, ne? Wandern in finsterer Schlucht. Fürchten. Unheil. Verzeihung. Du kommst immer wieder. Ideen acht. Du kommst nur alles. Haar und Zahn und Fleisch. Hättest du mir etwas Mut gelassen, hätte ich mich umgewacht. Das ist der Brunnen im Garten. Und unsere Mutter hat sich darin gestürzt. Eine Wahnsinnige. Mit ihr hast du auch der Verzweiflung ein Ende gesetzt. So ist nicht unsere Mutter. Das ist der Brunnen im Garten. Oh, krass. Und der Mittelweg ist jetzt auch weg. Das ist das Zimmer mit der blutenden Klinke. Das ist der Brunnen. Das ist der Brunnen. Ihr sollst sterben für das Vaterland. Verdammnis. Du ziehst von Osten wie Windhauen in die Gräben. Mit Versprechen von Heimat, Weib und Heldentot. Dann aber willst du fressen, dann verschlingst du alles Leben. Und das ist der Dolch. Vom Anfang. Ein alter Krüppel. Mit ihm hast du auch Schwäche und Verderbtheit dahin gerafft. Boah, ich bin mich hier angriffen, ey. Die Musik ist so befeuernd, ey. Aha, in den Spiegel. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Musik veräppt. Absolut, Jojo. Absolut. Du hast es nicht verstanden, oder? Es gibt keinen Halbensieg. Nicht für uns. Und wir sind in einer nervene Einstatt. Boah, hier sind unsere kleinen Zinserdaten. Er scheint auf dich aufzupassen, wie früher. Medaille und Erkenntnismarke. Glückwunsch. Du darfst wieder in den Krieg ziehen, Leutnant. Voller Stolz liest du, was auf der Erkennungsmarke steht. Paul von Schmidt. Wir sind Paul. Wir sind Paul. Wir sind Paul. Boah. Oh, nee, Alter. Ja, jetzt lassen sie uns jetzt hier noch wirklich in dieser Zelle. Wir sind Paul. Sie haben Besuch. Kommt mich jetzt nicht umzudrehen, aber... Und da sind's alle. Die Würde des Menschen ist unantastbar. 20 Millionen Menschen fielen im ersten Weltkrieg zum Opfer. Unendliches Leid traumatisierte die ganze Nation, zerstörte Familien und zeichnete Menschen körperlich und psychisch bis an ihr Lebensende. Und das, liebe Lieben, war Art Infinitum. War wirklich krass. Ein krasses Ende. Also, ich muss mich jetzt erstmal total ordnen und erstmal gucken, irgendwie, was... Was war das jetzt alles? Irgendwie da ist so viel Interpretationsspielraum drin, irgendwie. Wahnsinn. Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt's bitte in die Kommentare, falls ihr ne Theorie habt, wie da ein roter Fahnen durchgeht. Schreibt's bitte in die Kommentare rein. Wir würden uns sehr über ein Like oder ein Abo freuen, besser gesagt. Und dann, ich bin noch komplett durch. Ich bin noch komplett durch. Bis zum nächsten Projekt. Bis dann. Ciao. Oh. Vaterland allein. Vaterland allein. Vaterland allein. Vaterland allein. Schöpfer darf nicht schaffen, muss sein Werk zerstören. Niemand darf mehr dienen seinem Stern. Seinem Stern. Keinem anderen Herrn. Keinem anderen Herrn. Sollst du als dem Vaterland gehören. Glut zur Glut des Volkes, ausgelöscht dein Name. In die Lüfte fährt die Flamme steil. Flamme steil. Alle nur ein Teil. Alle nur ein Teil. Alle nur ein Teil. Alle nur ein Teil. Du musst nicht für dich sterben. Musst zu Glanz zerfliegen. Aufgegangen in der großen Glut. Großen Glut. Friede darf nicht sein. Friede darf nicht sein. Bis wir mit dem Licht die Welt besiegen. 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 Untertitelung. BR 2018